Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 6 Rise of Eternal Darkness Kapitel 1 Im Angesicht des Zweiten Selbst Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Dies waren die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt kam. Und nun, hörte ich sie erneut? Doch noch verwirrender wurde es, als ich die Augen öffnete und mich auf einer Kreuzung wiederfand, welche ich mehr als gut genug kannte. Es war die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Und hier, vor mir, weckte mich mein bester Freund auf. Genau wie zu Beginn des großen Abenteuers mit der dunklen Materie. Was war überhaupt geschehen? Ich erinnerte mich noch an den Turm der Götter, an den dunklen Gott, der mich innerhalb meiner Seele angriff. Ich hatte keine Chance und alles wurde schwarz um mich herum. Und nun wachte ich wieder an diesem Ort auf. Was war geschehen? Hallo, verstehst du, was ich sage? Es war alles wie ein riesiges Déjà-vu. Irgendwie war die Zeit aus der Kontrolle geraten? Oder hatte ich alles geträumt? Was war passiert? Äh ja, ich bin grad ziemlich durcheinander. Nicht nur du. Wer bist du und warum liegst du hier an diesem Ort herum? Was ist denn passiert? Es war offensichtlich, dass Lord Ecke mich nicht erkannte. Auch wenn ich einfach nicht verstehen konnte, weshalb. Was passiert ist, wüsste ich auch gerne. Meine Erinnerungen sind... sehr verschwommen. Und erkennst du mich wirklich nicht? Ich bin Günther. Das Wulpix blickte mich an, als hätte ich ihm gerade gesagt, dass ich der dunkle Gott persönlich sei. Wer bist du wirklich und was willst du hier? Ich bin Günther. Du musst mir glauben. Eine eigenartig bekannte Stimme ertönte am Rande der Kreuzung. Du behauptest also Günther zu sein. Das Pokémon gesellte sich sofort zu uns. Der Anblick war eigenartig. Das Wesen vor mir, das Kanimani, sah exakt so aus wie ich. Dieses Pokémon war mein Ebenbild. Dieser Kerl behauptet tatsächlich, dass er du wäre, Günther. Was machen wir mit ihm? Ich meine, dass er lügt, ist eindeutig. Ich wusste ehrlich gesagt nicht ganz, was ich sagen sollte. Mein Ebenbild wirkte glücklicherweise allerdings weniger feindselig, als er mich betrachtete. Naja, du kannst nicht behaupten, dass wir uns nicht ähnlich sehen. Und wir kennen diese Welt. Hier passiert sehr viel extrem seltsames Zeug. Wir sollten ihn nicht vorschnell verurteilen, ohne zu wissen, was genau dahinter steckt. Überzeugt wird Tillorg Ecke nicht. Aber selbst wenn ihr euch gleicht, dieses Pokémon behauptet, es sei du. Wie soll man sich das denn erklären? Wie viele Dinge sind uns schon passiert, die wir uns nicht erklären können, Lord Ecke? Wer weiß, vielleicht ist dieses Pokémon ja ich aus einer anderen Dimension oder Zeitlinie oder sowas. Vielleicht ist es aber auch irgendein Dämon, der es auf die Zerstörung dieser Welt abgesehen hat. Vielleicht ja, aber wir wissen es nicht sicher. Und ich bin strikt dagegen, irgendjemanden zu verurteilen, ohne die Wahrheit zu kennen. Er wandte sich wieder an mich. Also wie wär's? Du begleitest uns und erzählst da ein bisschen was über dich. Ich habe einen guten Freund, der sich gut mit Paranormalem auskennt und Zukunft und Vergangenheit sehen kann. Ich bin mir sicher, er wird dir weiterhelfen können. Bist du dabei? Es war wirklich ein Glück für mich, dass ich so umsichtig war. Manche Sachen änderten sich nie. Wieder wachte ich auf der Lichtung zwischen Silberdorf und dem Quellwald auf und erzählte dem ersten Pokémon, welches ich traf, eine unfassbar unglaubwürdige Geschichte. Doch beide Male fand ich Vertrauen. Ja, gerne. Danke, dass du mir eine Chance lässt. Gern geschehen. Ich bin Günther. Und du auch, das weiß ich ja inzwischen. Er wickte ziemlich amüsiert von der Situation. Anders als Lott Ecke, der mich immer noch unsicher betrachtete. Zu dritt gingen wir also nach Silberdorf, wobei ich tatsächlich als erster einige Fragen stellte. Was genau ist in dieser Welt denn geschehen? Und welche Freunde, die ich getroffen habe, habt ihr denn auch in dieser Welt? Lott Ecke schien kurz schimpfen zu wollen, jedoch stoppte der andere Günther ihn. Welche Freunde hast du denn getroffen? Damit wir überhaupt wissen können, welche von ihnen wir hier auch kennen. Also im Verlauf meiner Abenteuer getroffen habe ich Bisazam, Floink, Hydropi, Latias, Latios, Bulbi, Ivi, Scheinux, Seemops und Schellast. Zumindest wenn wir nur diesen Weltenbaum zählen. Früher auch Nick Chosma, aber der war schnell kein Freund mehr. Einige der Namen schienen in dieser Welt bekannt, andere eher weniger. Bisazam gab es hier einmal, jedoch starb er vor vielen Jahren an einer Krankheit. Floink lebt hier in Silberdorf, Hydropi ebenfalls, nur dass er ein Sumpex geworden ist. Latias und Latios sind beide ebenfalls Silberdörpler, genau wie Bulbi, Scheinux und ihre Tochter Funkenherz. Von einem Nick Chosma, wie du sagtest, habe ich noch nie etwas gehört. Und die Namen Ivi, Seemops und Schellast. Irgendwann nebenbei hatte Bulbi, glaube ich, mal von ihnen erzählt, aber das war es auch. Und was geschehen ist, sagt dir der Zeitturm etwas. Erinnerungen kehrten zurück. Erinnerungen an die allererste Reise des Team Runde Ecken. Ja, zumindest von dort, wo ich herkomme, habe ich ihn einst vor dem Einsturz bewahrt, bevor ich aus der Welt verschwand. Mit dieser Aussage hatte ich zum ersten Mal auch Lord Eckes Interesse geweckt. Den Zeitturm mussten wir einst auch retten, aber nach aus der Welt verschwinden? Das wäre mir neu. Wir sind nach dem Abenteuer einfach nach Schatzstadt zurückgekehrt, wo wir später Latias und Flonk auf Durchreise trafen. Und etwas später entschieden wir uns nach Silberdorf zu ziehen. Ja, Lord Ecke hat schon vieles erzählt. Die Zeit geriet außer Kontrolle und wir brachten die Zahnräder zum Zeitturm, um ihn zu retten. Das war unser großes Abenteuer. Und wie war es bei dir? Ich war ziemlich überrascht, als sie dies erzählten. Die Reise zum Zeitturm war ihr einziges Abenteuer gewesen. Diese Welt, von der ich inzwischen überzeugt war, dass sie nicht meine war, war eindeutig eine deutlich friedlichere. Euer großes Abenteuer? Bei mir war die Rettung des Zeitturms erst der Anfang. Als ich Jahre später zurückkehren konnte, geschah noch so viel mehr. Na, dann erzähl uns doch davon. Ich wollte gerade ansetzen, als ein kleines Scheinungs vom Dorfrand auf uns zugerannt kam. Hallo Onkel Göni und Onkel Ecke und... Noch ein Onkel Göni! Mir kam dieses Pokémon nicht bekannt vor. Doch der Blick in ihren Augen und ihre Art zeigten mir, vor allem nach den Ausführungen meines Ebenbildes, dass dieses kleine Pokémon wohl Scheinungs und Bulbys Tochter in dieser Welt war. Es bestätigte sich auch schnell, als ihre Eltern folgten. Wir haben uns schon gefragt, wo ihr so lange bleibt. Wer ist denn dieses Pokémon? Ich wusste nicht, ob ich mich selber vorstellen sollte oder ob Lord Ecke oder mein Ebenbild etwas zu mir sagen wollten. Aber die beiden blickten mich auch nur stumm an. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin Günther. Also auch. Anscheinend aus einer anderen Dimension oder so etwas. Aus einer anderen Dimension? Heißt das, es passiert mal wieder was hier im Ort? Offenbar hoffen wir, dass es etwas Gutes ist. Zusammen mit Latias trafen auch meine restlichen Bekannten, die in diesem Silberdorf lebten, ein. Gerade als ich Flonk sah, hatte ich ein eigenartiges Gefühl. Bei unserer letzten Begegnung war er der mächtigste Feind, dem ich jemals gegenüberstand, abgesehen vom dunklen Gott. Und nun stand er wieder hier, wie bei unserer ersten Begegnung, und wirkte wie der freundliche, leicht naive Kumpel, den ich vor der Apokalypse kennengelernt hatte. Du bist also Günther aus einer anderen Dimension? Nord-Ecke zeigte aber auch seinen Freunden, dass er mir noch nicht vertraute. Er behauptet es zumindest. Vielleicht lügt er aber auch. Ich aus dieser Welt ignorierte ihn wieder noch ziemlich. Er wollte gerade erzählen, was er in seiner Welt für Abenteuer hinter sich gebracht hatte. Viele Augen blickten interessiert auf mich. Gerade die kleine Funken herzwickte begeistert von dem, was hier vor sich ging. Ich wollte gerade beginnen zu erzählen, als mein zweites Selbst mir wieder etwas zur Hilfe kam. Entspannt euch alle, Freunde. Wir wollen unseren neuen Freund doch nicht hetzen. Denkt ihr denn ich auch? Empfangen wir ihn doch etwas angemessener im Dorf. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, wie diese Pokémon angemessener definieren würden. In meinem Silberdorf wäre in einer derartigen Lage ein angemessener Empfang wohl genau das gewesen, was ich hier auch erhalten hatte. Im Augenwinkel und durch ein leises Mummeln bemerkte ich, dass Lottecke nicht sonderlich begeistert von der Idee seines Freundes war. Doch ich konnte ihm sein Misstrauen gegenüber mir nicht wirklich übel nehmen. Ich kannte Lottecke gut genug, zumindest den aus meiner Welt. Und im Angesicht von jemandem, der wirkte wie ich, würde er auch ablehnend reagieren. Er war von seiner Vergangenheit geprägt und hatte deshalb all seine Gutgläubigkeit abgelegt. Was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein konnte. Geschichten, die wirklich erlogen waren, täuschten ihn nun nicht mehr so einfach. Doch auch wahre Geschichten, so wie hier, lehnte er oft einfach ab. Es dauerte eine knappe Stunde, bis das angemessene Willkommen meiner alternativen Freunde bereit war. Und eine perfekte Lage entstand, um alles zu erzählen, was es zu erzählen gab. Eine Art großer Kreis wurde am Rande des Dorfes gebildet, an welchem nun ein gemeinsames Abendessen stattfinden sollte. Lord Ecke hatte sich in diesem Kreis so weit weg von mir begeben, wie er es irgendwie geschafft hatte. Ganz gegenüber saß er mir jedoch nicht. Diesen Platz hatte mein Ebenbild für sich beansprucht. So saßen wir wahrlich von Angesicht zu Angesicht. Direkt neben mir waren auf einer Seite Latias und auf der anderen Funkenherz. Also, jetzt wo wir uns alle versammelt haben und es hoffentlich für alle bequem ist, sollten wir zum Thema kommen. Günther. Nein, so kann ich dich irgendwie nicht nennen. Fangen wir damit an. Wie nennen wir dich denn am besten, solange du hier bist? Ein Name unterschiedlich zu sein, würde in jeglichem Gespräch tatsächlich ein großer Vorteil werden. Die Idee an sich gefiel mir auch. Jedoch, was für ein Name könnte bitte zu mir passen? Ich war nun einmal Günther und ich bin immer Günther gewesen. Wie wär's mit billiger Kopie? Ich musste zugeben, effektiv war Lord Eckes Namensvorschlag. Aber es war nun mal kein sonderlich ansprechender Name. Du kommst aus einer anderen Welt, einem anderen Weltenbaum. Weißt du denn, wie dein Weltenbaum hieß? Damit wir vielleicht daraus einen Namen bilden könnten? Auch diese Idee konnte uns leider nicht weiterhelfen. Denn ich hatte ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass Weltenbäume irgendwelche speziellen Namen hatten. Du machst es uns aber auch schwer. Irgendwelche Referenzen auf deinen Abenteuern, von denen du uns noch erzählen wirst, vielleicht. Auch hier fiel mir nicht viel ein. Feu-Riegel wäre einfach schwachsinnig. Nur das reine Element könnte vielleicht ein Anhaltspunkt werden. In meinem zweiten Abenteuer, nach der Schatzstadt-Sache. Lernte ich die Essenz des Lichts kennen. Das reine Element. Vielleicht kann das irgendwie helfen? Für einen Moment glaubte ich, dass Lord Ecke etwas sagen wollte. Der andere Günther unterbannt es jedoch mit einem strengen Seitenblick. Nun, das kann doch helfen. Wenn dieses reine Element die Essenz des Lichts ist. Ich glaube, ich werde dich einfach Licht nennen. Passt das für dich so? Unter all den Spitznamen, die ich mir für mich selber hätte ausdenken können, war dieses simple Wort nicht dabei gewesen. Doch mir gefiel der Gedanke. Das können wir gerne so machen. Gerade als mein Gegenstück fortfahren wollte, unterbrach die Jüngste aus der Runde ihn. Kann ich dich dann Onkel Rainer nennen, wegen dem reinen Element? Wo wir gerade bei Spitznamen waren, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Ehrlich gesagt konnte ich nicht einschätzen, ob diese Frage ernst gemeint war oder eher als Scherz. Weshalb ich froh war, als Bulby die Antwort übernahm. Ich denke, wir sollten es bei einem Spitznamen belassen, Funkenherz. Nun, wo wieder Ställe herrschte, räusperte Günther sich kurz und fuhr fort. Also dann, Licht. Nun, wo wir das alles geklärt haben, wäre es schön, wenn du uns etwas von deinen Abenteuern in deiner Welt erzählen könntest. Ich denke, wir sind alle wirklich gespannt, was dort vor sich ging. Du meintest ja gerade, dass das Abenteuer mit dem reinen Element dein zweites war. Also wäre es sinnvoll, wenn du damit beginnen würdest. Dann leg los. Den Rest des Abends gehört das Spotlight ganz alleine dir. Ich hatte es schon immer geliebt, über meine Reisen und Erlebnisse zu reden. Also wusste ich, dass für mich ein guter Abend werden würde. Und so begann ich. Also, macht euch bereit für eine mentale Reise. An eine Welt voller Abenteuer. Es begann alles an einem sonnigen Mittag wie diesem. Kapitel 2 Abenteuer in einer anderen Welt Es begann alles an einem sonnigen Mittag. Es war alles genau wie heute. Ich wachte auf der Silberdörfer Kreuzung auf, dort jedoch ohne meine Erinnerungen. Und am selben Punkt traf ich auch den Lord Ecke meiner Welt. Ich versuchte ihm die Lage zu erklären. Und er glaubte mir glücklicherweise. Nachdem ich am selben Nachmittag Flonk und Pisa Sam kennenlernte, lernte ich, was es mit der Verdunklung der Welt auf sich hatte. Ich erfuhr von Nick Crossma, dem Wissenschaftler, der sich dem Wahnsinn hingegeben hatte, und nun das Licht der Welt verschwinden ließ. Und von der Latias meiner Welt, die ihn bekämpfte und mich anscheinend überhaupt in diese Welt gebracht hatte. Eine längere, unfreiwillige Tour später, traf ich sie zum ersten Mal persönlich. Gerade als ich auch meine Erinnerungen an Silberdorf und meine damaligen Reisen mit Lord Ecke wiederfand. Sie überredete mich jedoch, sie geheim zu halten. Anschließend mussten wir feststellen, dass Nick Crossma sowohl Flonk als auch Pisa Sam entführt hatte und nun verlangte, dass ich zu einer Mondbasis kam. Lord Ecke wollte sofort aufbrechen. Latias wollte es verhindern. Aber ich stellte mich auf Lord Eckes Seite. Also reisten wir zu zweit. Wir reisten zu einer geheimen Höhle, von welcher aus wir zum Mond gelangen würden. Aber dort wartete die andere Latias bereits auf uns. Ich bemerkte, wie die Latias dieser Welt neben mir relativ unruhig wirkte. Damals war sie noch ein ganz anderes Pokémon. Sie wollte uns von unserer Reise zum Mond abhalten, um zu verhindern, dass sich Nick Crossma in die Hände fiele. Und sie zeigte offen ihren Zorn gegenüber Lord Ecke. Letztlich mussten wir also kämpfen. Tatsächlich konnten wir den Kampf am Ende gewinnen, aber nur dank einer seltsamen Macht in meinem Inneren. Eine Macht, die wir uns ehrlich gesagt Jahrzehnte später immer noch nicht erklären konnten. Bis zum heutigen Tag nicht. So oder so erreichten wir den Mond dank Rysselia, die in der Höhle lebte, und erreichten sobald Nick Crossmas Mondbasis. Auf dem Weg dorthin merkte ich, dass Lord Ecke mir etwas sagen wollte, es aber allerdings nicht über sich brachte. In der Basis selber dauerte es nicht lang, bis wir Floreng und Bisasam fanden. Sie wirkten allerdings verunsichert mit gutem Grund. Nick Crossma hatte uns nämlich offensichtlich erwartet und blockierte mit seinen Schergen den Ausweg. Und er war gut genug vorbereitet, damit ein Kampf für uns keine gute Idee gewesen wäre. Er begann sehr freundlich daherzureden und uns zu versichern, dass er uns nichts Schlimmes wollte. Ich denke nicht, dass es überraschend ist, dass wir ihm nicht glaubten. Aber bevor wir einen Kampf beginnen mussten, den wir nicht gewinnen könnten, kam Latias zur Rettung. Und traf mit einem Überraschungsangriff kritisch. Nick Crossma musste fliehen. Wir konnten Floreng und Bisasam vertreiben. Wir konnten Floreng und Bisasam befreien und schlossen uns, wenn auch er zum Zweck, wieder mit Latias zusammen. Zurück in unsere Heimat machte Floreng sich schnell auf, der anscheinend etwas Wichtiges vergessen hatte. Und Bisasam folgte ihm. Aber wir anderen machten uns auf zum Zwielichtforst, in dem Nick Crossma sein Labor hatte und somit seinen Rückzugsort. Nun, wo er geschwächt war, wollten wir den Krieg beenden. So reisten wir einige Tage, bis wir ankamen und Nick Crossma wieder trafen. Unser Antreffen schien den Zwielichtkönig zu überraschen, allerdings nicht im Negativen. Wir waren in eine Falle geraten, die er nicht einmal gestellt hatte. An diesem Ort konnte er sich in seine mächtigere Form Ultra Nick Crossma verwandeln. Und diesen Feind zu besiegen, wäre auch zu dritt eine gar unmachbare Herausforderung. Doch wir machten das Unmögliche möglich. Erneut durch diese geheimnisvolle Macht. Wir konnten Nick Crossma tatsächlich besiegen. Und... Ich durfte feststellen, dass ich all die Zeit auf der falschen Seite gestanden hatte. Latias war eigentlich diejenige, die das Licht der Welt vernichtete. Wieder bemerkte ich die sichtliche Unsicherheit der Latias neben mir. Warte noch etwas ab, Latias, dann wirst du sehen, es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wirklich ruhiger wirkte sie allerdings nicht. Mir war klar, dass, wenn sie irgendwie so war wie die Latias meiner Welt, dass sie sich sehr schuldig fühlte aufgrund der Dinge, die sie nun hörte. Gleichzeitig offenbarte sich, dass Lord Ecke schon von Anfang an wusste und auf all dies eingegangen war. Aber jetzt in den letzten Minuten entschied er sich wahrlich für das Richtige und stellte sich gegen Latias. Mit der neuen Macht, die sie aus Nick Crossmas Apparaturen gewonnen hatte, war sie allerdings viel mächtiger als noch Ultra-Nick Crossma. Nick Crossma selber handelte und brachte uns in Sicherheit. Als ich schließlich in einer Höhle erwachte, sorgten wir dafür, dass es keine Geheimnisse mehr gab. Lord Ecke erfuhr, dass ich derselbe Günther aus seiner Vergangenheit war. Ich erfuhr, seine Motive sich Latias anzuschließen. Und Nick Crossma zeigte, dass er kein Feind war. Doch er wusste, dass ich ihm niemals geglaubt hätte. Aber in Silberdorf gab es noch jemanden, der Bescheid wusste. Und so begaben wir uns dorthin, unter der Präsenz von Nick Crossmas nun schwebenden Labor, welches nun Latias Schloss war. In Silberdorf trafen wir Flonk und Bisasam wieder. Flonk war relativ niedergeschlagen und wir wussten, dass es nicht besser werden würde, wenn Bisasam ihm offenbarte, dass die ganze Entführung durch ihn gestellt war. Bisasam arbeitete nämlich schon lange mit Nick Crossma zusammen. Als es nun wirklich keine Geheimnisse mehr gab, machten wir einen Plan. Um Latias Finsternis zu vernichten, bräuchte der Auserwählte das reine Element. Und dafür müssten wir seine drei Splitter sammeln. Den ersten bekam ich nach einer Weile, mit dem großen Handicap jedoch, dass ich anschließend zu lange nicht mehr einsatzbereit war, weshalb Lord Ecke aufbrach, um den zweiten Splitter zu erhalten. Und er schaffte es auch. Und fand dabei etwas Elementares heraus. Allerdings gab es jemanden, der nicht wollte, dass Lord Ecke dieses Wissen teilte und er wurde auf dem Rückweg angegriffen. Dies erfuhren wir erst eine Weile später auf der Suche nach ihm, als wir letztlich den Splitter fanden, den er zurückgelassen hatte. Also mussten wir uns ohne ihn zum letzten Splitter aufmachen. Und dort war die Prüfung tatsächlich, dass ich gegen ihn kämpfen musste, der von Schatten besessen war und in diese Welt gesperrt wurde. Mithilfe der Kraft der ersten beiden Splitter vertrieb ich die Schatten und wir beide kamen mit dem dritten Splitter zurück, als Lord Ecke uns die Wahrheit offenbarte. Latias war nicht mehr als eine Gefangene in ihrer eigenen Seele. Die Kontrolle hatte die Essenz der Dunkelheit. Die dunkle Macht. Dunkle Materie. Andere Geschichte. So oder so, wir machten uns auf zur finalen Schlacht gegen die Essenz, welchen sehr zu unseren Gunsten verlief. Aber in einem unachtsamen Moment übernahm die dunkle Materie die Kontrolle über mich und somit das reine Element. Die einzige Rettung war meine Realisierung, dass ich gar nicht der Auserwählte des reinen Element gewesen war, sondern Lord Ecke. Und als ich es schaffte, die Essenz für 5 Sekunden zurückzuhalten und Lord Ecke die Essenz zu geben, endete die Schlacht. Auch wenn ich selber dafür gehen musste. Lord Ecke versuchte noch einmal mich zurückzuholen, scheiterte jedoch durch ein Pokémon namens Darkrai und letztlich zeigte die dunkle Materie, dass sie lebte und übernahm Lord Ecke. Kurz atmete ich durch. Das war das erste von 4 Abenteuern. Die anderen 4 habe ich jedoch großteils weniger miterlebt und sie sind sehr lang. Deshalb werde ich sie verkürzen. Die zweite Reise spielte in der Apokalypse mit Flonk als Helden. Das Ziel war es, mich durch die Splitter meiner Seele zurückzuholen. Auf der Suche fanden alle einen Teil ihrer Vergangenheit und Latios wurde Teil der Gruppe. Als ich zurückkehrte, verriet Nick Crossma uns jedoch und tötete Bisasam und offenbarte, dass die dunkle Macht nun ein eigenes reines Element besaß. Wir hatten nur noch eine Option zum Sieg. Eine eigene dunkle Macht erschaffen. Dazu reisten wir in eine Parallelwelt, die dunkle Welt, um drei Splitter zu sammeln. Und mit wir meine ich Flonk, der aufgrund eines radikalen Missverständnisses dachte, wir würden ihn verraten und aufgrund seiner Flucht dachten wir dasselbe über ihn. Erst als er bereits alle Prüfungen, einige halten von Darkrai, bestanden hatte, verstanden wir. Als die dunkle Macht jedoch unseren Rückweg verhinderte und uns von Flonk trennte, reiste er alleine zu einem heiligen Berg, an welchem er seine verlorene Vergangenheit wiederfand. Als zweite Hälfte der dunklen Macht. Dieses Mal wirklich Macht und nicht Materie. Und mit dieser Macht freigesetzt, schlug er Nick Crossma nieder und gemeinsam verbanden wir die dunkle Macht, wobei jedoch auch er gehen musste als ihre zweite Hälfte. Allerdings war bei der Wiederherstellung meiner Seele etwas schief gelaufen, was die Essenz des Hasses in mir erweckt hatte. Und nun, wo reines Element und dunkle Macht fort waren, befreit hatte. Und unsere Welt fiel unter ihrer endlosen Macht. Über die dritte Reise kann ich leider beinahe gar nichts erzählen. Bulbi und Scheinux sammelten in ihrer alten Heimatwelt ein Team aus sich selbst, Seemops, Chillast und Eevee, um zusammen mit Darkrai, der sich als ich ausgab, in die zerstörte Welt zu reisen. Und dabei offenbaren, dass Scheinux aus Nick Crossmas gefallener Seele geboren war. Gemeinsam stürzten sie alle die Essenz des Hasses, die Determination, die allerdings im letzten Atemzug, in dem sie und ich verschwanden, Flonk zurückholte, der nach seinem Ableben wahnsinnig geworden war und nun den Schlaf der Welt ewig wehren lassen wollte. Aber mit viel Aufopferung, unter anderem vom Rest Nick Crossmas, schlug Scheinux ihn, auch wenn er selber beinahe sein Leben verlor. Meine Freunde waren außer mir alle vereint und hatten nun fünf neue Freunde, die sich entschieden, in der Wurzelwelt zu verbleiben. Die nächste Reise ist die letzte, zu der ich etwas weiß. Darkrai versuchte mich zurück, aus dem Ort zwischen den Welten zu holen, scheiterte allerdings teilweise. Ich verlor alle Erinnerungen und mein Aussehen, so dass er selbst mich nicht erkannte, allerdings auch kein anderer, auch ich selber nicht. Herausfindend hatten wir es am Ende durch die Determination, die stark geschwächt immer noch in mir lebte. Auf einer gemeinsamen Reise fanden wir durch ein altes Lied meine Erinnerungen wieder, bevor wir in einen anderen Weltenbaum reisten. Darkrai hatte sich eine riesige Armee gebaut und die Welt der Menschen angegriffen. Im Verlauf eines langen Krieges trafen wir viele alte Bekannte aus meiner Zeit als Mensch wieder und schlugen viele von Darkrais Generälen, um Embleme zu sammeln. Doch auf der Reise verloren wir Chilast, der im Kampf gegen einen wiederkehrenden Feind in seinem Leben, im Kampf gegen Groudon, starb. Evie, die zu diesem Zeitpunkt schon lange eine ernste Beziehung mit ihm führte, verkraftete es weniger gut. Sie wurde nie wieder dieselbe, aber sie wurde stärker, bis zu dem Punkt, an dem sie sich im letzten Kampf gegen Groudon tatsächlich entwickelte und Chilast rechte. Darkrai selber nutzte das reine Element und wir konnten ihn nur schlagen, als ich und die Determination in Frieden schlossen und wahrlich eins wurden. Aber wir mussten feststellen, dass Darkrai gar nicht der Anführer der Armee gewesen war, sondern Fleung, der nach seiner Niederlage in der gefallenen Welt dort endete. Und dieses Mal war er mit der wahren dunklen Macht, einem Emblem, welches die dunkle Materie erschaffen hatte, vereint, um als dunkler Magier unser stärkster Feind aller Zeiten zu werden. Aber Scheinux war wieder siegreich gegen ihn, nachdem er wohl von uns allen am meisten im Krieg durchmachen musste. Und der Krieg war zu Ende. Ich entschied mich, in meine alte Heimat zurückzukehren. Es musste noch eine fünfte Reise geschehen sein, die ich jedoch in keiner Form mitbekam. Ich wurde von der irgendwie wiedergekehrten dunklen Materie in die dunkle Welt gelockt und übernommen, damit der bereits in der Menschenwelt wiedergekehrte Necrosan war das stärkste Wesen des Weltenbaumes wiederbeleben konnte. Den dunklen Gott. Das Letzte, an was ich mich erinnere, ist, dass ich ihn in meiner eigenen Seele bekämpfte, aber keine Chance hatte. Anschließend landete ich hier. Einen Moment lang schienen alle erst verarbeiten zu müssen, was ich gerade alles erzählt hatte. Alle außer meinem anderen Ich. Das heißt, dass in deiner Welt vermutlich gerade dieses übermächtige Wesen, der dunkle Gott, in deinem Körper Unheil anrichtet, während er dich in diese Welt verbannt hat. Wenn das stimmt, dann musst du so schnell wie möglich zurück. Du musst ihn besiegen. Also, jetzt wo wir die Geschichten gehört haben. Wer von euch ist bereit, Licht zu helfen? Ich bin auf jeden Fall dabei. Beinahe alle in der Runde stimmten ebenfalls zu, bei der Suche zu helfen. Alle außer Lord Ecker. Dann danke ich euch allen. Dann sollten wir morgen anfangen. Ich verspreche euch, euer Vertrauen wird nicht falsch gesetzt sein. Kapitel 3 Auf der Suche nach der Heimat Langsam begannen draußen die Geräusche des Alltags zu beginnen, als ich langsam aufwachte. Zuerst war ich etwas perplex, bis mir wieder einfiel, was am Vortag alles geschehen war. Ich war in dieser eigenartigen Parallelwelt gelandet, in der der Frieden gegebener war, als dort, wo ich herkam. Nachdem ich am Abend von meinen Abenteuern erzählt hatte, zumindest so gut, wie ich es konnte, hatten beinahe alle zugestimmt, mir zu helfen. Aber auch waren wir in uns alle einig, dass die Suche erst am folgenden Tag beginnen sollte. Für die Nacht hatten sie mir ein unbewohntes Haus, das, welches in beiden Welten früher Bisasam gehört hatte, angeboten. Ich war von dem, was geschehen war, ziemlich geschafft gewesen, weshalb ich damit gerechnet hatte, den Schlaf gut gebrauchen zu können. Was wohl auch gestimmt hätte. Aber es fiel mir einfach sehr schwer, Ruhe zu finden. All die Gedanken kreisten in meinem Kopf. Wir hatten uns alle entschlossen, dass der dunkle Gott mich in diese Welt geschickt hatte und nun in meiner Welt sein Unwesen trieb. Aber wie ging es meinen Freunden? Sie waren stark, keine Frage. Aber reicht die ihre Kraft, um einen der anmächtigen Feind zu schlagen? Das wahrscheinlich mächtigste Wesen im gesamten Weltenbaum? Und nicht nur die Sorge um meine Freunde hielt mich wach, sondern auch meine Vorstellung. Diese Welt, in der ich nun gelandet war, war eine deutlich friedlichere, als meine je hätte sein können. Ich dachte zurück an Floink. Seine große Reise stand noch am Anfang unserer Sage. Und doch hatte er immer nur ein friedliches Leben gewollt. Seiner Version dieser Welt war dieses Glück zuteil geworden. Alle wiegten an diesem Ort so unfassbar glücklich. Naja, jeder außer dem übermisstrauischen Lord Ecke. Aber diese Welt hatte den Frieden erreicht, nachdem wir so lange suchten. Aber wie hatten sie ihn so einfach erreicht? Was hatten wir im Verlauf unserer Reisen falsch gemacht? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir nie die Chance auf eine so ähnliche Welt gehabt hätten. Doch irgendwann mussten wir einen falschen Schritt gegangen sein, der die gesamte Zukunft einfach verändert hatte. In meiner Welt gab es so viel Trauer, so viel Zorn, so viel Frust. Immer wenn ich mit meinen Freunden gereist war, plagte es manche von uns. Und dies war immer einer der Gründe für mich gewesen, weiterzumachen. Und nun die Bestätigung durch diesen Ort hier zu sehen. Floink war hier nie ein Wahnsinniger geworden, sondern lebte ein glückliches Leben. Scheinux und Bulby lebten glücklich zusammen und hatten eine kleine Tochter. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es für ein Pokémon wie sie wäre, in einer düsteren Zeit wie in der in meiner Welt aufzuwachsen. Gleichzeitig, woher wollte ich wissen, was noch stimmte und was nicht? Meine letzte Begegnung mit ihnen allen lag Jahre zurück. Was, wenn Funkenherz auch in meiner Welt bereits geboren war? Oder Floink als Freund zurückgekehrt war? Es war alles möglich. Und für die Zukunft war auch alles möglich. Ich würde zurückkehren. Wir würden den dunklen Gott vernichten. Sobald dies geschehen wäre, wir würden den Frieden dieser Welt erreichen. Schon immer war ich entschlossen gewesen, der Wurzelwelt diesen Frieden zu schenken. Doch nie war ich entschlossener gewesen als jetzt. Aber ich drifte ab. Und ich denke, dies zeigt, weshalb ich so lange wach lag. Meine Gedanken drehten sich im Kreis weiter und weiter. Ich hatte das Gefühl, schon beinahe den Sonnenaufgang zu sehen, als ich endlich einschlief. Dementsprechend war ich an diesem Morgen alles andere als ausgeschlafen. Aber trotzdem nicht weniger motiviert. Es dauerte nicht mehr lange, bis ein Klopfen an meiner Tür ertönte. Licht, bist du wach? Ja, halbwegs. Die Tür öffnete sich und mein Ebenbild betrat das Haus. Zum ersten Mal, seit ich hier angekommen war, wurde er nicht von Lord Ecke beleitet. Unruhige Nacht gehabt? Es war wohl ziemlich offensichtlich, dass ich schon manchmal wacher gewesen war. Ja, meine Gedanken haben mich wach gehalten. Das ist verständlich, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich auch vorgesorgt und wir werden die Suche heute eher nicht beginnen. Zuerst war ich etwas schockiert. Wie die Suche nicht beginnt? Ich muss zurück, so schnell wie es geht. Nur die Ruhe, ich verstehe das ja. Ich habe gestern Abend noch einen Brief an den Gildenmeister geschrieben und abgeschickt. Wenn irgendjemand uns helfen kann, dann er. Ich weiß nicht, wie das in deiner Welt aussah, aber der Gildenmeister ist so weise, dass er sogar Vergangenheit und Zukunft sehen kann. Das ist für mich definitiv neu. Ich meine, zutrauen würde ich es ihm irgendwo, aber er hat nie etwas derartiges getan. Gleichzeitig amüsiert und nachdenklich meinte mein Ebenbild, also ich würde ihm auch zutrauen, dass er es einfach nicht sagt. Sobald du diesen dunklen Gott geschlagen hast, solltest du vielleicht ein paar Nachforschungen anstellen. Recht hatte er tatsächlich irgendwo. Wenn es ein Pokémon gäbe, das übernatürliche Kräfte hat, sie allerdings nie zeigt oder vielleicht nicht mal etwas von ihnen weiß, dann wäre es auf jeden Fall der alte Knuddelhof. Vielleicht würde ich Günthers Rat tatsächlich befolgen und dem Ganzen auf den Grund gehen, sobald der Krieg zu Ende war. Die Zeit dafür würde ich dann definitiv haben. Jeder würde genug Zeit haben. Für alles, was man schon immer machen wollte. Aber auch wenn ich in Eile war, wusste ich, dass mein Ebenbild recht hatte. Wenn der Gildenmeister an diesem Ort wirklich Vergangenheit und Zukunft sehen konnte, dann wäre seine Hilfe das Beste, was uns passieren könnte. So wie ich den alten kenne, wird seine Antwort entweder heute Abend oder morgen früh ankommen. Latios ist losgeflogen, um die Nachricht zu überbringen. Er braucht nicht wirklich lange. Also, für heute kannst du machen, was dir gerade einfällt. Den Schlaf nachholen, dieses Silberdorf genauer erkunden, was auch immer. Ich empfehle dir nur vielleicht einen Bogen um Lat Ecke zu machen. Aber wenn der Gildenmeister sich bereit erklärt, auch zu helfen, dann wird er dir auch vertrauen, da bin ich mir sicher. Für heute solltest du einfach Konfrontation vermeiden. Offensichtlich gab es nicht mehr zu sagen, denn er verließ ohne weitere Worte den Raum. Es ergab sich so natürlich eine gute Situation, um wirklich wieder Energie zu tanken. Allerdings war ich noch nie jemand gewesen, der tagsüber schlafen konnte. Also wäre der Versuch wohl nutzlos gewesen. Letztlich entschied ich mich, je nach Bereitschaft der anderen im Dorf, selber etwas herumzuhören und so die Geschichten der Pokémon dieses Silberdorfes zu hören. Kaum hatte ich das Haus verlassen, sah ich bereits Scheinux und Bulby am Fuße des Hügels sitzen. Sie sahen gerade Funkenherz zu, die auf dem Dorfplatz spielerisch mit Floink kämpfte. Der Stil, mit dem Floink kämpfte, rief alte Erinnerungen zurück. Floink als Floink eben, hatte ich nur ein einziges Mal im Kampf gesehen. Aber trotzdem merkte ich, dass dies nicht sein Kampfstil war, den er damals hatte. Vielmehr sah es aus wie die Kunst, die der dunkle Rächer aus der Schlacht machte. Auch wenn er sich natürlich extrem zurückhielt und das Ganze eben sehr spielerisch anging. Die Reaktion auf meine Erzählung am Vorabend hat mir genau gezeigt, dass in dieser Welt auch der dunkle Rächer nie geboren war. Doch irgendwie war Floink schon immer dieses Wesen gewesen. Als ich ihn so sah, hatte ich das Gefühl, dass der dunkle Rächer auch in dieser Welt lebte. Doch er hatte sich nie dem Wahnsinn gebeugt und war ein erfülltes und glückliches Pokémon geworden. Dinge, die er in meiner Heimat nie hatte erleben dürfen. Doch hier war er immer der Freund geblieben, den ich einst kennenlernen durfte. Darf ich mich dazu setzen? Ich sehe nichts, was dagegen spricht, also gerne. Einen Moment lang saß ich einfach stumm neben ihn und beobachtete weiter die beiden Kämpfenden auf dem Hauptplatz. Wenn es euch nichts ausmacht, ich möchte etwas darüber lernen, wie die Dinge in dieser Welt gelaufen sind. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen, wie ihr euch getroffen habt? Über eure Vergangenheit? Scheinux und Bulby blickten sich kurz an, wirkten aber beide sehr sicher. Natürlich, auch wenn es nicht sonderlich viel zu sagen gibt. Ich habe früher in einer anderen Welt dieses Weltenbaumes gelebt, in einer Stadt namens Schmuckstadt. Ich war Teil der Gilde dort, aber ohne großen Erfolg. Das Einzige, was es mir wirklich gebracht hat, war, dass ich Evie, Seeyong und Spark kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet habe. Seeyong und Spark? Selbst in der anderen Welt war so viel anders als in meiner Heimat. Kannst du mir etwas über die drei erzählen? Evie ist die Anführerin eines Stammes auf dem Waldkontinent. Sie gehört zu einer einzigartigen Spezies. Aber deinen Erzählungen nach weißt du das ja alles. Seit mir tatsächlich irgendwann auch einmal von ihrer Jugendliebe Chillast erzählt, der allerdings in einem Unfall starb. Keiner konnte etwas für ihn tun und Evie war ziemlich am Boden zerstört. Kurz darauf besuchte sie die Gilde, wobei ich sie kennenlernte. Die Reise hatte sie gemacht, um ein paar Tage lang Abstand zu haben und den Verlust besser verarbeiten zu können. Dort hat sie nicht nur mich, sondern auch Spark kennengelernt, der gleichzeitig wie ich ein Rekrut war. Allerdings gingen wir beide kurz darauf von der Gilde ab. Er reiste zusammen mit Evie zu, der er eine gute Freundschaft entwickelt hatte zum Stamm, in dem er anscheinend auch selber aufgewachsen war. Ich habe danach nur noch einmal von ihm gehört. Anscheinend hatte es Evie geschafft, über Chillast endlich hinwegzukommen und sich mit Spark wieder verliebt. Seeyong lernte ich auf einer Mission kennen. Es gibt keine große Geschichte. Ich war ein paar Tage auf dem Eiskontinent. Wir sahen uns jeden Abend in einem kleinen Gasthaus im Dorf, in dem ich mein Lager hatte und er war sehr freundlich, sodass wir etwas Briefverkehr aufbauten. Aber das ist auch abgeabbt, seitdem ich hier bin. Scheinux unterbrach sie. Den Rest übernehme ich. Im Bewusstsein, dass das Dasein in der Gilde nicht viel Gutes mit sich bringen würde, entschied sich Bulby in die Wurzelwelt zu reisen, um Neues zu erleben. Ich habe schon mein ganzes Leben hier in Silberdorf gelebt. Als Bulby dann diese Region erkundet hat, haben wir uns kennengelernt und der Rest ist Geschichte. Und jetzt sind wir hier. Auch wenn ihre Geschichten alle so anders waren, spürte ich genau, dass sie im Herzen auch die Pokémon waren. Die Freunde, die ich kannte. Sie waren die gleichen, gutherzigen und freudigen Wegbegleiter. Funkenherz ist inzwischen etwa vier Jahre alt. Und so energiegeladen, wie sie ist, könnte man beinahe meinen, dass wir hier selber auch so ausdauernd und abenteuerlustig wären, wie in deiner Welt. Ich finde die Vorstellung allein schon seltsam. Dass ich auch aus Schmuckstadt stammen könnte und ich und Bulby uns schon ewig kennen. Ich weiß wirklich nicht, wie wir beide geworden wären. Wäre alles so gekommen, wie du es erzählt hast. Wie standen denn die beiden aus deiner Welt am Ende zusammen? Also, ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber beim letzten Mal, ihr Verhältnis zueinander war ähnlich gut wie eures. Sie waren euch beiden sehr ähnlich. Nur Funkenherz gab es eben nicht. Aber was weiß ich, unser letztes Treffen ist inzwischen irgendwie sechseinhalb Jahre her. Vielleicht haben die beiden in der Zeit ja auch in meiner Heimat eine Tochter. Und wenn ja, dann werde ich sie hoffentlich bald kennenlernen. An dieser Stelle war das Gespräch offensichtlich zu Ende. Aber es gab mir auch wieder etwas zu denken. Ich lebte immer in dem Glauben, dass kein Pokémon grundlegend gut oder schlecht war, sondern von Erlebnissen geformt wurde. Gerade der Vergleich der Floings aus beiden Welten schien mich darin noch einmal zu bestätigen. Doch Bulby und Scheinux? In meiner Heimat waren sich die beiden durch unfassbare Abenteuer und Erlebnisse so nahe gekommen und sind geworden, wie sie sind. Doch in dieser Welt hatten sie nie Abenteuer erlebt. Keine tödlichen Gefahren hatten sie zusammengeschweißt. Alles war anders verlaufen. Und trotzdem waren sie dieselben. Um das zu wissen, hätte ich nicht einmal ihre Geschichte hören müssen. Alleine das Leuchten in ihren Augen sagte alles. Bei allen an diesem Ort fiel mir dasselbe auf. Und bei allen in meiner Heimat. Wenn man Erfahrungen damit gesammelt hat, kann man die Persönlichkeit beinahe jedes Pokémon sehen, sobald man ihnen einfach in die Augen blickt. Ein altes Sprichwort besagt, dass die Augen das Fenster zur Seele seien. Und ich könnte nicht mehr zustimmen. Während all diese Gedanken weiter herumkreisten, bemerkte ich, dass Funkenherz sich wieder zu ihren Eltern gesellt hatte. Offenbar hatte Flonk für den Moment genug gekämpft und wollte sich eine Pause gönnen. Und ich dachte, dass der Zeitpunkt gekommen war, um die Geschichte eines weiteren alten Freundes in dieser Welt zu erfahren. Kapitel 4 Eine innere Dunkelheit Flonk war wohl das Pokémon, dessen Geschichte in dieser Welt mich am meisten interessierte. Und einfach allgemein, nochmal ein normales Gespräch mit ihm führen zu können. Schließlich war er trotz allem lange ein guter Freund für mich gewesen. Bis das Schicksal Flonks Pfade geändert hatte. Doch in dieser Welt hatte sein Leben nie so eine schlimme Wendung genommen. In diesem Moment saß er oben auf dem mir mehr als bekannten Hügel und blickte auf den See, offensichtlich versunkenen Gedanken. Seine Stimmung schien sich sehr schnell geändert zu haben, weil man bedachte, dass er noch wenige Minuten zuvor ausgelassen mit Funkenherz spielte. Ich entschied mich schnell, Scheinungsfamilie, die gerade gemeinsam in Richtung des Dorfrandes ging, sich selbst zu überlassen und mich meinem alten Freund zuzuwenden. Er schien mich erst gar nicht kommen zu hören, denn er wirkte kurz etwas durch den Wind, als ich ihn erreichte. Oh, hallo, Licht, so nennt Günther dich jedoch, oder? Ja, tu der, aber mir ist es relativ egal, wie du mich nennst. Einen Moment lang dachte ich nach, bevor ich eine Frage stellte, die mich durchaus interessierte. Irgendwie erkennt ihr alle mich immer sofort, obwohl ich und euer Günther doch identisch aussehen. Wie wisst ihr immer sofort, dass ich es bin? Naja, es ist simpel. Du bist ziemlich nervös uns gegenüber und Günther ist das genaue Gegenteil. Ich glaube, je länger du hier bist, desto schwieriger wird es für uns. Je länger du hier bist. Ich habe nicht vor, so lange zu bleiben, dass ihr uns nicht mehr unterscheiden könnt. Je schneller ich wieder von hier weg bin, desto besser. Erst nachdem die Worte meinen Mund verlassen hatten, fiel mir auf, wie unhöflich sie klingen mussten. Also verstehe mich nicht falsch, diese Welt ist ein toller Ort und die Leute sind nett, aber ich muss einfach wieder zu meinen Freunden zurück. Entspann dich! Gerade in diesem Gespräch erkannte ich den Floink, den ich aus meiner Heimat kannte, nicht wirklich wieder. Dieser Floink war einfach ruhiger und ausgewogener. Der Floink, den ich kannte, war schon immer relativ explosiv gewesen. Ich verstehe, was du meinst. Deine Heimat ist einfach an einem anderen Ort und du bist ja auch nicht freiwillig hier. Einen Moment lang wusste ich nicht ganz, wie ich antworten sollte. Schnell entschied ich mich jedoch einfach mit dem Thema zu beginnen, wegen dem ich ursprünglich zu Floink gekommen war. Ich würde gerne ein paar Sachen über diese Welt und über eure Geschichten erfahren. Und gerade bei dir wäre ich wirklich gespannt, wie deine Vergangenheit hier aussah. Nach allem, was in deiner Welt geschehen ist, es ist verständlich. So wie ich es verstanden habe, waren du und mein parallelich ja auch gute Freunde, bevor er verrückt wurde, nicht? Ich kann dir gerne erzählen, was du wissen willst, aber erwarte nicht, dass es interessant wird. Meine Geschichte in dieser Welt ist nämlich alles andere als besonders. Aufgewachsen bin ich in Schatzstadt, was du ja auch kennst. Meine Eltern kannte ich allerdings nie, also meine echten Eltern. Ich bin nicht als Weise aufgewachsen, sondern bei Adoptiveltern. Und nicht, dass sie jetzt falsch rüberkommen, so wie ich rede. Die beiden waren für mich immer wie echte Eltern gewesen. Und sie sind für mich Familie. Ich stehe auch immer noch in gutem Kontakt zu ihnen. Aber irgendwann war für mich einfach auch die Zeit gekommen, Neues zu sehen und zu erkunden. Und letztlich hat es mich in Silberdorf gehalten, wo ich viele neue Freunde gefunden habe. Günther, Lord Ecke, Latias, Latios, sie alle. Gerade zwei von ihnen haben mich besonders begleitet. Einer von den beiden war Bisasam. Du hast dir erzählt, dass wir in deiner Welt auch beste Freunde waren. Er war das erste Pokémon, das ich hier kennenlernte und wir waren einfach über Jahre hinweg gute Freunde. Als er damals gestorben ist, es war schon ein schwerer Schlag für mich. Aber ich konnte damit irgendwie auskommen. Einerseits blieben mir nur noch all meine anderen Freunde und andererseits, was vielleicht der Hauptgrund dafür ist, dass ich in dieser Welt nicht in so einen Wahnsinn verfallen bin. Es war einfach zu erwarten. Wir wussten alle schon lange von Bisasams Krankheit und dass sie der Grund werden würde, warum er nicht lange bei uns bleiben würde, war uns auch klar. Inzwischen ist sein Tod sechs Jahre her. Der andere enge Freund, der mich schon lange begleitet, mag etwas ironisch sein, zumindest mit dem Hintergrund deiner Erzählung. Scheinux, auch wenn ein paar Jahre Altersunterschied zwischen uns liegen, waren wir eigentlich schon immer ein Duo auf Augenhöhe. Wie bei Bisasam gibt es auch bei uns nicht wirklich vieles, was extrem bedeutend für unsere Freundschaft gewesen war. Wir sind einfach gute Freunde. Was unser Band allerdings nochmal etwas gefestigt hat, ist, dass ich auch eine relativ enge Bindung zur kleinen Funkenherz habe. Ich habe sie, wie alle aus unserem Kreis, schon vom ersten Tag an gekannt. Aber ich hatte wahrscheinlich noch etwas mehr Einfluss auf sie in den letzten Jahren. Dadurch, dass ich anscheinendungsgute Freunde sind und uns oft sehen, habe ich auch mit ihr nun mal viel Zeit zugebracht. Deswegen stehe ich einfach ihrer ganzen Familie relativ nah. Und das war es an sich auch schon, was ich dir erzählen kann. Ich hoffe, du hast jetzt nichts allzu Spannendes erwartet und meine Lebensgeschichte hat dich jetzt gelangweilt. Nein, ganz im Gegenteil. Einfach mal Geschichten zu hören, die nicht voller Trauer und Krieg sind, ist für mich eine tolle Abwechslung. Außerdem ist es irgendwo auch ein erleichterndes Gefühl, dass zumindest an diesem Ort Flönt das Leben lebt, dass er sich bei mir zu Hause immer gewünscht hat. Danke, dass du mir so viel erzählt hast. Ich war bereits drauf und dran zu gehen, als Flönt mich noch einmal zurückhielt. Ein Moment noch, eine Sache. Weißt du, keiner im Moment weiß wirklich, wie viel sie dir trauen können. Sie sehen, dass du ein gutes Pokémon bist, aber irgendwo zweifeln sie alle noch. Aber auch, wenn du es vielleicht nicht bemerkst. Ich glaube dir jedes Wort, das du gesagt hast und ich stehe auf deiner Seite, egal was kommt, nur damit du Bescheid weißt. Dieser letzte Einwurf kam für mich irgendwie unerwartet. Doch bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, nachzufragen, war Flönt auf einmal verschwunden. Ich entschied mich, es einfach nicht zu hinterfragen, sondern weiterzumachen. Die nächste, über deren Vergangenheit ich etwas erfahren wollte, war Latias. Die Dinge in ihrem Leben mussten auch deutlich anders verlaufen sein, als in meiner Heimat. Schließlich gab es hier auch einen Latias, obwohl er nie durch die dunkle Materie zurückgebracht hätte werden können. Somit konnte er hier nie gestorben sein. Deswegen rechnete ich stark damit, dass wieder einmal die Vergangenheit dieser Welt eine friedlichere und schönere wäre. Auch wenn ich ehrlich gesagt schon neidisch auf diesen Frieden war. Es dauerte einen Moment, bis ich Latias fand. Letztlich konnte Sumpex mir weiterhelfen und zeigte mir eine relativ kleine Hütte am Stadtrand, in der Latias sich offensichtlich aufhielt. Vorsichtig klopfte ich an. Ja, wer ist da? Ich bin's, also Licht. Komm herein. Vorsichtig öffnete ich die Tür und betrat ein ziemlich heruntergekommenes Gebilde. Latias schwebte an der hinteren Wand, an einem kleinen Regal. Es schien das einzige in diesem Raum zu sein, was noch ganz gut in Schuss war. Einige Gegenstände reihten sich in den Holzleisten auf. Was genau sie darstellen sollten, konnte ich nicht erkennen. Was gibt es denn? Warst du auf der Suche nach mir? Mein Fokus wechselte sich wieder zu Latias selber. Äh ja, war ich. Im Moment mache ich im Dorf eine Runde, um etwas über die Schicksale von euch in dieser Welt zu erfahren. Nach allem, was ich in meiner Welt erlebt habe, interessiert mich wirklich, wie anders die Dinge hier sind. Also möchtest du, dass ich dir etwas aus meiner Vergangenheit erzähle? Ja, aber natürlich nur, wenn du auch etwas zu erzählen bereit bist. Kurz, schien sie tatsächlich zu zögern. Doch ihre letztliche Antwort fiel sehr entschlossen aus. Ich habe nichts zu verstecken, also gut. Du hattest dir etwas in die Richtung erwähnt, dass ich und Latias in deiner Welt einst ein Erkundungsteam waren. Hier war das ähnlich, aber wir gaben dieses Projekt sehr schnell auf. Wir merkten schnell, dass es einfach nicht das war, was wir wollten. Außerdem, es ging einfach nicht. Das Erkunden hatte zu viel gekostet. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Sie drehte sich um und blickte auf ein eingerahmtes Bild, welches im Schrank stand. Es war wohl der mittigste der Gegenstände. Es war ein Foto mit drei Pokémon drauf. Latias und Latias erkannte ich sofort. Doch auch ein drittes, kleineres Pokémon war zwischen den beiden. Es sah beinahe gleich aus wie die beiden, hatte jedoch eine rosane Färbung. Weißt du, ich denke tatsächlich, dass es in deiner Welt anders war, aber in dieser Welt gab es einst tatsächlich drei Äonengeschwister. Latias und mich kennst du ja, aber es gab noch eine dritte. Sie war jünger als er und ich, rund zwei Jahre. Ihr Name war Latira. Du siehst sie hier auf dem Foto. Sie war genauso ein Teil des Erkundungsteams wie Latias und ich. In unserem Dreiergespann merkte man immer, dass sie die jüngste und unbeschwerteste war. Sie war vor allem für die Moral sehr wichtig. Etwa so, wie du uns Seemops bei euch beschrieben hattest. Eines Tages entschieden wir uns jedoch in einem berüchtigten Labyrinth einer Expedition zu beginnen. Nach dem alten System legten wir eine Spur zurück, da es erzählt wird, dass niemand, der sich hier an diesem Ort verirrte, je wieder herauskam. Ein antiker, verloren geglaubter Schatz sollte sich am Ende des Labyrinths befinden. Also machten wir uns zu dritt auf die Suche. Anfangs lief eigentlich alles gut. Wir fanden uns relativ gut zurecht, auch wenn das Labyrinth voller eigenartiger Fallen war. Aber irgendwann, wir wissen immer noch nicht, was geschehen ist. Latira war auf einmal einfach weg. Eine Sekunde war sie noch da und in der nächsten war sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir versuchten sie wiederzufinden, aber ohne Erfolg. Wir entschieden uns weiter das Ende zu suchen und hofften, dass sie unsere Spur wiederfinden und damit den Ausgang finden könnte. Wir fanden tatsächlich das Ende und auch den Schatz, von dem so viele redeten, aber es fühlte sich alles wertlos an. Wir verließen das Labyrinth ohne eine weitere Spur von ihr. Erst wollte ich zurückgehen und nach ihr suchen, aber Latios überzeugte mich, dass wir uns nur selber verirren würden und wir nur hoffen konnten, dass sie die Spur und damit den Weg selber finden würde. Wir kehrten schweren Herzens in unsere Heimat zurück und warteten. Tage, Wochen, Monate, Jahre, aber sie kehrte nie zurück. Irgendwann mussten wir beide des schweren Herzens akzeptieren. Latira würde nie wieder zurückkehren. Wir hatten sie verloren. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns entschieden, das Erkunden aufzugeben und auch bis wir uns entscheiden würden, unsere Heimat zu verlassen. Wie sollten wir noch weitermachen, nachdem was geschehen war? Ich brauchte wirklich lange, um den Verlust zu verkraften und Latios erzeigt es nicht wirklich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jemals wirklich darüber hinweg kam. Er wiegt so viel kühler seit damals, aber ich weiß genau, dass er nur seine Unsicherheit verstecken will. Ich habe in dieser alten Hütte Erinnerungsstücke an damals gesammelt und ich kam noch oft hierher, einfach vor die Erinnerung und irgendwo tief in mir habe ich auch noch die Hoffnung, dass sie eines Tages hier in Silberdorf auftauchen wird. Gerade Latias und Latios hatten in dieser Welt wohl die traurigste Vergangenheit, zumindest von denen, die ich gefragt hatte. Ein drittes Äon Pokémon? Ich hatte so etwas noch nie gehört. In meiner Heimat gab es so etwas auf keinen Fall. Und ich fühle mich auch irgendwie schuldig. Weißt du, der Schatz, den wir damals suchten, war eigentlich für mich. Es war ein Megastein. Das Latias Need. Ein Gegenstand, der neue Kraft in mir erwecken könnte. Nur meinetwegen haben wir dieses Labyrinth betreten. Wegen diesem Stein habe ich meine Schwester verloren. Ich war so frustriert und wütend. Ich schmiss den Stein einfach ins Meer. Aber im Nachhinein fühlte ich mich dadurch nur noch schuldiger. Nun war es auch noch alles umsonst gewesen, aber ich kann es nicht mehr ändern. Vielleicht finde ich den Stein eines Tages wieder. Es ist einer meiner größten Wünsche. Inzwischen denke ich über ihn wie ein letztes Geschenk meiner Schwester. Aber wahrscheinlich bleibt auch das nicht mehr als ein Traum. Sie atmete tief durch. Aber das war an sich unsere Geschichte. Wir zogen nach Silberdorf um und lebten seitdem hier. Ich hoffe ich konnte ihr etwas weiter helfen. Ja es tut mir wirklich leid für euch. Wenn ich irgendetwas über diesen Stein erfahre werde ich es dir sofort mitteilen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erst einmal gehen und dich alleine lassen. Sie antwortete nicht mehr und ich verließ die Hütte. Kapitel 5 Licht oder Schatten Ich verließ die Hütte mit den Gedanken noch voll bei Latias und ihrer Vergangenheit als ich bemerkte dass in der Ferne auch der zweite Drache angeflogen kam. Offensichtlich hatte er es extrem eilig. Sekunden später landete er direkt neben dem Günther dieser Welt und schien ihm recht aufgeregt etwas zu erzählen. Erst als Günther zu mir blickte fiel mir wieder ein wo Latias gewesen war. Hatte er etwas über einen Weg für mich erfahren wieder nach Hause zurück zu kehren? Relativ schnell war er fertig und Günther kam sofort zu mir herüber. Kannst du kurz mitkommen? Es gibt Neuigkeiten. Natürlich aber warum mitkommen? Er sah mich ruhig an. Ich glaube es wäre besser wenn nicht jeder zuhört. Komm einfach mit. Selbstverständlich tat ich genau was er von mir wollte und folgte ihm zu dem Haus bemerkte ich wie er sich nervös um sah. Ich verstand es natürlich noch nicht doch gleichzeitig wusste ich dass es nur einen Weg gab den Grund heraus zu finden. Recht hektisch führte er mich zu einer einzelnen Ecke in der Hütte die mich nie wirklich interessiert hatte. Eine Falltür war hier im Boden. Selbst wenn es mich interessiert hätte hätte ich allerdings nichts tun können da die auch der Treppe führte nach unten. Offensichtlich war hier schon lange niemand gewesen. Setz dich. Viel zum Hinsetzen gab es im heruntergekommenen Raum am unteren Ende der Stufen nicht. Eine kleine Art von Bank diente als einziger Ort daher nahm ich mir diese vor lieb. Günther lief nervös im Kreis und wirkte sehr in Gedanken versunken. Was denn los? Kurz atmete er durch. Dann begann er erzähl dir nichts Neues wenn ich dir sage dass Latios wichtige Nachrichten vom Gildenmeister mitbekommen hat. Und diese Nachricht heute war mehr als nur dringend. Das merkte ich allein daran dass er ausnahmsweise mal nicht in Rätseln sprach. Sonst tut der Gildenmeister das bei irgendwelchen Prophezeiungen immer. Aber dieses Mal war es einfach zu wichtig. Warte kurz hier. Ich muss etwas holen. Etwas blieb ich sitzen als er den Keller verließ und die Falltür hinter ihm zu fiel. Wirklich verständnislos wurde ich jedoch erst als ich den Schlüssel klicken hörte. Günther hatte mich eingeschlossen. Hey was soll das lass mich hier wieder raus. Vergiss es du wirst da nicht mehr raus kommen. Die plötzliche Feindseligkeit in seiner Stimme schockierte mich. Was ist los? Schluss mit den dass ich weiß was du vorhast. Der Gildenmeister hat mehr als nur deutlich gesprochen. Der zweite Günther kam in diese Welt um alles zu verzerren an was ihr euch erinnert. Das Zahnrad der Welten ist also dein Ziel nicht? Ich weiß nicht mal wovon du redest. Ich habe keine Ahnung was dieses Zahnrad sein soll. Kurz verstummte mein Ebenbild. Ich war naiv dass ich nicht ich hatte ihr vertraut die anderen auch das uns alle getäuscht. Du wirst so lange da unten bleiben bis ich mich mit dem Gildenmeister besprochen habe und du uns alles gesagt hast was wir wissen wollen verstandene mir reicht es inzwischen mit der Freundlichkeit also denk lieber mal gut drüber nach und versuch gar nicht erst zu flüchten ich pass schon auf dass wir hier immer eine Wache stehen haben ich wollte noch etwas sagen aber ich wusste selber nicht was ich wusste nur dass ich dieses Gespräch nicht so enden lassen konnte doch Günther schien kein Interesse an einer Weiterführung des Dialoges zu haben ich konnte seine Stimme noch hören doch eindeutig war sie dieses Mal nicht an mich gerichtet Lord Ecke kannst du die erste Wache übernehmen ich bespreche mich so lange Stimme eindeutig Lord Ecke war deutlich leiser zu hören jedoch war die Antwort eine klare Zusage natürlich fühlte gerade er sich jetzt gut nun wo sich heraus gestellt hatte dass er im recht war und ich kannte ihn aus meiner Hamart gut genug um zu wissen dass er diese Freude gerade mir gegenüber sehr deutlich machen wollte ich wollte es auf kein Gespräch mit ihm anlegen ich ahnte bereits was das Ergebnis wäre außerdem war ich immer noch ziemlich durcheinander da ich einfach nicht verstand warum Knuddelhoff so über mich lügen sollte schließlich wusste ich ja selber dass ich nicht den Plan hatte irgendwas in dieser Welt anzurichten außer einfach den Weg zurück in meine Heimat zu finden aber meine Chance auf Hilfe aus Silberdorf war wohl nun zu Ende also müsste ich meine Suche alleine bestreiten und davor erst einmal irgendwie aus diesem Keller raus kommen aber nicht nur würden meine Wasser Angriffe sowieso nicht sonderlich viel gegen den Stahl der Falltür ausrichten können gleichzeitig würde auch noch rund um die Uhr jemand Wache halten und auch wenn ich hier nun unschuldig saß mir taten all diejenigen die mir vertraut hatten leid auch wenn ich nichts Unrechtes tun wollte waren sie nun alle in dem glauben und das nachdem viele von ihnen gerade Latias mir ihre ganze Vergangenheit anvertraut hatten ich hoffe du hast es bequem da unten du wirst dann nämlich eine ganze Weile hocken Günther es war nur eine Frage der Zeit gewesen ich schwankte sehr ob ich überhaupt auf ihn eingehen sollte wenn ich nichts täte würde er nach einer Weile gelangweilt sein und mich andererseits dass gerade dieser Lord Ecke derjenige sein würde schien mir doch eher unwahrscheinlich zumindest wenn man von einem konstruktiven Gespräch ausgehen will ehrlich gesagt weiß ich selber nicht warum aber entgegen meiner eigenen Abwägung entschied ich mich letztlich ihm zu antworten könnte besser sein wie lange hat hier keiner mehr sauber gemacht lang genug was denkst du denn wie ob wir den alten Keller noch verwenden Kriminalität ist wirklich nicht die Regel in Silberdorf Lagerplatz haben wir genug das ganze Haus steht ja schon seit Ewigkeiten leer es schon fast antik solltest dich geehrt fühlen wieder wankt ich zwischen den Optionen sollte ich das Gespräch weiterführen und dabei versuchen freundlich zu bleiben sollte ich aussprechen was ich gerade dachte oder sollte ich das Gespräch einfach beenden glaub mir irgendwie finde ich einen Weg euch wenn ich irgendwas vorhätte wäre ich der Erste der das wüsste da bin ich mir sehr sicher ja das ist mir genauso klar wie jedem anderen hier aber du würdest das ja uns nicht verraten und genau das ist ja auch passiert nein ist es nicht ich habe keine Ahnung warum der Gildenmeister so etwas behaupten würde aber ich werde es herausfinden ah stimmt das macht Sinn sicher lügt der Alte ist ja schon fast ein Regelfall glaub mir ich habe ihm schon hunderte Male nicht geglaubt dass er wirklich recht hat und am Ende hat immer alles gestimmt ich weiß zwar nicht wie er es macht aber er ist ziemlich allwissend wenn er sagt dass du Raum und Zeit verzerren willst dann hat er recht und das wissen alle hier im Dorf und dass du nichts Gutes im Schilde führst wusste ich ja sowieso schon also versuch gar nicht erst dich irgendwie raus zu reden an dieser Stelle war letztlich auch der Zeitpunkt gekommen zu dem ich mich entschied das Gespräch zu beenden es hatte keinen Sinn mehr also begab ich mich von der Treppe in den Raum selber und versuchte es mir so bequem wie möglich zu machen eine Nacht müsste ich definitiv erst einmal drüber schlafen bevor ich mit den Fluchtplänen begann zunächst hörte ich noch wie Lord Ecker eine Weile vor der Falltür vor sich hin redete ignorierte es aber so gut ich konnte ich war wohl kurz weggenickt als ich von etwas lauteren Geräuschen und einem Gespräch außerhalb geweckt wurde hey Lord Ecker ich soll für heute die Nachtschicht übernehmen du kannst zu ich wie sehe ich aus denkst du ich mache ich mir einfach die Tür auf und guck zu wie er wegrennt oder was nein nein du du weißt was ich meine also viel Geduld dir bis morgen leise Schritte entfernten sich von der Falltür und andere näherten sich ich hatte auch die Stimme die nicht von Lord Ecke stammte eindeutig erkannt es war Floink in diesem Moment wäre es wirklich von Vorteil gewesen wenn die Falltür durchsichtig gewesen wäre denn ich wollte wirklich wissen wie Floink sich gerade fühlte natürlich konnte ich auch einfach mit ihm reden aber wie er das wohl aufnehmen würde ich entschied mich dazu zunächst einmal etwas abzuwarten im Verlaufe des Abends drangen leise Geräusche vom Dorfplatz hinein offenbar war das ganze Dorf relativ unruhig die ich wusste erst gar nicht wirklich ob das ganze ein Versuch von Floink war ein Gespräch mit mir zu beginnen oder ob er nur mit sich selber redete es geht um mich oder ich riskierte mein Glück einfach mit einer recht neutralen Frage glücklicherweise wirkte Floink tatsächlich sehr gelassen worum sonst nachdem sich die Neuigkeiten herumgesprochen haben schieben alle leichte Panik ich verstehe sie wirklich nicht als könntest du so ohne Hilfe aus dem Keller entkommen und es bewachte dich ja auch immer jemand irgendwie glaubte ich während der letzten beiden Sätze einen leicht amüsierten Unterton in seiner Stimme zu hören es verging wohl noch einige Stunden ich war bereits eingeschlafen als ich mitten an der Nacht von einem gedämpften Klopfen an der Falltür geweckt wurde Günther bist du wach ja jetzt schon was ist so still im Moment mein Herz fühlte sich etwas leichter an als ich merkte dass Florent tatsächlich meine Gesellschaft suchte oder zumindest dachte ich war extrem perplex was genau war Florent Plan wieso würde er mich einfach fliehen lassen trotzdem entschied ich mich zumindest zu den Treppen zu treten und oben an den Stufen sah ich einen Anblick der mich erst schockierte Florent war nicht mehr Florent er war wieder der dunkle Rächer zumindest äußerlich mach dir keine Sorgen erinnerst mich daran was ich dir sagte ich stehe auf deiner Seite vorsichtig trat ich die Stufen hoch ich verstehe deine Sorgen aber du solltest dir nicht zu viel Zeit lassen den dunklen Rächer nanntest du diese Gestalt nicht ich nickte bloß ja diese Gestalt die dunkle Kraft in meinem Inneren ich kann ehrlich gesagt nicht sagen ob sie ein Fluch oder ein Segen ist aber auf jeden Fall spricht sie zu mir erzählt mir von vergessen an Erinnerung die Kraft in mir sagte mir vorm Moment deiner Ankunft an dass jedes deiner Worte wahr ist also war Florent selbst in dieser Welt wahrlich der dunkle Rächer irgendwie fühlt es sich dumm an auf deiner Seite zu stehen aber andererseits fühlt es sich wie das einzig Richtige an Günther ich habe dir gesagt dass ich dir vertraue und das bleibt wahr ich stehe auf deiner Seite also lässt du mich gehen und wie erklärst du das den anderen ich bin nicht dumm genug ihnen das zu erzählen aber sie wissen ja nicht was du kannst und was nicht ich muss bloß ein bisschen niedergeschlagen spielen und schon glauben sie mir dass ich keine Ahnung habe also wirklich ich danke dir Florent und ich werde dich nicht enttäuschen nur hast du irgendeine Idee was ich tun kann wo ich hin soll ich habe immer noch keine Idee von dieser Welt das klingt jetzt vielleicht dumm aber ich denke dass du den Gildenmeister besuchen solltest den Gildenmeister der mich hier als erstes hat einsperren lassen bist du noch bei Sinn immer noch wirkte Florent sich sicher es ist riskant aber bestimmt wertvoll wenn jemand die information geben kann dann er du musst es nur schlau anstellen was wenn der falsche Günther und der echte vertauscht wurden mein fragendes Gesicht sagte genug aus lass ihn glauben dass der zweite Günther den Platz des ersten eingenommen hat und du damit der erste wärst ihr gleicht euch wie ein Ei dem anderen es wird klappen da bin ich optimistisch die Idee klang wirklich logisch und könnte mir vieles bringen gut gut ich werde es tun dann viel Glück dir ich war gerade am aufbrechen als Flönt mich noch einmal stoppte warte eine Sekunde kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen als Gegenleistung tun je nachdem was es ist an sich gerne ich habe dir von meinen Adoptiveltern erzählt oder sie haben mir einen Brief geschrieben sie haben ein altes Familienerbstück wiedergefunden das sie mir geben wollen wenn ich sie wissen lasse dass du es holst kannst du es dann mit nehmen bis wir uns wieder treffen die Aufgabe klang simpel und doch effektiv gerade da ich in Schatzstadt sein würde wo auch seine Adoptiveltern lebten gut das werde ich ich sollte jetzt aber gehen wir sehen uns wieder Flöng im Gehen bemerkte ich wie die Augen des dunklen Rechers in den Farben des normalen Flöng aufleuchteten ich glaube an dich Günther Kapitel 6 aus einem anderen Leben Leise und unauffällig schlich ich über den Dorfplatz ich spürte Flöngs Blick der noch immer in meinem Nacken brannte auch wenn er mir tatsächlich vertraute wusste ich genau dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen war schließlich bedeutete mich freizulassen nicht nur mich zu unterstützen sondern auch seine Freunde zu verraten und gleichzeitig waren all die Erinnerungen die er hatte verschwommen ihre einzige Quelle eine innere wenn ich mir ein paar Sorgen um ihn machte wusste ich dass ich nicht zögern dürfte ich musste schnell von hier weg schnell einen Unterschlupf finden von dem aus ich agieren könnte doch dazu musste ich erst wissen was es in dieser Welt im Vergleich zu meiner gab und was nicht ich hatte bereits eine Idee für einen Unterschlupf doch erst musste ich wissen ob es ihn überhaupt hier gab bereits dann würden sie es durch Floreng wissen ich rechnete damit dass sie von diesem Moment an sofort beginnen würden nach mir zu suchen das heißt ich hatte wahrscheinlich rund ein bis zwei Stunden Vorsprung vielleicht auch drei ich kannte meine Freunde gut genug ich wusste genau wie geschickt sie waren und was ihre Stärken und Schwächen waren dieses Wissen könnte ich natürlich nutzen wenn es relevante Schwächen gäbe die mir gegen mehr als einen von ihnen auf einmal helfen würden das einzige was mir dieses Wissen wirklich brachte war das Bewusstsein dass diese Mission alles aber nicht einfach werden würde ich durfte keine Spuren hinterlassen auch mit falschen Spuren musste ich achtsam sein ich würde sie brauchen aber ich musste es schaffen dass sie nicht bemerkten dass die Spuren falsch waren nicht umsonst hatten wir in meiner Welt so viel zusammen überstanden meine Freunde waren als Gruppe der wohl stärkste strategisch klügste und trickreichste Feind den man überhaupt haben könnte ich durfte mir keinen Fehler erlauben jeder einzelne könnte das Ende meiner Mission bedeuten gleichzeitig wusste ich aber dass ich irgendwo auch Hilfe aus ihren Reihen hatte natürlich könnte Floyd nicht offen gegen sie vor gehen aber ich hoffte durchaus dass er schaffte ihre Suche teilweise unauffällig zu sabotieren und sie vielleicht auf falsche Fährten zu bringen und einen weiteren Vorteil hatte ich auch noch ich war doch sehr sicher dass sie nicht erwarten würden dass ich nach Schatzstadt reiste die Idee wickte so dumm dass ich sie selber ja noch hinterfragte aber ich musste das Risiko eingehen und sollte er mich irgendwie erkennen zwar wusste ich dass Knuddelhof sehr dass er es in einem Kampf mit mir aufnehmen könnte ich war mehr als nur abgehärtet aber im Idealfall würde es dazu gar nicht kommen mein Plan stand bereits so ziemlich fest würde ich es schaffen den Gildenmeister von meiner Geschichte zu überzeugen dann würde ich die Toheido Klippe als Lager nutzen von dort aus würde ich weiter agieren und den Rückweg in meine Welt finden sobald ich von hier weg war sollte auch an diesem Ort wieder Frieden einkehren und es würde ihnen beweisen dass sie im Unrecht waren und wenn der Gildenmeister wirklich so schlau war wie der andere Günther es mir erzählt hatte dann würde er ganz bestimmt irgendetwas wissen mit dem ich arbeiten könnte erst hatte ich gehofft dass ich mit genug Tempo Schatz statt bereits erreichen könnte bevor die anderen überhaupt eine Chance hatten mich einzuholen allerdings fiel diese Option mit der Möglichkeit dass sie sich aufteilen könnten schnell ins Wasser Latias und Latios waren viel zu schnell um dieses Vorhaben möglich zu machen sollte ich vielleicht irgendwo unterwegs einen Unterschlupf suchen vielleicht schon eine Nacht dort verbringen um keine Spuren zu legen während die anderen sich bei der Suche verausgabten es ergibt keinen Sinn überhaupt den Schatz statt ein Lager errichten zu wollen es ist zu offen und jeder Passant könnte Bescheid wissen und dich verraten kurz erschrak ich als die Stimme ertönte allerdings fiel mir dann ein Wessen Stimme dies wohl war ein Teil meiner eigenen Seele würde sich nicht so schnell gegen mich wenden Determination bist du das die Essenz des Hasses ihre innere Stimme klang ungewöhnlich ausgeglichen ich bin die Determination aber nicht die Essenz des Hasses auf dem Turm der Götter haben deine Freunde mir meine wahre Existenz wieder aufgezeigt Hass ist die stärkste Emotion weshalb sie all die Zeit die Dominante von ihnen war jedoch bin ich die Essenz aller Emotion ich wusste bereits dass ich einiges durch meine Besessenheit verpasst hatte die Essenz der Emotion nicht nur des Hasses verändert das etwas an den Fähigkeiten die ich mit deiner Hilfe nutzen kann für viel Empathie war ehrlich gesagt einfach keine Zeit gerade galt praktisches Denken als existiert dann ist sie wahrscheinlich das perfekte versteck so unscheinbar wie sie ist die unterirdische grotte damals hatte sich dort in meinem voll regelkörper die determination offenbart und mir geholfen scheinungs zu befreien ich erinnerte mich noch gut daran wie herausfordernd es gewesen war diesen Ort zu finden sollte sie in dieser Welt wirklich existieren dann hätte die determination auf jeden Fall recht die Höhle war eine sehr sichere zone um mich dort zu verstecken sofort machte ich eine leichte kurve um eher in die Richtung der grotte zu gelangen ich erinnerte mich noch sehr gut an ihre Lage sie war zwar noch etwas näher an Silberdorf als an Schatzstadt aber ich würde ihren Dienst trotzdem sehr gerne an nehmen zudem war ich sehr interessiert an den Möglichkeiten die neue Determination mit sich brachte all die Zeit hatte sie die Macht des Hasses genutzt nun wo sie wieder mit allen Emotionen arbeitete müsste logisch gesehen ihre Wirkung ein Vielfaches haben auch deswegen wollte ich schnell zur Höhle um dort die neue Kraft in mir zu erkunden und kennenzulernen der von Laub bedeckte Boden des Waldes war genauso wie auch bei der Rettung damals gerade das Laub war ein großer Teil des Versteckes gewesen weshalb mich der herbstliche Zustand des Waldes sehr erleichterte auch wenn ich selber den Eingang erst finden musste gerade die Sorge dass es ihn überhaupt nicht gäbe da diese Höhle eventuell in dieser Welt nicht existierte zerrte an meinen Nerven aber nur so lange bis ich eine Falltür im Boden fand natürlich war eine Falltür nach den Ereignissen des Vorteils nicht wirklich das was ich in meinem Leben am dringendsten brauchte aber ich war doch froh sie zu finden und trat ein Florengs Sicht die Sonne war kurz vor dem Aufgehen Günther war inzwischen seit fast drei Stunden weg ich wusste dass die Zeit gekommen war um langsam festzustellen dass er entkommen war zumindest musste es für die anderen so aussehen von daher schnappte ich mir kurz einen Teller mit ein paar Bären und etwas Wasser damit es so aussah als hätte ich mir etwas zu essen bringen wollen noch ein paar Sekunden drei zwei eins Leute kommt schnell der falsche Günther er ist weg gefühlt dauerte es nur einen Sekunden Bruchteil bis viele von ihnen auftauchten jetzt hieß es die Rolle gut spielen der Günther meiner Welt war als erstes bei mir wie weg was ist passiert nun musste ich die verzweiflung darstellen ich ich habe keine Ahnung hat im Keller irgendwann aufgehört geräusche zu machen ich dachte er wäre wohl eingeschlafen und gerade als ich ihm etwas bringen wollte damit er nicht verhungert die Zelle war einfach leer er einfach weg einfach weg verschwunden wirklich Lord Eckes Worte schienen einen Hauch von Misstrauen zu beinhalten ja ich ich saß die ganze Nacht vor der Tür er hätte nicht unbemerkt an mir vorbeikommen können ich dachte ich habe ihn einfach fliehen lassen nun diese Aussage war durchaus wahr aber ich wusste dass meine Freunde sie anders interpretieren würden als sie wirklich geschehen war es ist nicht deine schuld Floreng werden wohl nicht damit rechnen sollen dass bei diesem kerl nichts übernatürliches im spiel ist jackpot ich hatte meine tat indirekt gestanden und damit das perfekte alibi geschaffen nun musste ich meine rolle nur noch weiterspielen günther war schnell dabei zu handeln also gut wir haben keine zeit zu verlieren wir machen uns auf die suche kommt alle mit wir floreng du musst nicht mitkommen ruht ich vielleicht lieber etwas aus nein er ist meinetwegen entkommen ich komme auf jeden fall mit die blicke meiner freunde zeigten mir ich hatte meine rolle überzeugend gespielt sie vertrauten mir voll und ganz nun lag es also an günther nachdem ich es mir in der höhle bequem gemacht hatte hatte ich viel mit meinen neuen fähigkeiten experimentiert es war ähnlich wie ich mit genug fokus konnte ich nun farbkugeln erschaffen die mich umkreisten eine berührung mit einer von ihnen gab mir die kräfte einer emotion aber ich konnte sie nicht endlos verwenden die emotion brauchten alle eine weile um sich wieder zu aufzuladen insgesamt standen mir nun fünf fähigkeiten zur auswahl die die determination mir folgendermaßen erklärt hatte die fünf wichtigsten emotion die ich kontrolliere kannst freude hoffnung liebe hass und trauer sie sind in ihren kugeln ähnlichen farben zugeordnet wie deine seelensplitter die gelbe kugel ist die der freude die grüne die der hoffnung die pinke die der liebe die rote der hass und die blaue die trauer jede von ihnen verhält sich anders die freude ist kampftechnisch gesehen die ausgeglichenste emotion sie verstärkt all deine attribute ein verteidigung steigen allesamt minimal an die liebe ist simpler aber effektiv sie braucht eine ganze weile um wieder aufgeladen zu sein aber sie heilt deine wunden ein wenig hoffnung verleiht im bildlich gesehenen flügel so auch hier sie hebt ausschließlich deiner agilität und deiner sprungkraft den hass kennst du bereits eine vollkommen offensiv ausgelegte emotion deine defensiv und geschwindigkeit leiden aber die offensive profitiert enorm die trauer ist die defensivste option sie verstärkt vor allem diese sie ist gerade sinnvoll um wartezeit für die liebe zu überstehen als krieger emotion hast du unfassbare macht aber du musst diese macht perfektionieren es gibt keinen schwierigeren kampfstil auf dieser welt als den der emotion du musst wissen wann du welche emotion wie nutzen möchtest denn eigentlich alle emotionen können falsch genutzt auch dir schaden die liebe benötigt einen moment und kann dem gegner viel angriffsfläche bieten hoffnung senkt die defensivkraft trauer macht dich offensiv sehr schwach alles muss taktisch und zu seiner zeit genutzt werden lerne damit umzugehen diesem rat folgte ich sogleich und trainierte für stunden ich machte mir keine sorgen dass mich jemand hören könnte schließlich befand ich mich viele meter unter der erde ich hatte wirklich das gefühl den dreh schnell raus zu bekommen und ich merkte schnell wie mächtig diese Fähigkeit wirklich war ich wusste zwar nicht genau ich die Höhle wieder verließ aber vorher mehr training zumindest trainierte ich so lang bis ich ein eigenartiges Geräusch hörte die Falltür ich verstummte sofort und hörte Schritte die die Treppe hinunter traten hatten sie mich schon gefunden war ich zu unvorsichtig gewesen war es vielleicht jemand anderes und wenn ja war dieser jemand mir friedlich gesinnt ich verbarg mich im schatten um die lage erst einmal zu analysieren und ich sah das pokémon welches die treppe hinunter schrieb es ging zur zerbrochenen kette an der wand die derjenigen die scheinungs einst gehalten hatte exakt glich und genau dieser blickte sie auch an scheinungs aber er war alleine hier war es hier hat er mich gehalten ich spitze sofort die ohren hier ich dachte in dieser Welt geschehen günther ich weiß dass du hier bist du brauchst dich nicht mehr zu verstecken ich komme in Frieden es hatte offensichtlich keinen Sinn in meiner Ecke zu bleiben und so trat ich hervor was willst du ich werde mich nicht ergeben bleib ruhig ich sagte doch ich komme in Frieden ich habe mich weggeschlichen während die anderen schliefen sie haben keine Idee dass ich hier bin ich möchte mich anschließen kapitel 7 der wahre Gildenmeister ich möchte mich dir anschließen was wirklich wieso das denn auf einmal kurz zögert er mit seiner Antwort weißt du in mir ist ein Wesen nein dieses Wesen bin auch ich eine zweite Seite und ich ach ich lasse ihm die Lage selber erklären Blutklinge Blutklinge ich hatte dieses Wort noch nie zuvor gehört doch alleine der Wortlaut klang unfassbar bedrohlich und als Scheinux sein Aussehen von Grund auf veränderte verbesserte sich mein Gefühl nicht gerade er sah Darkrai nun wirklich ähnlich ich grüße dich mein Freund endlich sehen wir uns einmal in dieser Gestalt du brauchst dir keine Sorgen zu machen letztlich bin auch ich Scheinux ich stehe auf deiner Seite sogar mehr als meine andere Hälfte denn ich habe Erinnerungen deren Existenz der Herr nicht wollte wer bist du ich war noch sehr misstrauisch dem Schattenwesen gegenüber ich sagte es dir doch bereits Scheinux auf einer großen Reise in der dunklen Welt auf der Suche nach dir wurde ich endlich freigesetzt ich beherberge Scheinux finstere Kräfte dieses Stück erhob das Langschwert in seinen Händen an dies ist Blutklinge ein legendäres Artefakt in der Welt der Pokémon es ist das wohl mächtigste Schwert welches je geschmiedet wurde geformt aus den dunkelsten Schatten der Nacht und den Seelen der Unterwelt nur wenige können es führen und derzeit bin ich sein Meister es gibt mir die Macht über die Dunkelheit was auch den dunklen Gott daran hinderte meine Erinnerung zu nehmen und deshalb weiß ich dass alles was du sprichst die Wahrheit ist in der dunklen Welt das Wesen musste von der Reise zum Turm der Götter reden aber sie war doch nicht in dieser Welt geschehen war dieses Wesen mächtig genug um die Erinnerung seiner Parallelversion anderer Welten mit sich zu tragen doch egal was genau die Begründung nun war im Moment war es für mich rein von Vorteil es brachte mir gleich einen zweiten Mitstreiter ein der Träger Blutklinges änderte seine Form hoff ich ich vertraue diesem Wesen in mir wirklich und deswegen vertraue ich auch dir und auch wenn es sich schlecht anfühlt meine Freunde zu belügen gerade Floink und natürlich Bulby er ist wirklich am Boden zerstört weil du unter seiner Wache geflohen bist nun das zeigte mir schon mal dass er einen wirklich guten Job geleistet hatte dann kann ich dich beruhigen er übertreibt nur er hatte mir bereits versprochen dass er es schaffen würde euch zu überzeugen aber er hat mich gehen lassen er schauspielert was Floink hat dich gehen lassen meinst du das gerade im Ernst warum sollte er das denn tun erinnerst du dich an meine erzählung über seine dunklen Kräfte nun ähnlich wie du hat auch er sie in dieser Welt und sie geben ihm die Erinnerung ihr beide handelt aus denselben Gründen und wenn du mir wirklich auch helfen willst dann steht ihr auf derselben Seite es war offensichtlich dass Scheinux nicht mit dieser Offenbarung gerechnet hatte also tatsächlich ich werde versuchen mit ihm darüber zu reden sobald ich einen passenden und unauffälligen Moment finde ich muss zugeben es macht das Ganze für mich doch deutlich angenehmer so fühle ich mich doch zunächst wirkte er recht niedergeschlagen aber schnell kehrte die Entschlossenheit in seinen Blick zurück sie werden es verstehen sobald sie die Wahrheit kennen aber egal was passiert ich werde dir helfen aber ich werde niemandem von ihnen schaden schon gar nicht Bulby oder Funkenherz glaub mir das will ich auch nicht und erwarten tue ich es sowieso nicht ich denke die effektivste Hilfe wäre es wenn Schatzstadt reisen also versuch einfach sie von dort fern zu halten Schatzstadt während der Gildenmeister dort gegen dich steht ja ich weiß es klingt dumm aber die Idee kam von Floink er meinte der Gildenmeister wüsste am ehesten wie ich zurückkehren könnte ich werde versuchen ihn davon zu überzeugen dass ich der eigentliche Günther dieser Welt bin und vom Nachahmer abgelöst wurde ähnlich wie ein Versuch ist es wohl wertschätzig aber sei besser vorsichtig ich sollte dann auch besser wieder verschwinden es fällt auf wenn ich noch weg bin wenn die anderen erwachen viel Glück ich werde mich mit Floink austauschen ich werde alles geben vielen Dank für deine Hilfe Scheinux und so verschwand er wieder ich entschied mich den Schlaf den ich durch das Training und das Gespräch nun schon wieder vernachlässigt hatte über den Tag nachzuholen und gegen Abendschatz statt zu bereisen als ich wieder aufwachte und die Höhle verließ stand die Sonne bereits nahe dem Untergang ich würde wohl erst nachts ankommen was aber nichts ändern sollte ich fühlte mich frisch und mehr als bereit für meine Mission also begann ich mit der Wanderung wie bereits erwartet war die Sonne bei meinem Eintreffen bereits unter gegangen einige Pokémon trieben sich noch auf den Straßen herum doch ignorierten mich eigentlich alle ich steuerte direkt die Gilde an und bemerkte schnell dass sie anders aussah als in meiner Heimat das Zelt an der Oberfläche stellte hier kein Pokémon dar es war einfach nur schwarz entschlossen trat ich auf das Gitter jetzt durfte ich keine Unsicherheit zeigen zunächst wollte das Pokémon am Gitter mich nicht mehr einlassen aufgrund vor dem Büro des Gildenmeisters erst jetzt schoss mir ein Gedanke durch den Kopf ein Gildenmeister mit all diesen Fähigkeiten dieses eigenartige Zelt was wenn Knudelhoff an diesem Ort gar nicht der Gildenmeister war ich meine ich war die ganze Zeit davon ausgegangen auch wenn er es in meiner Welt nicht mehr war da Günther erzählt hatte dass er auch sein Gildenmeister gewesen war dass er es immer noch war aber was wenn Knudelhoff in dieser Welt nie Gildenmeister war es gab nur einen Weg das heraus zu finden und so trat ich ein all meine Pläne die auf einen selbst sicheren Auftritt basierten brachen sofort beim Eintritt ins Büro zusammen ich versuchte mein bestes doch es war schwer mir in seinem Angesicht nichts anmerken zu lassen von all den doch auch die Zukunftsvision ergab nun Sinn Darkrai von all den Pokémon guten Morgen alter Freund was führt dich denn zu mir so kurz nach den großen Neuigkeiten in Silberdorf habt ihr euch um den zweiten Günther gekümmert ja nein wir haben es probiert Gildenmeister aber er ist nachts ausgebrochen und hat meinen Platz eingenommen jetzt hat er sich mit ihnen verbündet um mich zu jagen sofort bemerkte ich Amüsement in Darkrass Augen Gildenmeister so hast du mich ja seit deinem Abschluss nicht mehr genannt wie kommst du denn da auf einmal wieder zu na toll super Einstieg für mich na ähm weil er unterbrach mich sofort komm lassen wir es sein wir können noch Stunden so weitermachen aber ich weiß dass du nicht der Günther bist den ich aus dieser Gilde kenne was führt dich hierher offenbar war Darkrass dieser Welt ähnlich gewitzt wie auch in meiner Heimat doch was mich überraschte war sein ruhiges friedfertiges auftreten nur die Ruhe ich bin nicht dein Feind nicht mein Feind deswegen verbreitest du Lügen über mich und lässt mich einsperren tatsächlich wirkte er verzweifelt ich wusste du würdest nicht verstehen wisst ihr überhaupt in welche Lage ihr mich hier bringt weißt du was das Problem ist Günther was ich sage stimmt du weißt es nur selber nicht und doch bist du im recht er aber auch dieser moralische Zwiespalt zehrt so sehr an mir deswegen helfe ich beiden seiten weil ich mich unmöglich auf eine stellen kann es ist trotzdem eine lüge ich will dieser Welt nicht schaden ich will nicht Raum und Zeit verzerren ich will einfach nur nach hause ich weiß und das ist der Konflikt um in deine Heimat zu kommen musst du diese Welt vernichten und weißt du weshalb diese Welt ist deine Heimat ich möchte ganz ehrlich bleiben es hätte für mich definitiv schockierendere Enthüllung geben können nach all den Ereignissen hatte ich bereits einen Verdacht gehabt denn dunkle Kräfte hin oder her wie sonst hätten Scheinux und Fleung Erinnerungen aus meiner Welt haben können die einzige Möglichkeit wäre dass sie sie immer besaßen und der dunkle Gott ihnen alle Erinnerungen genommen die Dunkelheit in ihnen behielt jedoch das Wissen ist das auch der Grund aus dem ich sie verzerren muss um sie wieder normal zu machen nun wenn du es simpel ausdrücken möchtest dann ja diese Welt entstand als der dunkle Gott Raum und Zeit verzerrte es ruft alte Erinnerungen zurück nicht am Anfang von Bulbys und Scheinux große Reise bekam sie eine düstere Prophezeiung Raum und Zeit würden kollidieren unter Einfluss des mächtigsten Wesens und nun ist es geschehen einschluss zog ich schnell aus dieser Logik der die Lage noch einmal verschlimmerte warte aber wenn all meine Freunde wirklich sie selber sind Floink er selber ist dann bist du auch der Darkrai den ich kenne ein finsteres Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus ja tatsächlich hast du recht wir haben uns schon oft getroffen Günther und wie hast du deine Erinnerung behalten wenn alle anderen das nicht haben ich war doch nicht in dieser Welt als es geschah selbst Floink war zumindest noch zum Teil hier doch ich nicht ich war im Void und nun wurde ich an diesen Ort gebracht dann beantworte mir diese eine Frage warum sollte ich dir auch nur ein Wort glauben ganz einfach was hast du für eine andere Wahl ich kann dir mehr sagen wie du den Normalzustand wieder herbeiführen kannst mehr als das ich bin sogar bereit dir zu helfen die Frage steht immer noch du siehst es immer noch nicht oder Günther ich wollte von anfang an nichts als die Gerechtigkeit weißt du warum der Weltenbaum brennen sollte damit der dunkle Gott niemals erwacht seine Auferstehung war vorhergesehen ich wollte dass der dunkle Gott nicht erwacht um alle Weltenbäume zu vernichten einen zerstören alle anderen retten das war mein Ziel aber ihr habt es alles umsonst gemacht stattdessen muss es nun mein Ziel sein ihn zu stoppen ein Ziel nun ein Ziel dem sogar du folgst nicht wir haben ein gemeinsames Ziel hatten es schon immer aber erst jetzt kannst du es sehen denn wir hatten unterschiedliche Wege es anzugehen der Krieg in der Menschenwelt hat es gezeigt Darkrai hatte immer geglaubt ein Held zu sein vereint mit dieser Geschichte es machte Sinn es machte viel Sinn war Darkrai wirklich gut gewesen von Anfang an oder sagen wir es anders er hatte gute Ziele doch eine schlechte Umsetzung Idee doch auch wenn ich nie dachte dass ich dies je sagen würde ich vertraute ihm gut was muss ich tun um diese Welt zu entzerren nun es ist simpel du erinnerst dich an das verlorene land an diesem ort gibt es in dieser welt nicht nicht nur den zeitturm der zeitturm ist tatsächlich der unbedeutende teil dieses ortes das mächtigste einflussreichste monument aller welten steht nun dort die sternen licht spitze ein turm der raum zeit und traum steuert in ihm befindet sich das zahnrad der welten dieser gegenstand kann die welt entzerren doch nur auserwählte können die sternlicht spitze betreten und da gehörst du nicht dazu nur ein anderes ich aber du kannst dir zutritt verschaffen du benötigst dazu nur ein stück des licht herzens ein altes artefakt des lichtes viele sagen dass es mit dem reinen element zusammenhängt ein alter freund von mir hat es also in dieser welt sind wir zumindest freunde aber egal günther geh in den wald direkt hier bei schatz statt dort ist ein sperrgebiet wenn du ihnen zeigst dass ich dich schicke geben sie dir dort das stück welches du benötigst anschließend kannst du mit lapras ins verlorene land reisen sollte er zweifeln zeige ihm einfach das stück des licht herz dann musst du nur noch die stern licht spitze erklimmen klingt recht simpel meinst du nicht nun ich musste ihm recht geben es klang doch sehr einfach aber ich wusste selber dass es nur so klang wo ist der haken reicht es dir nicht von deinen alten freunden gejagt zu werden ach und glaub ja nicht dass ich dir aktiver helfen werde ich hab's dir gesagt ich kann es nicht vertreten mich auf eine seite zu stellen also müssen meine anweisung und meine hilfestellung wohl ausreichen und das hier wie aus dem nichts erschuf er eine art kristallsplitter der zweck dieses stück ist simpel es beweist dass ich dich sende zeige es in der ehemaligen militärzone vor dann wird es keine probleme geben ich nahm das kristallstück an mich während dacra mich seltsam ansah was fühlt es sich nicht seltsam an wir standen uns ewig als feinde gegenüber doch nun auf dieser letzten reise stehen wir endlich auf einer seite es ist ein interessanter ausgang der dinge aber fürs erste musst du alleine reisen doch glaube mir ich bin mir sehr sicher dass der dunkle gott sein gesicht bereits in dieser version der welt zeigen wird die letzte schlacht steht kurz bevor und ich werde da sein wenn die zeit gekommen ist auch wenn wir nun wohl wahrlich verbündete waren hatte ich darkrai nicht viel zu sagen du bist seltsam darkrai ich weiß das ist meine strategie es macht mich undurchschaubar ich wusste dass er damit recht hatte und mir wurde jetzt wieder wirklich erst klar was für ein durchtriebenes pokémon darkrai wirklich war doch vor allem war er so vorausschauend dass es beinahe gruselig war er war immer ein so unfassbar gefährlicher feind gewesen allein dadurch dass es wirkte als würde er jeden unserer schritte im voraus kennen und ich spürte genau auch sein jetziger feind war seinem strategischen geschick nicht gewappnet gewesen der besuch beim gildenmeister war alles außer voraus sehbar darkrai war nun wieder ein teil meiner reise doch so sehr ich es selber nicht glauben kann diesmal als freund kapitel 8 verräter in den eigenen rein schein ucks sicht anscheinend hatte ich mehr zeit bei günther verbracht als ich gedacht hatte als ich wieder am lager war war die sonne bereits am aufgehen auch wenn glücklicherweise noch beinahe alle schliefen die einzige die schon munter war war funkenherz wo warst du papa warum bist du einfach verschwunden sie war offensichtlich sehr darauf bedacht die anderen nicht aufzuwecken was mir nur recht war ich bin vorhin aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen ich habe bloß einen Spaziergang gemacht um mich etwas zu lockern ich lasse euch schon nicht allein keine angst glücklicherweise schien sie absolut kein problem an meiner geschichte zu sehen und fragte nicht weiter nach es dauerte anschließend nicht mehr lange bis die anderen auch aufwachten flunk wirkte ziemlich durch den wind aber ich wusste inzwischen ja dass er nur schauspiel hatte zumindest dachte ich das aber anscheinend ging es ihn gerade nicht um günther alles okay bei dir flunk du siehst nicht so ausgeschlafen aus irgendein seltsamer traum keine ahgen aber keine ahgen was das sollte ich habe mich und bis asam gesehen wir haben gegen irgendwas gekämpft irgendein dunkles etwas nach dem ganzen stress gestern und vorgestern ist es denke ich nicht ungewöhnlich dass du seltsame träume hast das wird schon wieder er wirkte nicht so recht überzeugt naja vielleicht aber irgendwie fühlt es sich sehr danach an als wollte der traum mir einfach irgendetwas zeigen schnell improvisierte ich ich sah dass es eine chance für mich gab dunkles wesen sagst du ich habe vorhin als ich spazieren war weil ich nicht schlafen konnte etwas komisches gesehen ich kann es dir zeigen vielleicht hilft es ja zuerst wirkte mein Freund recht verwirrt stimmte aber schnell zu ich meine schaden kann es ja nicht also gehen wir jetzt danach suchen haben wir nicht eigentlich andere Prioritäten es dauert nicht lang am besten gehe ich nur kurz mit Florent hin und ihr bereitet euch schon mal auf die weiter reise vor dann verlieren wir keine Zeit alle schienen sich auf diese Idee einigen zu können perfekt zusammen mit Florent brach ich auf zunächst folgte er mir stumm bis ich nach wenigen minuten fußmach stoppte das reicht wir sind weit genug äh ich sehe hier aber nichts wo ist denn das was meinem Traum vielleicht erklären könnte also das habe ich mir ausgedacht tut mir leid ich habe eine Gelegenheit gebraucht um unter vier Augen mit dir zu sprechen ein Hauch von nervösität zeigte sich er vermutete wohl schon dass ich bescheid wusste wozu das denn reden wir nicht lang drum herum ich weiß dass du Günther hast gehen lassen er wirkte ziemlich panisch das das stimmt nicht ich beruhige dich ich stehe auf eurer Seite ich habe heute Nacht Günther besucht und mit ihm geredet ich werde euch auch helfen und dich deshalb definitiv nicht verraten meinst du meinst du das im Ernst ja er hat mir alles erzählt du hast auch dunkle Kräfte in deinem Inneren die dir die Wahrheit offenbart haben nicht in dem in dem Punkt treibt uns dasselbe an aber wie ihr sagt es ging mir bei diesem kurzen trip nur darum dir zu sagen dass wir auf derselben Seite stehen oder dass die anderen es mit bekommen das er atmete kurz auf das ist wirklich toll als in Schatzstadt war als ich mit ihm gesprochen habe hat er noch geplant dorthin zu gehen also wird er noch nicht da gewesen sein hoffen wir dass er mit dem Geldmeister klarkommt wir sollten langsam zurück denkst du nicht Günthers Sicht mit Darkrai als neuen Freund ging die Reise nun weiter der Ort den ich als nächstes besuchen wollte war wirklich nicht weit von Schatzstadt entfernt aber trotzdem hatte ich noch etwas in der Stadt zu tun bevor ich mich in den Wald aufmachte ich hatte Floreng immerhin ein Versprechen gegeben auch wenn es sich ehrlich gesagt nicht so toll anfühlte warum sollte gerade ich sein Familien Erbstück für ihn holen was wenn wir uns nicht noch einmal trafen er würde dieses Stück nie erhalten doch je mehr ich darüber nachdachte Floreng war offensichtlich bei seiner Rückkehr in diese Welt wirklich wieder gewesen wie damals als ich ihn kennen lernte und wenn ich ihn richtig einschätzen konnte dann konnte ich mir durchaus vorstellen dass ihm das Stück selber recht egal war und er es nicht schlimm fände es nie zu erhalten wie ich ihn kannte war es eher ein Zeichen von Optimismus und Vertrauen welches sein Bewusstsein über unser Wiedersehen zeigen sollte und wenn ich das richtig einschätzte dann würde ich definitiv alles dransetzen diese Hoffnung zu erfüllen naja nachdem ich das Stück überhaupt erhalten hatte mir fiel hierbei auf dass es wohl Sinn ergeben hätte wenn Flöng mir erzählt hätte nach wem ich überhaupt Ausschau halten sollte allerdings wurde diese Frage schnell beantwortet da ein Planers mich auf meiner Runde durch die Stadt ansprach Entschuldigung du bist nicht zufällig Günther oder ja genau der bin ich warum denn dann musst du der jenige sein den Flöng in seinem Brief erwähnt hat du suchst wahrscheinlich wegen dem Erbstück nach mir oder ja ja das stimmt ein Glück dass ich ihn nicht selber finden musste denn ehrlich gesagt hatte ich bereits vergessen dass Flöng ein Adoptivkind war und dementsprechend hatte ich Zunächst war ich sehr perplex äh wenn ich fragen darf was ist denn das für ein Stein was ist denn die Geschichte dahinter kurz zögerte Planas antwortete schließlich jedoch sag es ihm bitte nicht weiter aber ehrlich gesagt ist Familien Erbstück eine sehr übertriebene Beschreibung von diesem Gegenstand meine Mutter hat diesen Stein irgendwann am Strand gefunden und mir gegeben vor nicht einmal langer Zeit also zumindest nur zehn ich nenne das Ding Familien Erbstück weil es das ja vielleicht noch werden könnte außerdem wirkt es dann bedeutender also bitte bring es einfach zu Flöing ja auch wenn ich es nicht aussprach wusste ich bereits sehr sicher ich würde das nicht tun dieser Gegenstand gehörte nicht zu Flöing und er würde das auch mehr als nur verstehen da war ich mir zu 100% sicher dieser Stein würde Denn die Aura des Steines war eindeutig das Latias Niet Latias verlorenes letztes Geschenk Niemandem sollte dieser Stein gehören wenn nicht ihr Schein und Sicht Ein paar Stunden waren erst vergangen seitdem ich Flöing zur Seite gezogen und ihm die Wahrheit erzählt hatte Die Stunden seitdem hatten sich etwas leichter für mich angefühlt Unsere Suche schien nicht wirklich voranzuschreiten Wir gewesen Doch an diesem Tag merkte ich während der Reise durchgehend dass irgendwas in der Luft lag Gerade von unserem Günther ging eine sehr schlechte Laune aus Woran das wirklich lag konnte sich keiner von uns wirklich erklären Bis zum Abend zumindest Wir saßen alle zusammen am Lagerfeuer und redeten ein wenig Günther war die ganze Zeit dabei komplett stumm Oder zumindest für eine ganze Weile Irgendwann schien Er schaffte es mit diesem Satz sofort alle von uns ruhig zu stellen Gerade durch seinen Tonfall So wie er es aussprach war es eher eine Drohung als eine Bitte Keiner traute sich noch ein Wort zu sprechen bis er fort fuhr Gut Endlich hab ich hier mal die Ruhe zu sprechen Also guckt euch mal das hier an Er legte ein Stück Papier in unserer Mitte Ein säuberlich geschwungener Text welcher sich über das ganze Blatt erstreckte machte eindeutig dass der Text von einem alten Bekannten stammte dem Gildenmeister Als ich daran dachte dass Günther ihn besuchen wollte lief mir ein Schauer über den Rücken Hat er ihn erkannt Dacrae war schon immer unfassbar schlau gewesen Doch andererseits wenn der Brief aussagte dass Dacrae Günther gefasst hätte Warum wäre Günther dann so schlecht gelaunt Kommt einer von euch soll den Brief doch mal für alle vorlesen Lord Ecke Übernimm du das doch Selbst Günthers bester Freund wirkte ziemlich eingeschüchtert Äh ja natürlich Er an das Stück und las die Worte des Gildenmeisters vor Günther mein Freund Ich habe bereits die Neuigkeiten aus Silberdorf erfahren Der zweite Günther ist also wahrlich entkommen Doch habt ihr erwartet dass ein Pokémon das eure ganze Welt bedroht sich in einem Keller einsperren lassen würde Ein Gegner wie er ist sehr mächtig Lasst euch eure eigene Kraft nicht über den Kopf steigen Und vor allem Günther mein Freund Achte auf alles was in deiner Umgebung vor sich geht Dein Ich aus einer anderen Zeitlinie weiß genau wie er den richtigen Nerv der trifft die am besten Selbst unter den Deinen gibt es jene die nicht zu dir stehen Dein Freund Darkrai Darkrai wusste von mir und Floink aber er hatte unseren Namen nicht genannt Der Brief kam mir ehrlich gesagt im Gesamten sehr verdächtig vor Aus sicherer Quelle wusste er von den Verrätern nannte jedoch keinen Namen Er weiß selber dass Günther kein Nachahmer ist aber es würde doch keinen Sinn ergeben wenn und doch klang es ganz danach als würde Darkrai selber auf der Seite des anderen Günther stehen und Verdacht von sich weisen wollen es ergab so viel Sinn Darkrai hatte Günther erkannt aber sich ihm angeschlossen je mehr ich darüber nachdachte desto sicherer war ich doch natürlich wussten das alle anderen nicht sondern Panik brach aus hört ihr ist hört ihr für jeden einzelnen von euch hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt und jetzt das einer von euch dankt mir all meine Mühe mit Verrat tatsächlich schien er sich direkt zu beruhigen aber andererseits wie viel Schuld liegt tatsächlich wirklich bei dir wer auch immer du bist dieser Kerl kann gut reden schließlich hat er uns alle getäuscht offenbare dich jetzt und wir regeln das ganze friedlich du musst einfach deinen Fehler einsehen ich bezweifelte stark dass er mit einer Antwort rechnete und er bekam auch keine nun gut wenn es so sein soll ich werde den Verräter finden egal was es kostet das könnt ihr mir glauben offensichtlich auf der Suche nach Zeit für sich verließ Günther unseren Kreis aber die Debatte begann jetzt erst richtig wir müssen das so schnell klären wie es irgendwie geht und ist sowieso einfach ich meine wir alle stehen treu zu Günther aber in unseren Reihen gibt es nun mal noch ein Pokémon das sich sehr einfach beeinflussen lässt Funkenherz sie muss eindeutig das Pokémon sein Eigentlich eigentlich hatte ich wohl kein recht dazu aber diese Anschuldigungen Lord Eckes waren wirklich eine Frechheit in meinen Augen bevor Funkenherz selber beging konnte sich zu verteidigen tat ich es bereits war jetzt nicht noch einmal meiner Tochter so etwas vorzuwerfen Wulpix sie ist ehrlicher als du es jemals sein könntest und warum stellst du dich so dazwischen weißt du mehr als du zugibst Scheinux willst du nicht dass sie schlecht dasteht oder bist du etwa selber der verräter warum ich mich dazwischen stelle vielleicht weil du gerade meine Tochter beschuldigst alle hier zu verraten warum bist du gleich so aggressiv willst du selber von etwas ablenken oder was ist das Problem ich merkte dass Bulby und Funkenherz die beide hinter mir standen recht angespannt wirkten ich glaube nicht dass lot ecke etwas mit dem verrat zu tun hat aber deine schlüsse sind trotzdem extrem vorschnell und scheinungsreaktion nur angemessen ich kann nicht glauben dass jemand von uns so etwas tun würde wie können wir wissen dass vielleicht nicht Darkrai unrecht hat wenn wir schon früher bezweifelt hätten wären wir heute alle tot hatte nie unrecht und Günther weiß das ihr alle wisst das einer von uns ist ein dreckiger verräter die allgemeine einstellung war tatsächlich ein riesiger vorteil für flonk und mich denn alle waren sich offenbar einig dass der verräter alleine war und wenn flonk und ich einander deckten würde das beide von uns ausschließen und ich wir sollten hier ruhen alle schienen dem plan folgen zu wollen auch wenn die angespannte stimmung noch deutlich zu spüren war die mitglieder unserer gruppe hielten mehr abstand zueinander als sonst und legten sich großteils alleine an stellen am rand der lichtung die einzigen die zusammen blieben waren bulby funken herz und ich auch floink hielt keinen zu großen abstand zu uns ich merkte schnell wie niedergeschlagen meine familie wirkte und ich wusste genau egal was ich gerade tat mein wichtigster job war es immer noch familienvater zu sein sie brauchten mich macht euch keine sorgen keinem von euch wird etwas passieren ich verspreche es solange wir alle einander vertrauen können wird alles gut natürlich vertrauen wir alle einander ihr beiden seid die einzigen denen ich bedingungslos vertraue aber ich mache mir doch sorgen selbst wenn der verräter keinen schaden anrichtet was ist mit lot ecke ich habe angst dass er funken jetzt etwas antun könnte ich drückte meine partnerin an mich wenn er auch nur daran denkt wird er es bereuen ich werde ihm auge behalten aber latias hat schon recht für heute sollten wir schlafen gehen und uns nicht mehr so viele Gedanken machen wie zur der beiden meine Gedanken kreisten jedoch weiter sie vertrauten mir so sehr tat ich wirklich das richtige doch ein Blick zu flohen reichte mir sobald es alles aufgelöst werden würde würden sie es verstehen es würde alles gut werden und doch konnte ich mich nicht ganz überzeugen hatte ich eine so tolle familie überhaupt verdient kapitel 6 ein verlorenes geschenk günthers sicht nahe schatzstadt floingsbitter hatte ich somit schon zur hälfte erfüllen können das erbstück war nun in meinem besitz und irgendwie würde ich es auch schaffen es zu seiner rechtmäßigen besitzerin zu bringen aber trotz diesem emotionalen verlangen stand nun erst einmal der fortschritt der reise an erster stelle ich musste den ort finden von dem dark rai mir erzählt hatte um dort ein stück dieses lichtherz zu bekommen doch irgendwie fragte ich mich auch wie ich noch nie von diesem ding gehört haben konnte denn letztlich musste es dieses ding auch in meiner heimat geben denn dies war meine heimat dieses neue bewusstsein schwirrte immer noch in meinem Kopf herum Ich erinnerte mich noch als wäre es gestern gewesen wie sich unsere Wege damals trennten als wir uns verabschiedeten wünschte ich den beiden dass sie eine goldene Zukunft haben würden und das sage ich so frei heraus ich denke nicht dass ich der einzige war der hoffte dass die beiden irgendwann eine familie gründen würden auch wenn es letztlich doch schneller ging als ich gedacht hatte wenn ich darüber nachdachte wie alt die kleine war und wie viel zeit vergangen war sie konnte kaum ein jahr nach dem kriegsende zur welt gekommen sein und gleichzeitig füllte das bewusstsein hierüber mein herz mit freude als ich mich damals verabschiede hätte ich gedacht dass ich jede chance verschenkte jemals zu sehen was die zukunft ein meiner freunde wirklich bad und vielleicht ihre nachbarn kennenzulernen und nun war ich wieder hier und durfte bereits funkenherz kennenlernen doch auch einige fragen warf das ganze konzept dieser welt als meiner für mich auf iwi zum beispiel war das was bulby und scheinux mir über sie erzählt hatten einfach eine falsche erinnerung von der sie alle offenbar mehr als genug hatten aber andererseits wirkte es nicht so als würden sie aktiv über dinge lügen die eigentlich gar nicht geschehen waren die ein anderes pokémon betreffen und irgendwo konnte ich mir die beiden auch zusammen vorstellen und natürlich galt es zu bedenken ich hatte ein ganzes abenteuer meiner freunde verpasst war diesem abenteuer irgendwas zwischen iwi und spark vorgefallen das die beiden nahe zusammengebracht hatte es war eine art der erzählung in dieser welt auf deren wahrheit ich sehr hoffte ich konnte mir nicht wirklich vorstellen wie iwi nach dem krieg geworden war wie sie ohne chillast weiter gemacht hatte lag für mich komplett im verborgenen als ich die zwei kennenlernen durfte waren sie bereits ein paar und ich hatte sie bis zu chillasts tod eigentlich nie länger als 10 minuten getrennt gesehen es wirkte irgendwie einfach surreal chillast und iwi war in meinem gedächtnis einfach eingebrannt als etwas das von natur aus gegeben war eine paarung wie sonne und wärme oder schnee und kälte etwas was man einfach nicht trennen konnte und doch musste iwi jahrelang ohne ihn weiter gelebt haben wenn sie tatsächlich einen neuen partner gefunden hatte dann würde ihr das definitiv auf ihrem weg geholfen haben und ihr auch weiterhin helfen es würde ihr helfen die vergangenheit vergangen zu lassen und in die zukunft zu blicken auch wenn ich zugeben muss wenn es stimmte dann hätte ich iwi doch recht falsch eingeschätzt denn ihre loyalität gegenüber chillast war immer so stark gewesen dass ich vermutet hatte dass sie es nicht mit ihrem gewissen hätte vereinbaren können einen neuen partner zu finden deshalb hatte ich gerade den verdacht dass meine freunde ihr doch den ein oder anderen anstoß gegeben hatten diese entscheidung zu treffen aber natürlich war das alles nur theoretisch da ich ja nicht einmal wusste ob es wirklich stimmte aber zumindest hoffte ich es auch wenn ich spark nicht als das sympathischste aller pokémon kennengelernt hatte aber ich hatte auch schon in der menschenwelt gedacht vielleicht war es ja nicht seine eigentliche seite die wir damals kennengelernt hatten hoffentlich könnte ich das nachholen sobald der dunkle gott endlich besiegt war aber um den dunklen gott zu bezwingen müsste ich diese welt wieder entzerren und dafür bräuchte ich das lichtherz also auf in den wald im wald kam ich schon bald zu einem sehr eigenartigen schild an einem baum betreten verboten militärgebiet dies war es was darauf geschrieben stand es war wirklich eine militärzone ich dachte da hätte übertrieben so nahe schatzstadt ich hatte noch nie etwas von diesem ort gehört war aber ehrlich gesagt auch nie hier gewesen konnte also nicht beurteilen ob dieser ort von der verzerrung betroffen war oder nicht etwas nervös war ich zwar als ich die grenze überschritt doch mit dem ausweis starkreis im gepäck dürfte mir nichts geschehen es dauerte auch tatsächlich nicht lang dass ich von drei pokémon bemerkt wurde alle drei waren mc9 eines von ihnen etwas kleiner als die beiden anderen halt was machst du hier unbefugt haben kein zutritt auf diesem gelände ich kamte sofort das stück des dunklen kristalls aus meinem beutel und zeigte ihnen den pokémon sie wirkten erst ein wenig perplex der dunkle kristall schickt darkreidig weshalb das ja darkreid mir geraten hierher zu kommen es ist eine wichtige mission um leben und tod kann ich mit eurem chef reden gestattet ich war beinah schockiert davon wie schnell diese antwort kam die aussagekraft dieses kleinen gegenstandes schien für die pokémon hier wirklich riesig zu sein ich musste ihnen einfach nur kurz vorzeigen damit sich mit tür und tor öffneten und dies war in diesem punkt wortwörtlich alle drei führten mich nämlich mal wieder zu einer falltür im boden welche sie mit einer art schlüsselkarte öffneten irgendwas war auf dieser reise mit falltüren los naja die drei ließen mich eintreten gingen selber jedoch weiter das hatte ich mir aber bereits gedacht und es ergab auch sinn da sie offensichtlich gerade auf patrouille waren nachdem ich eine lange leiter hinab gestiegen war erreichte ich einen großen saal einige pokémon hielten sich an diesem ort auf die meisten schienen mich jedoch kaum zu beachten viele türen waren überall im saal verteilt so dass ich erst einmal herausfinden müsste wo ich mich nun hinbegeben musste viele andere möglichkeiten als jemanden zu fragen blieben mir nicht da ich nicht vor hatte diese ganze untergrundstadt die dieser ort wirklich zu sein schien zu durchforsten letztlich wurde ich so durch einen scheinbar endlos langen flur gelotst bis ich eine tür am hintersten ende erreichte den beschreibungen zufolge musste diese tür die tür zum büro des chefs dieses ortes sein dementsprechend klopfte ich an die tür eine sehr laute stimme die mich etwas an groudon erinnerte ertönte eintreten natürlich hatte ich nicht vor dieser anweisung nicht zu folgen im inneren des büroormes befand sich ein despotar bei langlebigen gesteins pokémon ist es oft schwer zu sehen doch diesem pokémon sah man die lebenserfahrung wirklich an wer bist du wer hat dich in dieses gebiet gelassen die patrouille dacra hat mich hierher geschickt wieder einmal nahm ich den dunklen kristall zur hand mein name ist günther und ich benötige ein stück des lichtherzens um die sternlichtspitze besteigen zu können ich erwartete nicht dass das despotar die geschichte einfach annehmen würde ohne auch nur ein wenig verwirrt zu sein doch auch er schien dem argument des kristalls nichts entgegensetzen zu wollen ich verstehe dann folge mir er führte mich den ewig langen flur wieder zurück in den hauptraum auf dem weg fragte ich ihn etwas über diesen ort aus und erfuhr so manch interessante sachen doch ich habe das gefühl dass diese details nicht in meine geschichte gehören bald kamen wir in einem der räume an die sich vom hauptraum abgrenzten kaum öffnete tyrant so hieß das despotar die tür spürte ich eine altbekannte aura inmitten dieses raumes schwebte ein eigenartiger gegenstand der name des gegenstandes passte perfekt zu seinem aussehen es wirkte wie ein güldendes herz pulsierend und doch nicht am leben all diese eigenschaften zeigten seine ähnlichkeit zu dem reinen element hier ist es die wohl mächtigste energiequelle unserer welt laut meinen berechnungen reicht dieser gegenstand alleine um unsere heimat hier im untergrund für mehr als sieben milliarden jahre mit ausreichend energie zu versorgen in einem worst case scenario es ist ein zeichen der reinheit weshalb es auch der schlüssel zur sternlichtspitze ist ich kenne weder deine motive noch deine mission aber wenn dacra der meinung ist dass du das monument betreten musst dann vertraue ich ihm aus einem etwas abgelegenen regal nahm er ein leuchtendes stück heraus ein splitter des lichtherzens nimm ihn und tu was immer du tun musst ich wünsch dir viel erfolg mein besuch in dieser geheimstadt unter tage war sehr kurz geblieben aber doch sehr interessant und vor allem unfassbar hilfreich ohne jegliche probleme hatte ich das stück bekommen es war beinah schon zu einfach zum ersten mal in diesem abenteuer sollte wohl wirklich etwas ohne probleme klappen dachte ich zumindest kurz aber das wäre wohl auch mal wieder zu einfach gewesen ich verließ die basis und befand mich wieder im waldgebiet bereit erneut meine lagergrotte anzusteuern um letzte energie zu tanken bevor ich mich zum verborgenen land aufmachen würde doch schon nach wenigen minuten hörte ich in der ferne stimmen ich erkannte die stimme eines der magnine die die patrouille bildeten was nicht allzu verwunderlich sein sollte doch die andere stimme passte meinen derzeitigen plänen gerade eher weniger wenn ein kanimani an diesem ort auftaucht dann müsst ihr versuchen ihn irgendwie zu fangen lasst ihn nicht fliehen und schon gar nicht in eure stadt eindringen latias wenn dich das interessiert er ist schon vor rund einer stunde hier gewesen und er hat die berechtigung von dacra selbst gehabt also haben wir ihn seines weges ziehen lassen kurz überdachte ich meine möglichkeiten was wo ich denke du suchst nach mir oder ich trat zu den vier pokémon latias blick wirkte ein wenig überrascht aber sehr entschlossen lasst das unsere sorge sein ihr drei geht wieder auf eure patrouille erst schon eines von ihnen widersprechen zu wollen wurde jedoch durch seine begleiter aufgehalten und sie alle verschwanden du bist also wirklich hier und wie hast du dacra's erlaubnis erhalten er hat sie mir selber gegeben ohne ihn hätte ich nicht einmal gewusst dass ich hierher kommen sollte das kann nicht sein sag die wahrheit es ist die wahrheit du kannst ihn selber fragen er steht auf eurer seite aber auch auf meiner er sagte mir ich sei ihm recht doch euer günther auch deshalb hilft er beiden parteien du willst diese welt verzerren das bestreite ich nicht mehr auch das hat dacra mir erklärt weißt du weshalb diese welt ist meine heimat aber sie wurde vom dunklen gott verzerrt und ich muss nun den normalzustand wieder zurückbringen ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet aber latias schien tatsächlich nachdenklich zu werden all deine geschichten der dunkle kristall dacra du kannst doch nicht wirklich recht haben oder in diesem moment spürte ich wenn ich nun richtig handelte gewann ich vielleicht wieder eine neue mitstreiterin soll ich du noch etwas sagen latias kurz verstummten wir beide als ich ein weiteres mal in meinem beutel kramte bis ich endlich floinks erbstück gefunden hatte und natürlich erkannte latias den stein sofort was dieses dieses ding ist das latias niet woher hast du es woher ist erst einmal unwichtig zu viel zu erklären aber ich bin überzeugt davon dass du es haben solltest ich übergab der sehr verwirrten latias ihr verlorenes geschenk ihr blick zeigte dass sie selber nicht ganz glauben konnte was gerade geschehen war also hatte mich mein gefühl in selber doch nicht getäuscht du bist wirklich kein böses pokémon kapitel 10 jahrzehnte voller abenteuer also bist du wirklich kein böses pokémon günther diese welt ist also die deinige ich nickte ja ich habe es selber erst durch darkrai erfahren und ich habe erfahren dass er für so viele jahre mein größter feind war obwohl wir dasselbe ziel verfolgten das ende des dunklen gottes aber er wollte seine auferstehung verhindern indem er den weltenbaum zerstörte seine umsetzung war falsch aber seine ziele richtig auch flunk ist derselbe aus meiner erzählung aber er hat es anscheinend tatsächlich geschafft sich von seinem wahn zu lösen kurz schwebte latias stumm vor mir und sah auf den boden offenbar schwankte sie was sie nun tun sollte also günther ich glaube es fühlt sich irgendwie falsch an aber ich werde ihr helfen sag mir was ich tun kann eindeutig hatte ich sie richtig eingeschätzt der größte gefallen den du mir tun könntest ist es mit floink zu reden und ihm die lage zu erklären das latias need ist ein gegenstand den sein adoptivvater mir gegeben hatte den ich zu ihm bringen sollte erkläre ihm einfach was passiert ist er wird es verstehen und weshalb hast du diesen gegenstand ich habe floink versprochen ihn abzuholen sie schienen schnell zu verstehen warte also ist floink der verräter ihre ausdrucksweise überraschte mich ein wenig ihr wusstet dass es einen gibt dacra hat es uns in einem brief erzählt jedoch keine namen genannt schlauer schachzug von ihm die beiden werden verstehen dass dies bedeutet dass dacra auf meiner seite steht und günthers moral wird gesenkt gleichzeitig macht dacra sich unverdächtig der kerl ist clever das muss ich ihm wirklich lassen hast du gerade die beiden gesagt ja dacra war mehr als schlau er hat nur die einzahl erwähnt damit sich die zwei gegenseitig decken können was beide ausschließen würde aber ja bereits zwei pokémon aus eurer gruppe unterstützen mich floinks dunkle kraft hat ihn manche erinnerungen behalten lassen daher glaubte er mir und ließ mich flüchten und scheinux hat auch dunkle kräfte in sich die ihm die wahrheit aufzeigten er hat vorgestern nacht die höhle in der ich lagere besucht und sich mir angeschlossen das heißt dass es das effektivste wäre wenn du irgendwie die beiden einweihen könntest latias schien entschlossen dass sie dies schaffen könnte das wird kein problem werden da bin ich mir sicher günther wird niemanden mehr alleine losziehen lassen da kann ich es selbstsicher so drehen dass ich mit den beiden auf die suche gehe kurz musste ich sie hinterfragen wenn er euch nicht alleine reisen lässt wie bist du dann alleine hier er hat eine ausnahme zugelassen da ich in diesem gebiet schwer unbeobachtet wäre er hatte wohl nicht damit gerechnet dass die pokémon der alten kriege auf deiner seite stehen ich muss langsam gehen und kurz blickte sie in ihre hand weißt du es ist für uns alle schwierig es ist ein glaubenskrieg für uns alle nur wenige lichtblicke bleiben in einem meer der finsternis und wir alle wissen nicht ob das was wir tun richtig oder falsch ist das einzige was wir tun können ist stark und entschlossen zu bleiben und ich werde an deiner seite kämpfen bis zum ende mit diesen worten flog sie davon und ich begab mich wieder zu der höhle nun stand bereits die hälfte meiner alten freunde wieder auf meiner seite zumindest beinahe ich hatte den dunklen kristall und das lichtherz latias hatte ja latias nie wieder da kre und ich mussten endlich keinen krieg mehr führen in einer so kurzen zeit war bereits so viel geschehen und anders als auf jeder anderen reise sollte wohl dieses mal tatsächlich im leben etwas für mich funktionieren das ende stand inzwischen kurz bevor und auch wenn es natürlich etwas gutes war dass es endlich enden würde irgendwie konnte ich doch nicht anders als nostalgisch zu werden da kre hatte es angekündigt der krieg stand kurz vor seinem ende oder um eine seiner früheren lieblings aussagen zu verdrehen dieser kampf ist noch nicht vorbei doch der krieg ist beinahe gewonnen der dunkle gott war der stärkste aber auch der letzte feind es würde bald enden egal wie und mit diesen gedanken blickte ich zurück auf die vergangenheit krieg war nie etwas schönes doch nach allem war es irgendwie zu meinem leben geworden jahrzehntelang hatte ich gekämpft gehofft gebetet wir hatten als team alles gegeben und nur als team waren wir auch wirklich stark gewesen ich hatte viele neue freunde gefunden außergewöhnliche persönlichkeiten denen ich sonst niemals begegnet wäre Scheinux Lottecke Latias Bulbi Seemops Hydropi Latios Pisasam Floink Ivi Chelast ja selbst Feinde wie Nick Shosma und Darkrai oder Darkrai vielleicht auch nicht es war einfach schwer zu verstehen ich habe so viele wunderschöne Orte gesehen schöner als die Menschenwelt es je sein könnte ich habe eine Welt gesehen eine Gesellschaft die ohne Krieg zusammenhalten kann und sich nicht selber ausrottet ich habe eine Legende geschaffen von der man sich noch in Jahrzehnten wenn nicht Jahrhunderten erzählen wird es waren Jahrzehnte voller Abenteuer wir alle waren so sehr daran gewachsen wir alle waren Krieger geworden doch Scheinux Familie Latias Floink sie alle sehnten sich nach einem ruhigen Leben ohne Kämpfe Weltenrettung und ähnliche Strapazen und sie alle hatten es auch mehr als nur verdient Funkenherz sollte in einer friedlichen Welt aufwachsen können das einzige was dieser Welt nur noch zur Perfektion fehlte war das Ende dieser Schlacht ich war fest entschlossen es endlich zu Ende zu bringen und gleichzeitig 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 wusste ich dass alles enden würde was ich kannte nichts würde je wieder sein wie zuvor die Abenteuer wären zu Ende bräuchte diese Welt mich dann überhaupt noch oder wäre ich nichts mehr als eine Unreinheit im Raum Zeitgefüge könnte ich es wirklich über mich bringen meine Existenz in meiner wahren Heimat zu einem Schaden zu machen ja ich könnte und ich würde wenn ich wahrlich nicht mehr wiederkehren könnte so würde ich es schweren Herzens akzeptieren solange meine Freunde ihren verdienten Frieden endlich erhielten war es das wert doch all diese guten und die schlechten Gedanken beiseite ich hatte so viel darüber nachgedacht was passieren würde sobald der dunkle Gott gefallen war dass ich das hier und jetzt ein wenig aus den Augen verloren hatte denn der dunkle Gott lebte und war wohl das mächtigste Wesen des Weltenbaumes wie sollte ich ihn überhaupt besiegen können und auf wie viele meiner Freunde könnte ich zählen alles stand offen nichts schien sicher und so viele Fragen gab es noch entstanden durch all meine Reisen es fühlte sich einfach nicht an als könnte das Ende tatsächlich kurz bevorstehen und doch spürte ich selber nur sehr wenige Tage verblieben und alles würde sich verändern und verenden ob im Guten oder im Schlechten dies lag es an mir zu bestimmen zunächst kehrte ich zurück in die Grotte ich wollte noch einmal an diesem Ort ruhen vielleicht ein wenig mit meinen neuen Fähigkeiten trainieren und anschließend aufbrechen zur Sternenlichtspitze zum großen Finale Scheinux Sicht Latias kam uns wirklich auf den letzten Drücker noch entgegen geflogen wir hatten uns bereits alle am Schatzstätter Strand getroffen unser Günther hatte eine große Entscheidung getroffen wir würden selbst zur Sternenlichtspitze reisen denn irgendwann müsste ja auch der andere Günther dort auftauchen wir waren kurz vor der Abfahrt als Latias von ihrer Tour zur Stadt der ehemaligen Krieger zurückkehrte sie hatte Günther vorhin noch davon überzeugt dorthin gehen um sicherzustellen dass das Lichtherz in Sicherheit wäre erst wollte Günther sie nicht alleine ziehen lassen ließ sich aber schnell von ihr umstimmen du hast dir wirklich Zeit gelassen nicht? was hat denn da so lange gedauert? es tut mir leid Günther es ging um persönliche Interessen einer der Krieger hat am Strand das Latias nie gefunden das ich seit so vielen Jahren suche ich konnte nicht einfach gehen ohne es mitzunehmen ich hoffe du verstehst das ihr Latias niet? ich wusste natürlich dass sie es ewig gesucht hatte und freute mich für sie aber irgendwie kam es schon sehr plötzlich und vor allem woher genau wussten die Krieger dass Latias diesen Stein suchte und dass es genau dieser Gegenstand war? Latias schienen diese Ungereimtheiten jedoch am wenigsten von allen aufzufallen du hast das Latias niet wieder wirklich nach all der Zeit sie kramte einen Stein heraus ich merkte wie Flöng den Gegenstand etwas misstrauisch beäugte das ist es wirklich unglaublich sobald diese Lage geklärt ist werde ich demjenigen der es gefunden hat noch irgendeine Belohnung zukommen lassen auch wenn Günther selber recht zufrieden wirkt hatte er ist trotzdem eindeutig eilig aber schlecht drauf war er inzwischen ja sowieso dauerhaft das Bewusstsein dass es einen Verräter gab zerrte stark an ihn er war misstrauisch gegenüber allen außer Lord Ecke dem vertraute er zu sehr und Lord Ecke selber beharrte weiterhin auf seiner Theorie bezüglich meiner Tochter ich wünschte wirklich ich könnte ihn einfach zurecht weisen allerdings wäre die einzige Möglichkeit ihm zu beweisen dass er im Unrecht wäre wenn ich Flöng und mich verraten würde ich freue mich ja für dich aber wir müssen wirklich los also auf teils mit Latias und Latios per Luft teils per Lapras erreichten wir nach einigen Stunden das verlorene Land gerade blickend fiel einem sofort der monumentale Zeitturm auf blickte man allerdings nach rechts so wirkte der Zeitturm wie ein Zahnstocher im Vergleich zu dem Naturgesetze ignorierenden Gebilde der Sternlichtspitze wir alle wussten dass wir es nicht mehr am selben Tag zum Gebilde an sich stoppen würden deshalb entschieden wir uns am Eingang zum verlorenen Land über Nacht zu rasten als wir unser kleines Lager errichteten meldete sich Latias zu Wort wir brauchen etwas Feuerholz soll ich welches holen gehen? recht kurz angebunden antwortete Günther meinetwegen aber diesmal nicht alleine passt es wenn ich Scheinux und Flöng mitnehme? gut aber versucht spätestens in einer Stunde zurück zu sein ich habe das Gefühl dass wir unsere Energie morgen brauchen werden also geht schon warum genau Latias mich und Flöng ausgewählt hatte verstand ich nicht aber mir war es doch ziemlich recht ich fühlte mich ehrlich gesagt zu dieser Zeit nicht sonderlich wohl im Rahmen meiner Familie es war natürlich nicht ihre Schuld ich fühlte mich jedoch schrecklich weil ich sie anlog dass Flöng mitkam der als einziger eingeweiht war erleichterte mich dabei auch ein wenig schnell brachen wir also auf in Richtung eines kleinen abgestorbenen Forstes in der Nähe zuvor hatte ich ja bereits bemerkt dass Flöng irgendwas an dem Latias nie anscheinend seltsam fand nun entschied er sich es offen Latias gegenüber anzusprechen Latias? wer genau hat dir denn das Latias nicht wiedergegeben? ihre Antwort kam überraschend trocken und auch der Inhalt war alles andere als ich erwartet hatte ich weiß dieses Stück stammt von dir zuhause es war das Familienerbstück welches du erhalten solltest aber ich hoffe du verstehst dass ich es behalten werde um den Stein geht es mir nicht wirklich du kannst ihn gerne behalten aber macht euch keine Sorgen ich stehe auf eurer Seite ich weiß Bescheid und bin auch auf der Seite des anderen Günther zumindest wurde somit schnell klar weshalb Latias gerade mich und Flöng für diesen Trip ausgewählt hatte um so mit uns reden zu können er hat mir erklärt was geschehen ist und es hat einfach Sinn gemacht wahrscheinlich wisst ihr auch einiges davon noch nicht Darkrai steht auf seiner Seite und hat ihm den dunklen Kristall gegeben und jetzt hat Günther das Lichtherz er war auch derjenige der mir das Latias nicht gegeben hat das wohl wichtigste von allem ist jedoch diese Welt ist seine Heimat wir haben all die Abenteuer von denen er erzählt hat selbst erlebt diese Welt und unsere Erinnerungen wurden verzerrt nun auch diese Erkenntnis klärte viele Fragen die ich noch hatte daher war es also meine andere Seite alles so einfach weil sie live dabei war deine zweite Seite? was meinst du damit? ich entschied mich das ganze durch meine Transformation einfach zu halten er meint mich auch wenn du dich nicht erinnerst wir kennen uns bereits seit einem kleinen Exkurs in der dunklen Welt ich bin derjenige Erscheinungsüberzeugte dass Günther die Wahrheit sagt wir haben uns aber noch nie getroffen oder? dann musst du wohl Floink sein nicht? ich denke ebenfalls nicht dass wir uns bereits gegenüber standen es freut mich deine Bekanntschaft zu machen recht schnell entschied ich mich wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen verstehst du nun Latias? ja also wir stehen alle drei auf derselben Seite nicht? wir alle verraten unsere Freunde aber nur weil sie nicht die Wahrheit kennen sie werden es verstehen und bald werden sie Bescheid wissen zunächst verstand ich ihn nicht ganz was? wieso das? ist es nicht eindeutig? Scheinungs das Ende dieser Reise ist nahe innerhalb der nächsten Tage vielleicht schon morgen entscheidet sich der Krieg und sobald Günther auftaucht werden wir die Fassade fallen lassen müssen wir werden uns gegen sie alle auflehnen müssen aber es ist zum Besten aller zum Besten aller all die restliche Zeit während dem Holz sammeln und dem Rückweg verfolgte mich diese Aussage war es wirklich jemals recht die eigene Familie so zu hintergehen egal welcher Zweck je mehr Zeit verging desto eher spürte ich es es bahnte sich etwas an größer als meine eigene Existenz und auch in der Nacht wurde ich geplagt von Albträumen mitten in der Nacht schreckte ich hoch und ich realisierte Bulbi Funkenherz egal was die nächsten Tage passiert ich werde euch beide immer lieben merkt euch das ja Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Finale Darkest Light Kapitel 11 Glaubenskrieg Günthers Sicht Der Tag war angebrochen ich saß bereits auf Lapras Rücken auf dem Weg zum legendären Monument in welchem sich alles entscheiden würde es hatte ein wenig Überzeugungsarbeit benötigt soweit zu kommen da Lapras vom anderen Günther die Anweisung erhalten hatte keine Karnimani zu transportieren aber meine stärksten Argumente also dunkler Kristall und Licht Herz halfen auch hier wieder weiter Gleichzeitig dass sie bereits hier gewesen waren zeigte mir dass ich die Sternlichtkuppel den höchsten Punkt der Sternlichtspitze wohl nicht ohne eine Konfrontation mit meinem Ebenbild erreichen würde auch wenn ich wusste dass dieses Aufeinandertreffen in einem Kampf enden würde welcher mir alles abverlangen würde fühlte ich mich sicher mein Geist war gestählt ich hatte noch einige Stunden lang trainiert und fühlte mich nun sicher im Kampf und gleichzeitig fühlte ich mich mental bereit für alles und ich würde es brauchen es war nicht unmöglich dass all die Reisen an diesem Ort endeten und dass alles hier zusammen lief vielleicht würde der dunkle Gott die noch verbliebenen Fragen beantworten können vielleicht blieben manche für immer offen aber diese Fragen waren ohnehin einfach zweitrangig als das verlorene Land in Sicht kam reflektierte ich ein letztes Mal mein erstes großes Abenteuer in dieser Welt endete an diesem Ort und nun würde auch das letzte im verlorenen Land enden damals waren wir siegreich gewesen und ich wusste dass wir es heute wieder sein würden wir mussten oder ich musste es kam ganz auf meine Freunde an als unbekannter Erkunde in Knuddelhofs Gilde hatte ich die Reise begonnen als Held musste ich damals gehen und nach meiner Wiederkehr wurde ich zur Legende was mich immer angetrieben hatte was für mich all die Reisen nach der Rettung der Zeit versüßte im Vergleich zu diesem ersten Abenteuer waren all die neuen Freunde unser erstes Abenteuer bestritten Lord Ecke und ich großteils zu zweit doch danach kamen mehr und mehr Pokémon dazu zuerst Floyck und Pisazam ich lernte sie beide als normale freundliche Bewohner Silberdorfs kennen sie waren vor allem eine große mentale Unterstützung im Kampf gegen die dunkle Materie damals hätte ich nie erwartet wie die beiden sich entwickeln würden was mit ihnen geschehen würde dass dieser Sam schon bald darauf von uns gehen müsste und dass Floyck die zweite Hälfte der dunklen Macht war doch gerade sein Wahnsinn wurde schnell zum Problem auch auf der ersten Reise trafen wir Nick Crossma zunächst hielt ich ihn für einen Feind was er später dann auch wurde doch auf dieser einen Reise war er ein Freund und er hatte uns enorm weiter geholfen leider war sein Willen zu schwach gewesen und er hatte sich der Dunkelheit hingegeben auch Latias lernte ich noch kennen die wohl seitdem eine meiner engesten Freundinnen war sie war schon damals immer sehr geduldig und weise gewesen was uns auf jeder Seite Reise voranbrachte über Hydropi kann man teils nicht dasselbe sagen er ließ sich manchmal eher von seinen Emotionen hinreisen aber meistens hielt er sich einfach schlicht und ergreifend im Hintergrund aber trotzdem war er immer zur Stelle wenn es nötig war Latios hielt sich ebenfalls eher im Schatten gerade dem seiner Schwester seine eher kühle Persönlichkeit war eigentlich immer eine recht passende Ergänzung zu unserer Truppe gewesen doch erst an diesem Punkt begann auch das Kennenlernen neuer Freunde wirklich der Höhepunkt war natürlich mein erstes Treffen mit Bulbi, Shainux, Seemops, Shellast und Eevee Bulbi war in meinen Augen seit meiner ersten Begegnung mit ihr am meisten von allen herangewachsen sie hatte ihre Sorglosigkeit größtenteils abgelegt und war einfach erwachsen geworden Shainux war bereits von Anfang an etwas reifer gewesen auch wenn er sich oft in Gedanken und Gefühlen verlor aber es war auch klar da gerade er es oft im Leben nicht leicht hatte Seemops war wirklich der Lichtblick der Gruppe gewesen immer da um gute Laune zu verbreiten Seemops eben Shellast war immer hauptsächlich ein mitfühlendes Pokémon gewesen er konnte nie jemandem in Not den Rücken zuwenden aber auch er musste leider viel zu früh von uns scheiden und natürlich Eevee als ich gerade meinte dass Bulbi am meisten herangewachsen war habe ich Eevee kategorisch ausgeschlossen da es bei ihr eindeutig ist Shellasts Tod hat die innere Eevee die sich in ihrer einsamen Vergangenheit gebildet hat wirklich ans Licht gebracht von einem Tag auf den anderen war sie einfach ein anderes Pokémon geworden ihre Naivität und Freude waren verschwunden und wurden durch Verantwortungsbewusstsein aber auch Trauer ersetzt ihre Entwicklung setzte dem Ganzen nur die Krone auf all diese Individuen durfte ich all die Jahre zu meinen Freunden zählen ich durfte sie meine Freunde nennen aus der��� autoursten wir kämpften zusammen wir kämpften zusammen wir litten zusammen siegten zusammen auf in die letzte Schlacht für das Licht der Wurzelwelt aber vor allem wichtiger als alles andere für die Zukunft all meiner Freunde auf dass sie blühen möge wie eine Blume im Frühjahr Ein Turm, hoch wie der Himmel, erstreckte sich vor meinen Augen. Die Sterne selbst schienen sich in ihn wiederzuspiegeln. Ein Monument errichtet zu Ehren des Herrn des Sternlichtes, dem Gott des Sternlichtes, Ormegon, der Höchste aller Götter. Ein klimatischer Ort für ein großes Finale. Und beginnen sollte es bereits am Fuße des Gebildes. Denn am Eingang kam es zur ersten großen Begegnung. Nicht all meine Freunde waren an diesem Punkt versammelt. Bloß Lord Ecke und Floink standen vor dem großen Eingangstor und hielten nach mir Ausschau. Es war für mich eindeutig, dass der Rest von ihnen drinnen wartete. Gerade bei dieser Aufstellung entschied ich mich, dass ich mich nicht zu verstecken brauchte. Lord Ecke, Floink, macht Platz und lasst mich in den Turm. Mein ehemals bester Freund wirkte augenblicklich kampfbereit. Du bist also hergekommen. Dumm nur, dass es umsonst war. Du kannst den Turm doch ohnehin nicht betreten. Doch, das kann ich. Wenn ihr mir aus dem Weg geht zumindest. Wozu habe ich denn das Lichtherz? Du hast es. Woher wirst du überhaupt? Ach warte, es gibt wirklich einen Verräter, oder? Ich hatte schon begonnen zu überlegen, ob du den Brief selber geschickt hattest, um uns aus dem Konzept zu bringen. Aber egal. Hier kommst du nicht mehr so einfach weg. Eine Flammenwand erhob sich um uns herum. Danke, Floink. Jetzt kannst du nicht mehr rennen, Günther. Mach dich bereit für... Unsanft wurde seine Rede durch Floink unterbrochen. Also, Lord Ecke, ich weiß ja, dass du mir von allen im Team am meisten vertraust. Deshalb hast du ja auch darauf bestanden, dass ich mit dir zusammen Wache halte. Aber... Diese Wand soll nicht Günther vom Flüchten abhalten, sondern dich. Die Einsicht kam wie ein Elektroschock. Mich? Aber... Heißt es... Ja, heißt es. Floinks Aussehen veränderte sich. Und der dunkle Recher stand wieder vor mir. Ich weiß über mein Erbstück Bescheid, Günther. Es hat sich alles geklärt. Von allen. Du? Wieso, Floink? Wieso? Beruhig dich, Lord Ecke. Hör uns an. Ich habe nicht vor dich anzugreifen. Selbes gilt für mich. Ich habe mich ihm angeschlossen, da ich weiß, dass seine Geschichten die Wahrheit sind. Lord Ecke, siehst du meinen Körper gerade? Die dunkle Macht, von der er uns erzählt hat. Sie ist immer noch ein Teil von mir. Und sie birgt meine Erinnerung an die verzerrte Welt, in der wir leben. Günther ist kein schlechtes Pokémon. Und das wusste ich von Anfang an. Versuche mich zu verstehen. Versuche uns zu verstehen. Ich weiß, dass du dich sehr schnell für eine Seite entschieden hattest. Aber versuche noch einmal zu überdenken, was passiert ist. Hast du denn nicht das Gefühl, dass alles, was Günther gesagt hat, die Wahrheit sein könnte? Nein, habe ich nicht. Wie kannst du nach allem, was passiert ist, am echten Günther zweifeln? Hast du denn vergessen, was er für uns alle getan hat? Nein, derjenige, der hier vergessen hat, bist du. Es wird langsam Zeit. Keiner von uns möchte dich angreifen. Aber wenn du uns keine Wahl lässt, werden wir es tun müssen. Also entscheide dich, was du wirklich möchtest, Lord Ecke. Zum ersten Mal schien er tatsächlich zu zweifeln. Ich will Günther helfen. Meinem besten Freund. Ich will, dass seine Mission ein Erfolg wird. Aber wie soll ich das schaffen, wenn ich nicht einmal weiß, wer von euch beiden denn der echte Günther ist? Du kannst es nicht wissen. Niemand kann das. Dacre hat es mir selber gesagt. Er und ich, wir sind beide Günther. Und wir sind beide Helden. Aber er ist ein Günther, der aus der Verzerrung entstanden ist und damit Teil dieser Welt. Wir alle sind Pokémon, die aus der verzerrten Welt stammen. Er und ich wollen beide unsere Heimatwelten schützen. Doch in diesem Fall macht uns das zu Feinden. Und ich bezweifle, dass diese Reise enden kann, bevor nicht ein Günther gefallen ist. Er ist wie ich. Und ich denke nicht daran aufzugeben. Das heißt, dass nur du alleine entscheiden kannst, für welchen Günther du kämpfst. Aber ich... Ihr habt ja recht. Ich sehe ja genau, dass du Günther bist. Ich habe es von Anfang an gesehen. Ich kenne dich dafür gut genug. Aber gleichzeitig gibt es auch diesen Günther. Ihr beiden seid euch so ähnlich. Ihr habt beide dieses Feuer in den Augen. Das ich von niemand anderem kenne. Ihr beide schreitet immer voran. Nicht abzubringen von euren Zielen. Ich wollte mich nicht gegen all meine Freunde stellen. Aber jetzt wo ich weiß, dass sogar Flöink auf deiner Seite steht, ich... Kurz atmete er durch. Dann blickte er auf. Ich werde dich zur Spitze bringen. Den Kampf gegen den anderen Günther wirst du allerdings ohne meine Hilfe führen müssen. Das ist euer Kampf. Vielen Dank. Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Das verspreche ich. Es ist schön, dich wieder auf meiner Seite zu wissen, Kumpel. Ja, ja. Es ist bloßer. Alle außer Günther warten auf der zweithöchsten Ebene. Schaffen wir es zu dritt, dich da hindurch zu schleusen? Sie sind immerhin zu sechst. Also doppelt so viele wie wir. Das stimmt nicht. Darkrai hat recht effektiv für Verwirrung gesorgt. Sagen wir es mal so. Es gibt mehr als nur mich auf Günthers Seite. Kurz wirkte Lord Ecke auf einmal sehr selbstsicher. Also hatte ich mit Funkenherz doch recht. Funkenherz? Warum denn? Lord Ecke hat sich sofort eingeredet, dass sie die Naivse der Gruppe ist und dass du sie so auf deine Seite gebracht hast. Aber du hast Unrecht, Lord Ecke. Und Scheinux war mehr als zu recht wütend auf dich. Naja, vielleicht auch nicht so zu recht. Auf jeden Fall wusste er selber gut genug Bescheid. Er steht selber auf Günthers Seite. Und seit gestern ist auch Latias auf unserer Seite, seitdem sie ihr Latias nie von Günther erhalten hat. Warte mal. Das heißt, das halbe Team steht auf deiner Seite, Günther. Das ist... Das ist definitiv eine Wendung. Addiere noch Darkrai. Auch wenn er eher unparteiisch ist. Auch er? Aber es ergibt wohl Sinn, wenn du den dunklen Kristall und das Lichtherz hast. Der Brief war wohl wirklich eine durchdachte Täuschung seinerseits. Aber gut dann. Sollten wir wohl aufbrechen, nicht? Wir werden sowieso noch ein paar Stunden bis zur Spitze brauchen. Also los. Flonk und ich wussten beide, dass er recht hatte. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Es standen noch Höhenkilometer vor uns, die wir überwinden müssten. Aber trotzdem begann der Aufstieg, entschlossen wie eh und je. Ich konnte den Turm problemlos betreten, was sehr wahrscheinlich am Lichtherz lag, so wie Darkrai es mir versprochen hatte. Das Innere des Turmes machte seinem Namen alle Ehre. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mich im Inneren eines Turmes im verlorenen Land befinde, hätte ich vermutet im Weltall zu schweben. Böden, Wände, Decken. Alles sah aus wie die Weiten des Sternenhimmels. Dies machte die Orientierung an diesem Ort teilweise etwas schwierig. Doch trotz dessen kamen wir gut voran und erklommen schnell die Ebenen des Turmes. Wirklich interessant wurde es jedoch erst, als wir bei der 70. Ebene ankamen. Auf dem Weg hatten Flonk und Lord Ecke mir bereits diese sogenannten spirituellen Ebenen erklärt, die den Turm noch einmal besonderer machten, als er ohnehin schon war. Von Ebene 70 bis 77 war jede Ebene für jedes Pokémon etwas anderes. Orte, die einem fest im Gedächtnis verankert waren, spiegelten sich in diesen Ebenen wieder. Und gerade auf dieser Reise passte es wie die Faust aufs Auge. Kurz vor dem großen Finale konnte ich noch einmal acht wichtige Orte sehen, die ich auf dieser Reise durchquert hatte. Und wir begannen diese Reise mit dem Seelenwald. Der Ort, an dem ich damals während der Apokalypse wiedergekehrt war. Anschließend betraten wir Nexosmas ehemalige Basis, was zeigte, dass die zeitliche Abfolge in diesem Turm keine Rolle spielte. Auch die Mondsteingrotte bekamen wir bald zu Gesicht. Den nächsten Ort hatte ich nur indirekt mitbekommen. Die zerstörte Welt. Damals hatte die Determination mich noch als Essenz des Hasses kontrolliert. Der Strand von Schatzstadt folgte. Ein Ort, mit dem ich schier endlose Erinnerungen verbannt. Und ich wusste, nicht nur ich hatte aus der Gruppe viele Erinnerungen an diesem Ort. Die nächsten beiden Orte waren beide Teile der Menschenwelt. Die alte Hütte, in der wir uns den ganzen Krieg über einen Unterschlupf geschaffen hatten, die dann nach Kriegsende zu meinem Heim geworden war. Und der Hauptplatz der Stadt. Der Ort, an dem das unfassbare Finale des Krieges der Menschenwelt stattgefunden hatte. Das wohl größte Finale von all unseren Reisen. Und doch wusste ich bereits, es würde nicht das größte Finale bleiben. Denn der dunkle Gott stand noch bevor. Eine Herausforderung. Die letzte und die größte. Der letzte Ort, wie sollte es anders sein, war Silberdorf. Silberdorf war wohl der bedeutendste Ort all meiner Abenteuer. Und nun würde ich es vielleicht nie wieder sehen. Ein Unterschlupf. Ein Ort der Versammlung. Eine Heimat. Eine Heimat, für die es sich zu kämpfen lohnte. Und kämpfen würde ich. Denn bald darauf kamen wir an. Kapitel 12 Der wahre Held des Lichts Wir kamen an. Auf der vorletzten Ebene, der Sternlichtspitze. Wenn man es genau nehmen wollte, sogar auf der letzten. Denn der höchste Punkt dieses Monuments, die Sternlichtkuppel, war das einzige, was nur noch über uns lag. Doch an diesem Ort gab es ein großes Hindernis auf dem Weg dorthin. All meine ehemaligen und jetzigen Freunde. Diejenigen, die mir noch nicht vertrauten. Abzüglich Günther. Als Lord Ecke, Flonk und ich die Ebene betraten, wirkten sie zunächst ziemlich erleichtert. Ihr habt ihn gefangen? Wirklich? Das sind ja tolle Nachrichten. Ich gehe gleich Günther Bescheid sagen. Die Freude sollte jedoch nicht lange halten. Warte, Bulbi. Es gibt vorher etwas Wichtiges zu klären. Wie? Was sollte denn so wichtig sein? Habt ihr alle den Darkreisbrief vergessen? Der Verräter. Derjenige, der sich auf Günthers Seite stellt. Offensichtlich hatten noch mehr Pokémon dieselbe Vermutung gehabt, wie Lord Ecke zuvor. Warte, es gibt ihn wirklich? War es nicht bloß eine Erfindung? Flonk war der Erste, der sich entschied, das Geheimnis zu lüften. Er nahm wieder seine kampfstärkere Form an. Die des dunklen Rächers. Nein! Weiß nicht. Lasst Günther passieren. Ich will keinen von euch angreifen, aber wenn ihr mir keine Wahl lasst, dann werde ich tun, was ich tun muss. Flonk? Du? Du bist der Verräter? Bulbi wandte sich an Scheinux. Und das, wo du ihm so sehr vertraut hast. Es, es tut mir leid, Scheinux. Erst schien er nicht ganz zu wissen, wie er mit der Situation umgehen sollte. Nein, nein, entschuldige ich doch nicht. Wenn dann, wenn dann muss ich mich entschuldigen, weil, nun, auch er nahm seine kampfstarke Form an. Auch ich stehe auf seiner Seite. Vergib mir. Ich will das Beste für alle. Das musst du uns glauben. P-Papa? Was? Also gab es mehrere von eurer Sorte. Deshalb haben wir es nicht durchschaut. Ihr beiden habt euch gegenseitig gedeckt. Was ist in euch gefahren, dass ihr euch einem so Wahnsinnigen anschließt? Er wurde von seiner Schwester unterbrochen. Beruhige dich, Latios. Er ist nicht wahnsinnig. Mit diesen Worten zückte sie ihr Latias niet und nutzte die Kraft der Mega-Entwicklung, bevor sie sich auch in unsere Reihen gesellte. Ja, drei Pokémon. Bis gerade am Fuße des Turmes waren es drei Pokémon. Und seitdem sind es vier. Auch Lord Ecke machte sich bereit. Nun, wo wir zu fünf gegen die vier übrigen Pokémon standen, war klar, dass sie keine andere Wahl mehr hätten, als uns anzuhören. Die Kampfkraft lag mehr als nur auf unserer Seite. Ihr alle? Sogar du, Lord Ecke. Aber ohne Vorwarnung sprintete Funkenherz die Treppe hinter ihr hoch und eine Stimme erklang weiter oben. Genau wie alle anderen wusste ich genau, wem diese Stimme gehörte. Was? Ich muss mich selbst überzeugen. Sekunden später trat das Pokémon die Treppen herunter, welches ich nur allzu gut kannte. Ich selber. Beziehungsweise mein Ebenbild. Beim Anblick dieser Szene wirkte er zunächst sprachlos. Was? Was geht hier vor sich? Ich dachte, ich hätte für jeden von euch meine Hand ins Feuer gelegt. Als ich herausgefunden habe, dass es einen Verräter gibt, war ich am Boden zerstört. Und jetzt? Was muss ich hier jetzt sehen? Vier von euch stellen sich gegen mich. Ist das der Dank? Scheinux, Floin, Glatias. Kurz blickte er in unsere Runde und sein Zorn verwandelte sich zu Trauer. Lord, Lord Ecke. Sogar du von all den Pokémon. Ja, nein. Versucht uns anzuhören, bevor ihr uns verurteilt. Gerade du, Günther. Warte, bis ich dir alles erklärt habe. Denn diese vier kennen die Wahrheit schon. Diese Welt, in der wir uns gerade befinden, ist meine Heimat. Aber sie wurde vom dunklen Gott verzerrt. Auch du bist ein Wesen dieser Verzerrung. Meine Freunde sind diejenigen, mit denen ich damals reiste. Auch ihr, Sumpex, Latios, Bulbi und nun funken jetzt, wir hatten nie das Vergnügen. Darker hat mir dies offenbart, als er mir den dunklen Kristall gegeben hat. Die einzige Möglichkeit, die Welt zu entzerren, ist das Zahnrad der Welten. Sowohl Flonk als auch Scheinux behielten ihre Erinnerung an diese verlorene Zeit durch ihre innere Dunkelheit, von der ich euch teils in meinen Geschichten bereits berichtet habe. Latios und Lord Ecke konnte ich beide auch überzeugen. Und nun stehen sie hier gegeneinander. Aber willst du ihnen einen Vorwurf machen? In meinen Augen, Günther, haben wir beide nicht das Recht, ihnen etwas vorzuwerfen. Wie sollen sie in dieser Lage eine wirklich korrekte Wahl treffen? Gibt es überhaupt eine faktisch korrekte Wahl? Selbst Darkrai war sich nicht sicher. Deshalb hat er uns beiden geholfen. Sowohl mir als auch dir. Siehst du den Ernst der Lage, Günther? Kurz schien er zu überlegen. Ja, ich sehe den Ernst der Lage. Ich sehe, dass du manipulativer bist, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Erwartest du wirklich, dass ich dir nur ein Wort abkaufe? Es sind Lügen. Könnt ihr alle das nicht sehen? Nein, ob du es willst oder nicht. Es ist, wie er es gesagt hat. Es sind keine Lügen. Ich erinnere mich an diese Ereignisse. Du musst lernen, es zu sehen. In diesem Kampf gibt es keinen Bösen. Ich sehe nur, weshalb Darkrai mich gewarnt hat. Ich hätte es ernster nehmen sollen. Weißt du, im Prinzip ist es egal, was du nun denkst. Eigentlich triffst du nur noch eine Entscheidung. Ziehst du unsere Freunde mit in diesen Kampf oder stellst du dich? Ein faires 1 gegen 1. Der Sieger bekommt alles. Dieser Krieg kann nicht enden, solange es zwei Günther gibt. Also, was sagst du? Meinem Ebenbild war die Lage eindeutig klar. Nicht nur wollte er seine Freunde nicht in eine unnötige Gefahr bringen. Er sah auch, dass meine Seite an Kämpfern eindeutig überlegen war. Scheinux in seiner Blutklingenform, der Dunkle Rächer und Mega Latias könnten auch ohne Lord Ecke ganz einfach gegen Latios, Sumpex und Bulby gewinnen. Funkenherz brauchte man ehrlich gesagt gar nicht wirklich mit einzubeziehen. Zudem, es war ein fairer Deal und ich wusste, dass er das nötige Selbstbewusstsein haben würde. Gut. Gut, wir machen es so. 1 gegen 1. Der Kampf endet mit dem letzten Atemzug des Verlierers. In der Sternlichtkuppel. Wenn du es darauf anlegen möchtest, dann werde ich dich nicht abhalten. Ich hatte zwar erwartet, mich in der letzten Schlacht auf meine Freunde verlassen zu können, aber ich muss die Sache wohl in meine eigene Hand nehmen. Folgt mir. Stumm liebten wir beide die Treppe hoch, alle anderen knapp hinter uns. Ich hörte, dass es bei ihnen einiges an Gesprächsbedarf gab, gerade bei Scheinux, der heftig auf seine Familie einredete. Nicht nur ich war vollkommen fokussiert, um keinen Überraschungsangriff zum Opfer zu fallen. Doch beide Günther dachten nicht daran, einzustarten. Bald erreichten wir den höchsten Ort dieser Welt, die Sternlichtkuppel. Hier an diesem Ort sah man die Sterne nicht nur, man spürte sie. Es wirkte nicht mehr, als sei man in einem Turm mit Sternenhimmelfarben, sondern als sei man wahrlich im Weltall. Ein lila Gegenstand strahlte hinter einer dunklen Barriere hervor. Die bloße Aura verriet mir, dass es sich um das Zahnrad der Welten handeln musste. Denk nicht einmal daran, du wirst dieses Zahnrad nie bekommen. Also, bist du bereit für deine letzte Schlacht? In einigem Abstand versammelten sich meine Freunde, um der Schlacht beizuwohnen. Aber sie wussten, keiner von ihnen würde eingreifen dürfen. Es wird meine vorletzte Schlacht werden. Erst besiege ich dich, dann den dunklen Gott. Erst dann wird der Frieden herrschen. Ich bin bereit. Doch ich verspreche dir, du wirst nicht gewinnen. Denn letztlich bist du wohl doch nur eine Kopie meines Selbst, welche durch die Verzerrung entstanden ist. Sofort fokussierte ich mich, um die Emotionen wieder nutzen zu können. Sie wären in diesem Kampf mein größter Vorteil. Wenn der zweite Günther wirklich war wie ich, dann wären wir logischerweise gleich stark. Doch er konnte keine Determination haben. Auch er selber schien zu sehen, dass ich ihm von den Fähigkeiten her im Voraus war. Was ist dieses Hexenwerk? Was soll das? Es ist die Macht der Essenz der Emotionen. Versuche nicht, dich ihr zu widersetzen. Es wirkte so, als würde die Schlacht endlich beginnen. Doch auf einmal leuchtete das Zahnrad auf. Und Licht floss in meinen Feind. Er selber wurde vollkommen unvorbereitet getroffen. Sein Äußeres änderte sich. Sein Körper färbte sich in denselben Ton, den auch das Zahnrad hatte. Und wie aus dem Nichts erschienen fünf Kugeln um ihn herum. So fühlt es sich also an. Das Zahnrad will einen Kampf auf Augenhöhe. Also sehen wir mal, wie du mit deinen eigenen Waffen klarkommst. Nun endlich schien die Schlacht wahrlich zu beginnen. Ich wusste, trotz dem Eingreifen des Zahnrads war ich noch im Vorteil. Hierfür hatte ich im Verlauf der Tage trainiert. Ich hatte den Kampf mit den Emotionen perfektioniert. Der zweite Günther hingegen hatte keine Idee, wie er seine neuen Möglichkeiten am besten ausschöpfen könnte. Während ich auf einen neutralen Start spielte und mir erst einmal einen kleinen Vorteil aufbauen wollte, wofür ich die Kraft der Freude nutzte, wollte mein Gegner sofort auf den Hass zurückgreifen. Er hatte eindeutig nicht vor diesem Kampf lange andauern zu lassen, was aber auf jeden Fall eine falsche Entscheidung in dieser Art des Kampfes war. Mein Tempo war erhöht, während seine Defensive und sein Tempo litten. Diese Gegebenheiten sorgten dafür, dass sein Hass ihm keinen einzigen Vorteil brachte, da er einfach keine Treffer landen konnte. Während ich bereits einiges austeilen konnte. Ich hatte bereits beim Trainieren und Überlegen festgestellt, dass Hass allgemein die gefährlichste Emotion war. In einem Kampf, in dem beide Seiten diese Techniken beherrschten, brachte er eigentlich nur etwas, wenn der Gegner die Trauer nutzte oder versuchte, sich durch die Liebe zu heilen. Ansonsten wäre sie eigentlich nie eine gute Wahl. Sein nächster Zug wirkte schon etwas klüger. Er nutzte sofort die Kraft der Liebesemotion, um einen Teil seiner Wunden wieder zu heilen. Ich reagierte leider nicht schnell genug und griff erst an, als er bereits um seine Hoffnungsform gewechselt war, um mich auszuspielen. Ich sah dies als die beste Situation, um auf die Trauer zurückzugreifen. Überhaupt zu versuchen, mit der derzeitigen Agilität mitzuhalten, war Schwachsinn. Lieber versuchte ich, so wenig Schaden wie möglich mitzunehmen, wofür dieser Zustand perfekt war. Den Schaden, den ich so erlitten, heilte ich sofort wieder. Da der Hass des anderen Günther noch nicht wieder zur Verfügung stand, entschied er sich, gar keine Emotionen zu nutzen. Ein weiterer Fehler seinerseits. Er hätte locker an diesem Punkt die Freude nutzen können. Anschließend wären langsam seine erstgenutzten Emotionen wieder verfügbar gewesen. Keine Emotionen zu nutzen brachte eigentlich immer Nachteile. Durch diesen Start konnte ich bereits früh in eine Vorteilssituation kommen, was wohl im direkten Vergleich das wichtigste und somit schon beinahe eine Vorentscheidung war. Denn nun steuerte ich den Kampf. Er musste sich an meine Emotionsnutzung anpassen, nicht ich mich an seine. Ich kontrollierte das Geschehen. Er musste meinem Takt folgen, um noch gewinnen zu können. Offenbar bedacht sich schnell wieder aufzuheilen, um aus seiner Nachteilssituation zu entkommen, nutzte er die Kraft der Trauer, um die Wartezeit bis zur Liebesemotion überbrücken zu können. Was für mich eine perfekte Gelegenheit war, den Hass auszuspielen. Seine leicht gesunkene Geschwindigkeit sorgte dafür, dass mein Mangel nichts bewirkte und er gleichzeitig den bekannten Hassgeschossen nicht mehr ausweichen konnte. Seine erhöhte Defensive sorgte zwar dafür, dass die Treffer nicht allzu mächtig waren, aber trotzdem brachten sie mich in einen noch größeren Vorteil. Der Kampf schien eindeutig und auch mein gegenüber schien das zu bemerken. Ich hab dich wohl unterschätzt. Du bist gut, das muss ich dir lassen. Aber mach dir keine Hoffnung. Der Kampf wird jetzt enden. Und auch ihr Zweifler werdet sehen, wer von uns beiden ein Held ist. Denn weißt du was? Licht. Du hast uns ja vom reinen Element erzählt, nicht? Nun, eventuell hab ich da vergessen etwas zu erwähnen. Wie aus dem Nichts erschien die alt bekannte Essenz in seiner Hand. Das reine Element gehört mir. Ich bin sein Auserwählter. Also mach dich gefasst, die wahre Kraft des Lichtes zu spüren. Reines Element diene deinem wahren Herrscher. Gebe dem wahren Helden dieser Welt deine Kraft, dem Original, dem, der für das Gute kämpft. Das reine Element stieg in die Höhe und begann sich in die Mitte zwischen uns zu begeben. Auf einmal drehte es Kreise. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Latias erkannte, was geschah. Das reine Element. Es kann sich nicht entscheiden. Es weiß nicht, wem es helfen soll. Wie aus dem Nichts zersprang die Essenz und ein Strudel aus Licht sammelte sich an der Decke, so dass niemandem geholfen war. Was? Das kann nicht stimmen. Das reine Element muss mich doch erkennen. Es kann doch nicht die Wahrheit sagen, oder? Diese Welt ist meine Heimat. Ihm blieb keine Wahl mehr. Selbst er musste einsehen, in welcher Lage er sich befand. Er war im Unrecht und er wusste es. Und vor allem war in einer extremen Nachteil Situation. Lass mich dir etwas erzählen, Günther. Ich habe euch von meinen Reisen erzählt. Erinnerst du dich an das Ende meiner Reise des reinen Elements? Der Kampf gegen die dunkle Materie? Ich denke, weshalb? Ich habe diesen Kampf damals verloren. Man kann es nicht anders sagen. Meine Freunde haben es geschafft, aber ich selber habe verloren. Die dunkle Materie konnte mich überwältigen. Aber nach meiner Rückkehr erinnerte ich mich an diese Niederlage und ich wusste, worin mein Fehler gelegen hatte. Und daraus lernte ich. Ich lernte damals, dass... Ich setzte eine kurze Pause. Was willst du mir sagen? Er wurde unterbrochen von einem Krallenhieb mit der Macht des Hasses mitten in sein Herz. Ich lernte, dass man niemals seine Deckung fallen lassen darf. Es ist vorbei. Ohne Reaktion fiel mein anderes Ich zu Boden und explodierte in einer Welle aus der Kraft des Zahnrades der Welten. Kapitel 13 Meine wahre Bestimmung Wie eine Explosion breitete sich die Kraft des Zahnrades der Welten aus, die in meinem Doppelgänger gefangen gewesen war. Sie breitete sich durch den ganzen Raum aus und ich musste mich gegen ihre Wucht stemmen um nicht davon gerissen zu werden. Meine Freunde wirkten von dieser Welle jedoch noch stärker beeinflusst. Erst nach kurzer Zeit verschwand Doppelgänger und floss zurück in das Zahnrad welches noch immer von einer dunklen Barriere umgeben wurde. Du hast gewonnen Günther. Ich war etwas verwundert. Äh, was? Standest du nicht gerade noch gegen mich Bulby? Stimmt, warte ich. Unsere Erinnerungen. Eure Erinnerungen? Meinst du etwa sie sind zurück? Ja, ja das sind sie. Der Kampf gegen die dunkle Materie, die Zerstörung der Welt, der Krieg in der Menschenwelt. Es ist alles wieder da, als wäre es nie fort gewesen. Ja, es ist komisch. Ich erinnere mich daran, den dunklen Gott auf dem Turm der Götter bekämpft zu haben und auf einmal alles verzerrt irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Es ist simpel. Mit der Welt wurden auch eure Erinnerungen verzerrt und euch wurden falsche Erinnerungen gegeben. Auch wenn ich sagen muss, könnt ihr mir bitte sagen, was auf eurer letzten Reise mit Evie passiert ist. Ihre Geschichte klang für mich zwar ausgedacht, aber wozu, wenn sie nicht einmal hier ist? Scheinux war der Erste, der antwortete, sie hat uns eine Heidenarbeit gemacht. Nachdem sie sich mit Groudon vertragen hat, haben wir den Rest der Reise gebraucht, um sie mit gemeinsamen Kräften mit Spike zu verkuppeln, weil die beiden so eindultig ineinander verguckt hatten, dass es jeder Irgendwie wirkt es etwas ungewöhnlich für sie, aber es sind trotzdem gute Nachrichten. Sobald wir das hier erledigt haben, sollten wir sie suchen gehen, meint ihr nicht? Alle von uns schienen sich einig zu sein. Es war ein schönes Gefühl in diesem Moment. Wir waren endlich wieder ein Team. Und Seon müssen wir auch suchen. Er ist auch nicht hier, genauso wie vielleicht Olaf. Der könnte aber vielleicht auch wieder in seiner Welt sein. Olaf? Meint ihr meinen Bruder? Er war hier? Ich glaube, ihr habt mir einiges zu erklären, wenn dieser Ort wieder normal ist. In diesem Moment fiel mir ein Pokémon ein, welches seine wiederkehrenden Erinnerungen vielleicht nicht ganz so gut vertragen würde. Floink, wie geht es dir? Ich fühle mich dreckig, aber es ist aushaltbar. Das, was mir im außerdem diese Kraft. Er bewegte sich langsam auf die Barriere zu, welche das Zahnrad umgab. Erst war ich sehr verwirrt, doch ich erkannte schnell, was geschah. Im Boden der Kuppel war eine Vertiefung, aus welcher die Barriere entsprang. Und sie entsprang aus einer bekannten Quelle. Floink, stopp! Ich versuchte noch, ihn zu stoppen, doch eine Kraft hielt mich ab. Eine schalte durch die Luft. Nein, du kannst es nicht stoppen, er wird wieder der Host meiner Macht werden, so wie er es einst schon war und so wie es sein muss. Die Stimme entsprang aus derselben Quelle wie die Barriere, aus dem Amulett der dunklen Macht. Das Amulett, welches im Boden eingelassen war und Floink in seinen zerstörerischen Bann gezogen hatte. Und über. Es ist wunderbar zurück zu sein, nachdem unsere letzte Begegnung doch so unschön war. Eingehüllt in Dunkelheit verwandelte Floinks Körper sich in seine dunkelste Form. Der dunkle Magier war wieder erweckt worden. Doch gerade die letzten Dinge, die Floink gesagt hatte, zeigten, es war nur das Amulett, das uns entgegen stand. Was machst du hier? Hat Scheinux dich damals in der euch eingebildet habt, aber ihr Narren denkt wirklich, dass ich vergänglich sei. Ich bringt mich nicht zum Lachen. Meine Niederlage war eigenverschuldet, doch mein Tod ist unmöglich. Lüg uns nicht an, Amulett, wir kennen die Prophezeiung. Ein Spross der Dunkelheit kann dich vernichten. Ich kann dich vernichten. Ich habe schon zweimal gegen deine dunklen Mächte gewonnen. Scheinux wechselte wieder zurück in seine Form als Träger Blutklinges. Ohne Vorwarnung griff er den dunklen Magier an, sicher darin, dass er diesen Kampf gewinnen könnte. Doch die dunkelste aller Kräfte blockte selbst das legendäre Schwert einfach ab. Der Blick in seinen blutroten Augen verriet, was seine Gedanken waren. Du glaubst also ein Schwert geschaffen aus dem Blut der Sündiger des Void? Habe die Macht den du gegenüber stehst? Ich bin geschaffen aus dem Blut, aus den Schatten. Ich und Blutklinge sind nahezu eins. Wir sind beide geschaffen aus dem selben Stoff. Und selbst das gleiche Ziel verfolgen wir. Wir wollen Blut vergießen, bis die Finsternis als einziges bleibt. Blutklinge wird dein eigenes Verderben werden. Doch in diesem Kampf wird es dir kein bisschen weiter helfen. Scheinux schien nicht zu verstehen, wieso sein Angriff wirkungslos war. Ich habe dich schon zweimal besiegt. Wieso kann ich dich jetzt nicht verletzen? Willst du wirklich die Wahrheit wissen, kleiner Freund? Du hattest nie die Kraft, die du geglaubt hattest zu haben. Der Sieg über den dunklen Rächer in der einst zerstörten Welt. Jeder hätte ihn bezwingen können. Er war nicht unverwundbar, aber ich selber musste dies erst realisieren, tat dies jedoch wirklich zu spät. Nur deshalb konntest du mich in der Menschenwelt niederschrecken, weil ich Angst spürte. Ich, der finstereste Herrscher, spürte Angst gegenüber eines normalen Sterblichen. Jeder Einzelne deiner Angriffe wäre wirkungslos gewesen. Ich hätte sie alle ohne Mühe stoppen können. Doch ich tat es nicht. Denn ich fürchtete dich zu sehr. Doch ich habe gelernt und ich sehe nun, dass die Prophezeiung der ihr geglaubt habt eine Lüge ist. Ich kann jeden Angriff kopieren in Sekundenbruch teilen. Wenn ich nicht aus der Furcht agiere, dann ist es euch allen unmöglich mich zu verwundene. Während alle von uns sich entschieden sich in den Kampf einzumischen, in der Hoffnung den fassungslos. Er war wieder zurückgekehrt in seine alte Form. Ich bin nicht der Auserwählte. Ich bin nicht dazu bestimmt den dunklen Magier zu bezwingen, aber die Prophezeiung. Ich bin auch der Spross der Dunkelheit. Wenn ich ihn nicht verwunden kann, dann ... Er wurde durch den ersten Schlag des dunklen Magiers unterbrochen. Dieser Feind war äußerlich zwar derselbe, der die dunkle Armee in der Menschenwelt angeführt hatte. Doch sein Kampfstil und Verhalten waren nicht wieder zu erkennen. Das Blut, welches seine Augen bildete, schien beinahe zu kochen. Die Siegessicherheit des Wesens war zu spüren. Und konnte man es ihm verübeln? Was genau konnten wir gegen ihn ausrichten? Wenn selbst Scheinux ihn nicht verwunden konnte, kein Pokémon Angriff, vielleicht meine Hassgeschosse? einen Versuch tat ich in der Hoffnung ihm so auf der Spur zu sein. Doch selbst diese kopierte er ohne Probleme und wehrte das Geschoss durch sein eigenes ab. Denkst du, dass die Macht der Emotion mich stürzen kann? Emotionen können einen nicht verletzen, wenn man keine Gefühle hat, wenn man keine Emotion verspürt. Ich habe kein Gewissen, keine Moral, keine Gefühle. Die Determination ist genauso machtlos wie alles, was ihr versuchen könnt. Kein Angriff dieser Welt kann mich verwunden. Was das Wesen sagte, schien wahr zu sein. Jeder Versuch war vergeblich und die Angriffswellen des Gegners wurden mächtiger und mächtiger. Es schien einfach keinen Ausweg zu geben. Keine Attacke dieser Welt konnte etwas anrichten. Nicht von mir, nicht von Scheinux, nicht von irgendjemandem. Der Kampf war ungewinnbar. Schon nach Minuten hatte der dunkle Magier die völlige Kontrolle über das Geschehen. Viele von uns waren bereits stark verwundet. Gerade Scheinux. Dass diese Bestie sich gerade eine Freude aus seinen Schmerzen machten würde, war vorhersehbar gewesen. Sag es mir, Scheinux, wo ist deine Prophezeiung nun? Wo ist deine tolle Macht? Die Kraft, Dinge zu bewirken? Ein Wo ist das alles? Sag es mir. Glaubst du immer noch, du könntest mich verlichten? Komm, sag es mir. Ich Scheinux schien keine Worte zu finden, für das, was er ausdrücken wollte. Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendetwas ausrichten kann. Ich sehe, dass all mein Glauben nichts als Lügen waren. Ich bin nie besonders gewesen. Ich dachte, ich wäre erschaffen worden, um dich zu bezwingen. Und jetzt sehe ich, dass ich das nicht kann. Also sag du mir, weshalb würde ich überhaupt erschaffen, wenn ich meinen Existenzzweck nicht erfüllen kann? Scheinux. Der Zweifel ihres Partners nagte auch an Bulby. Endlich siehst du es ein. Du wurdest nur als Spielzeug eines wahnsinnigen Puppenspielers geschaffen. Du warst nie zu irgendein was gut. Und nun siehst du, dass auch der Spross der Lung Leib mir nichts anhaben kann. Doch ein gespenstischer Nebel füllte auf einmal den gesamten Raum. Was ist das? Ist das eine Attacke? Wenn ja? Warum kann ich nicht? Bevor der dunkle Kaiser ausgesprochen hatte, schossen Strahlen aus dem Nebel hervor, geformt wie Drachenköpfe. Und trotz seiner Versuche schien der dunkle Magier sie nicht stoppen zu können. Und als der Nebel sich nach den Angriffen langsam verzog, erkannten wir, wer sich nun einschaltete. Evie. Weiter im Hintergrund trafen auch Spark und Seon ein, die sich schnell daran machten dem Verwundeten Scheinux zu helfen. Du? Elementara? Was tust du an diesem Mord? Hast du nicht aus der Schlacht in der Menschenwelt gelernt? Dank dir beherrsche ich nun Hoffnungsstrahl, deinen mächtigsten Angriff. Reicht dir das nicht? Du siehst es doch selber dunkle Macht. Wenn du dich so sicher fühlst, warum hast du meinen Angriff gerade nicht abgeblockt? Die Antwort blieb aus. Du behauptest, dass es keinen Spross der Dunkelheit gäbe, der dich besiegen könnte. Du hast Unrecht. Gerade als ich dich so reden gehört habe, gesehen habe, was dich stark macht, ich habe es endlich realisiert. Ich wusste immer, ich bin aus einem bestimmten Grund geboren worden, wie ich bin. Und jetzt ergibt es Sinn. Überlege einmal. Meine Urgroßmutter fällt. Sie ist eine Mischung der ersten Latias und des Schattendämonen. Also bin ich ein Spross der Dunkelheit und mein Erbe des Drachen. Ich bin geboren, um dich zu besiegen. Der dunkle Magier versuchte offensichtlich seine Wahn-Gedanken zu verbergen, doch durch seine Fassade schien Unsicherheit. Schwachsinn! Ich bin unvergänglich! Wieso solltest gerade du Teil einer der Artigen Prophezeiung sein? Du kennst die Antwort selber. Meine gesamte Blutlinie existiert nur da Fade geschaffen wurde, um die Finsternis zu zerstören. Und auch für mich gilt dasselbe. Kein Angriff dieser Welt kann dich verwunden, aber die Kraft der Drachen Blutlinie ist nicht irdisch. Sie drehte sich kurz zu uns. Bleibt ihr zurück, ich schaffe das schon. Wir alle durften bereits feststellen, dass wir ohnehin nichts gegen diesen Feind ausrichten konnten. Also blieb uns nichts anderes übrig, als auf Evies Kraft zu vertrauen. In der Zeit wandte sich Latias bereits an Spark. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt eure Erinnerung auch zurück? Zunächst wirkt ihr verwirrt. Zurück? Wir drei hatten unsere Erinnerung nie verloren. Ihr etwa schon? Das erklärt einiges, aber nein. Wir alle drei haben uns in unserer alten Heimat wieder gefunden und wollten so schnell wie möglich wieder hier her reisen. Allerdings hat das Portal auf dem Waldkontinent nicht funktioniert und wir mussten durch ihre Kräfte entdeckt. Aber machst du dir keine Sorgen um sie? Du weißt doch wie mächtig der dunkle Magier ist. Kurz blickt ihr auf das Kampffeld. Nein, ich mache mir keine Sorgen, denn ich weiß auch wie stark Evie ist und ihre Angriffe schaden dem dunklen Magier. Ich bezweifle, dass dieser Gegner überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Evie gewinnt diesen Kampf, da bin ich mir sicher. Sein Optimismus schien völlig begründet. Auf der Kampffläche schien die dunkle Kraft jegliche Kontrolle verloren zu haben. Aber was wird aus Floink? Er war endlich wieder bei uns als das Amulett ihn übernommen hat und Evie schien unserem Dialog ebenfalls zuzuhören. Floink ist wieder der Alte und nur dieses Amulett macht Probleme? Sag das doch gleich, dann weiß wieder erschien der Nebel auf der Kampffläche. Panisch versuchte der dunkle Magier sich dieses Mal vor den Strahlen zu schützen, die er so erwartete. Doch genau das wollte Evie. Denn während er auf den Nebel achtete, stürzte Evie sich auf ihn. Doch dieses Mal zielte sie nicht auf Floink, sondern auf das Amulett. Kapitel 14 Der Sohn des dunklen Gottes. Mit diesem Schlag zielte Evie direkt auf das unheilbringende Amulett, welches der wahre Quell des Wahnsinns war. Und sie landete einen direkten Treffer. Das Artefakt der Finsternis zersprangen kleinste Splitter. Floinks Äußerstes veränderte sich erneut, dieses Mal wieder zurück zu seiner allerersten Form. Die Partikel der Dunkelheit schwebten hinfort, in den Strudel des Lichtes, der durch das reine Element immer noch an der Decke schwebte. Floink selber wickte komplett durch den Wind und recht angeschlagen. Was zur Hölle ist geschehen? Es ist auf einmal alles finster geworden und beruhige dich, es geht uns allen reisen reisen verpasst. Aber Floink selber hatte noch nie bei vollem Bewusstsein irgendjemanden aus der anderen Welt getroffen. Ausgenommen jetzt natürlich Scheinux, Spulby und Funken jetzt da diese drei mit ihm in dieser Welt gelandet waren. Das heißt Evie, Spark und Seon kannte er alle nur vom Hören sagen und Chillast hatte er allgemein nie kennenlernen dürften. Ich bin Evie. Die beiden dort sind mein guter Freund Seon und mein Partner Spark. Wir sind uns bereits begegnet, aber leider damals unter anderen Bedingungen. Es ist mir eine Freude. Du bist also Evie. Es ist mir eine Ehre und es tut mir leid, wie unsere ersten Begegnungen verlaufen sind, aber was ist gerade passiert? Scheinux war derjenige, der diese Frage beantwortete. Die dunkle Macht hat dich wieder hat gezeigt, dass sie dazu bestimmt war ihn zu vernichten. Die dunkle Macht ist zerstört. Es ist wieder passiert. Der dunkle Magier. Es ist alles gut. Es ist vorbei. Er wird nie wieder zurückkehren. Du bist frei von der dunklen Macht. Evie hat sie zerstört. Endgültig. Während dieser kleine Dialog begann, bemerkte ich, wie die Barriere um das Zahnrad der Welten langsam begann Risse zu zeigen und kurz darauf zersprangen sie. Der Weg war frei. Wir konnten diese Welt nun endlich wieder in den Normal Zustand zurückbringen. Das Zahnrad, welches alles wieder richten konnte. Ich war nicht der Einzige, der kurz nicht viel tat, außer es ehrfürchtig zu betrachten. Doch schon bald motivierte mich Funkenherz, den großen Schritt zu tun. Komm schon, und ich glaube, wenn jemand das Zahnrad nehmen sollte, dann du Onkel Gyny. Ich fasste mich wieder etwas und machte mich auf. Kurz zögerte ich vor dem Aufnehmen des Zahnrades. Seid ihr alle bereit, wenn diese Welt wieder wird, wie sie einmal war. Es kann sehr gut sein, dass wir uns sofort dem dunklen Gott stellen müssen. Dem jenigen, der diese Welt verzerrt hat. unsere größte und letzte Schlacht könnte jeden Moment beginnen. Kann ich auf euch alle zählen? All meine Freunde wirkten entschlossen. Die Zeit war gekommen. Der Schlüssel zum finalen Frieden. Es war soweit. Ein letzter Gedanke und ich griff das Zahnrad. Oder zumindest versuchte ich es. Denn in dem Moment, als ich das Artefakt an mich nehmen wollte, setzte es all seine Kraft frei. Ein nutzloses Metallstück blieb auf dem Podest liegen. Die Macht der Welten, welche sich in lila Partikeln durch die Luft bewegte, mischte sich mit der dunklen Macht und dem reinen Element, die noch am Himmel schwebten. Ich war nicht der Einzige, der nicht verstand, was gerade vor sich ging. Und vor allem hatte die Kraft ihren eigenen Willen, wenn sie War diese Kraft nicht viel zu mächtig? Konnte man dagegen ankommen? Allerdings stellte sich auch die Frage, müsste man das überhaupt? Doch gerade diese Frage sollte sich sehr schnell klären. Der Strudel am Himmel begann sich langsamer und langsamer zu drehen. Wir waren für alles bereit, jeder einzelne von uns. Oder zumindest für vieles. Aber wir waren nicht bereit, als all die Kraft des Strudels auf einmal in unserer Mitte in die Tiefe schoss. Und zwar mitten auf einen unserer Begleiter, mitten auf Scheinux. All die geballte Macht sammelte sich in ihm. Ähnlich wie bei seinem Wechsel mit dem Träger Blutklinges änderte sich sein Aussehen. Die Schatten strömten exakt wie bei der Übernahme Blutklinges aus ihm heraus. Doch dieses Mal Er behielt die Form eines Scheinux Großteils bei. Doch Blutklinge ließ sich erneut blicken. Sogar prächtiger als jemals zuvor. Das ganze Schwert glänzte blutrot, während Bulby eindeutig besorgt war. Scheinux, was ist los? Ist bei dir alles in Ordnung? Er ging nicht auf diese Frage ein. Diese Kraft, sie ist so unfassbar vertraut. Wer von euch beiden spricht gerade? Scheinux oder der Träger Blutklinges? Floink sprach die Frage aus, die ich mich bereits selber gefragt hatte. Wir beide, wir sind immer noch dasselbe Wesen, Floink, und wir sprechen beide als eins. Die Macht dieses Zahnrades, des Lichtes, der Dunkelheit, diese Kombination, das Gefühl meines Vaters ist zu spüren. So redet Scheinux nicht. Träger Blutklinges, was soll das hier? So reden wir als Einheit schon. Die Kraft Vaters war nötig, um uns zwei separate Wesen wieder zu einen. Ich bin immer noch euer Freund und gleichzeitig nicht. Was du sagst ergibt keinen Sinn. Was ist los mit dir Scheinux? Auf meine Frage hin schien Blutklinge noch heller zu glühen als zuvor. Nenn mich nicht Scheinux, das ist nicht wer ich bin. Ich bin der Sohn des dunklen Gottes. Mein Name ist Zwillux, Wesen der Zwieschneidigkeit und ich bin ein Krieger. Papa, was ist mit dir los? Sonst bist du doch nicht so. Du kanntest auch nur einen Teil von mir, meine Kleine. Ich selber kannte mich vorher nur halb und nun stehe ich vor der schwersten Entscheidung meines Lebens. Er bin ein Krieger. Meine Treue ist mein höchstes Gebot. Doch nun stehe ich zwischen den Fronten und ich muss mich entscheiden. Gehorche ich meinem Vater, demjenigen, der euch als die größten Feinde ansieht oder stehe ich zu euch, zu meiner Familie. Egal für wen ich mich entscheide, ich muss meine Treue aufgeben und als Krieger unter Blut klinge, bleibt man treu bis zum letzten Atemzug. Ich weiß nicht, was ich nun tun soll und doch ist diese Kraft in mir so stark. Zwillux blickte auf sein Schwert. Sekunden später drehte er sich zu uns, die Waffe nun erhoben. Ich will nicht gegen euch kämpfen, doch die Kraft in mir ist so stark. Der Drang zur Schlacht ist so groß. Vergebt mir doch, ich habe keine Wahl. Ohne weitere Worte griff er uns an. Er führte Blutklinge wie ein Meister der Klinge, was er in dieser Form wohl auch war. Scheinux, lass das, weißt du nicht mehr, wer wir sind? Ich habe es gesagt. Natürlich weiß ich, wer ihr alle seid und ich weiß, was ihr alle für mich getan habt. Aber ihr alle wisst nicht, wer ich wirklich bin und was in meinem Inneren vor sich geht. Ich will euch nicht verletzen, doch der Drang meiner Herkunft ist so mächtig. Während er diese Worte sprach, kämpfte er weiter. Dieser Kampf würde eine unfassbare Herausforderung werden. unersagbarer Krieger war. Doch auch da es so klar war, dass er eigentlich noch unser Freund war, auch ich spürte es. Den Zwiespalt, den er gerade verspürte, hatte er schon sein ganzes Leben mit sich herum getragen. Oder zumindest seit dem Moment, in dem er die Wahrheit über seine Entstehung heraus gefunden hatte. Irgendwo in seiner Seele musste er immer geschwankt haben, zu wem er wirklich doch verbunden mit Darkrai und anscheinend auch mit dem dunklen Gott, der offensichtlich der Erschaffer Blutklinges war. Und trotzdem hatte er sein Leben gelebt. Er hatte eine Familie gegründet, gekämpft, sich in der Geschichte verewigt. Er hatte eine Legende geschaffen, an die man sich noch im Jahrhunderten erinnern würde. Und das alles, während er im Inneren nicht einmal wusste, wer er wirklich war. Und selbst in diesem großen Kampf war er wieder in diesem Konflikt verwickelt. Er war gezwungen, sich gegen seine eigene Familie zu stellen, auch wenn wir nun gegen ihn kämpfen mussten. Er war nicht unser Feind. Doch im Kampf wurde eins schnell klar. Ich hatte die Mischung der Kräfte bereits als übermächtig eingeschätzt. In Kombination mit Blutklinge allerdings. Er gab sich das Tempo und die Schwertführung Zwillux waren perfektioniert und jeder Schlag des kraftvollsten Schwertes diesseits des Alls richtete Schäden an, die Wochen zum Verheilen bräuchten. Der einzige Grund warum der Kampf nicht komplett einseitig war, war dass Zwillux auch gegen seinen inneren Drang ankämpfte. Gerade gegenüber seiner Familie zeigte sich wer er im Innern doch war. Nicht einmal traf ein Schlag Bulby oder gar Funken Herz. Auch uns anderen gegenüber wirkten die Hiebe schwach und ungewillt. Gleichzeitig war jedoch unsere Offensive nutzlos. Nicht nur machte die unfassbare Geschwindigkeit des Zwiespalt Kriegers es beinahe unmöglich ihn zu treffen. Doch auch von unserer Seite kam Zurückhaltung. Musste in diesem Kampf wirklich jemand zu Schaden kommen? Solange Zwillux noch den Willen hatte auf unserer Seite zu kämpfen. Konnten wir uns nicht irgendwie wieder zusammenschließen? Zwill nein Scheinux lass es sein bitte wir müssen nicht gegeneinander kämpfen wir sind doch eine Familie Ich weiß Bulby ich weiß und ich möchte euch nichts antun doch gleichzeitig was ihr alle nicht sehen wollt auch euer größter Feind ist für mich Familie egal was ich tue ich stehe im Kampf gegen meine eigene Familie meine Kriegerehre verbietet mir das und dann noch nein doch es in diesem Moment schien Zwillux jede Kontrolle jede Zurückhaltung zu verlieren und sein nächster Hieb richtete sich direkt gegen seine Lebenspartnerin doch Blutklinge traf sein Ziel mit dem Hieb nicht vielmehr schlug das Schwert Zentimeter vor der schockierten Bulby auf den Boden das Gesicht seines Trägers zeugte von Schmerz und von Frust ich kann das nicht es geht nicht egal was ich tue aus diesem Kampf gibt es keinen kommen egal was ich tun werde egal wenn ich auf dem Weg vernichte mein Schicksal ist sowieso in Stein gemeißelt Nein ist es nicht Scheinux du hast selber Nein Bulby du du verstehst es nicht du verstehst es wirklich nicht ich glaubte eine Träne in seinen Augen zu erblicken selbst wenn ich es schaffe gegen diesen inneren Drang anzukämpfen mein Schicksal war in dem Moment besiegelt indem ich Blutklinge akzeptierte selbst wenn ich mich auf eure Seite stelle denkt ihr wirklich die Personifikation des Teufels kostet keinen Preis dies ist das Schicksal der Krieger Blutklinges sobald ihr Krieg endet ein Krieger kann Blutklinge nicht ablegen Blutklinge legt seine Krieger ab es wird nie zufrieden sein bevor es nicht das Blut seiner eigenen Träger vergossen hat Blutklinge wird mein Ende werden egal ob ich euch vernichte ob ich Vater vernichte mein Krieg kann nur enden und damit mein Nutzen für Blutklinge Bulby ich bitte dich nimm die Klinge ich kann meine Treue nicht bezeugen meine Reise steht vor ihrem Ende Bulby bitte nimm Blutklinge und beende meinen Krieg sobald es geschehen ist wird Blutklinge verschwinden bis es einen neuen Träger findet bevor ich meinen Drang nicht mehr zurück halten kann es war viel zu viel zu verarbeiten gerade für die arme Bulby erst verstand sie gar nicht was Zwillux von ihr verlangte nein das kann ich nicht Scheinux es gibt einen Ausweg ich bin mir sicher wir kommen hier alle heile raus ich nicht ewig abhalten wenn du mich nicht tötest werdet ihr diesen Krieg nicht gewinnen können zögere nicht weiter bitte nein ich sie wurde von ihrer Tochter unterbrochen Mama ich weiß Funkenherz ich bin mir auch sicher dass nein Mama ich will auch nicht dass jemand mal etwas geschieht aber Papa hat recht es es geht einfach nicht anders und wenn es Papas letzter Wunsch ist Bulby wirkte schockiert von den Worten ihrer Tochter du meinst wirklich doch auch sie schien nun endlich zu verstehen so viel hatten sie gemeinsam durch gemacht aber dieses Mal gab es keinen Ausweg mehr es war die letzte Schlacht es war Zwillucks letzter Krieg egal wie er enden würde er würde Zwillucks Ende bedeuten kurz zögerte Bulby bevor sie Blutklinge an sich nahm Bescheinungs bitte bitte vergeben ich werde ihr nicht vergeben müssen ich werde ihr auf ewig dankbar sein für alles für einen Moment sahen beide sich in die Augen ein letztes Mal bevor Bulby tat was in diesem Moment geschehen musste und Blutklinge selber schien den Hieb von ihr zu verlangen und traf genau sein Ziel Kapitel 15 der wahre Gott der Dunkelheit der Moment wirkte wie eine Ewigkeit der Moment in dem Blutklinge sein Ziel traf seinen eigenen Träger Augenblicklich stürzte Zwillux zu Boden Schatten quollen aus seiner Wunde als wäre es Blut und Blutklinge selber verschwand im Nichts als hätte es dieses verfluchte Metall nie gegeben und Bulby wirkte wie er starrt sie hatte es tatsächlich getan sie hatte den letzten Hieb getan und gleichzeitig die Liebe ihres Lebens verloren Scheinux es tut mir so leid warum konnte es kein besseres Ende nehmen es muss dir nicht leid tun wirklich nicht Bulby danke danke für alles langsam wurde sichtbar wie sich in die fließenden Schatten auch die gemischte Kraft ein Mischte welche ihn übernommen hatte Scheinux kannst du kannst du nicht irgendwie bleiben musst du wirklich lässt uns wirklich alleine wenn es noch eine Chance für mich gebe dann wäre Blutklinge geblieben ich wünschte ich könnte bleiben aber es war nie mein Schicksal weißt du weißt du Bulby ich war nie dazu bestimmt ein langes Leben zu führen oder ein glückliches ich war bestimmt zum einsamen Kriegertum aber alleine alleine dass ich dich gefunden habe dank dir und auch dank Funken Herz euretwegen konnte ich das Glück spüren welches ich nie zu fühlen bestimmt war ich danke euch für alles Papa auch Funken Herz gesellte sich zu ihrer Familie natürlich waren auch alle anderen schwer getroffen von diesem Verlust doch in diesen letzten Minuten wollten wir der Familie Zeit füreinander lassen ich wurde erschaffen als Krieger doch schon nach wenigen Stunden traf ich dich Bulby und mein ganzes Leben mein ganzes Leben bist du mir nicht von der Seite gewichen du warst über Jahre meine beste Freundin dann die Liebe meines Lebens und Funkenherz auch du du und deine Mutter ihr beiden wart mein Leben ihr wart das beste was mir je hätte passieren können Scheinux ich Scheinux auf einmal wirkte Bulby entschlossener denn je sie würde stark bleiben ich ich verspreche dir dass ich stark bleiben werde ich werde auf unsere Tochter aufpassen ich verdanke dir so viel ohne dich wäre alles so viel schlechter gewesen ich verspreche dir wir werden diese Welt retten ich werde alles geben damit Funkenherz eine leuchtende Zukunft haben kann und ich werde dich nie vergessen ich verspreche es egal was passiert und irgendwann irgendwann in ferner Zukunft werde ich gemacht hast Papa du du sagtest dass du gehen möchtest wie ein Krieger und das tust du auch du bist ein großes Vorbild eines Tages werde ich eine so große Abenteurerin wie du das verspreche ich dir ich werde dich stolz machen Funkenherz ich bin jetzt schon stolz auf dich und ich werde es immer sein ihr alle Bulby Funkenherz meine Freunde ich weiß dass ihr diese Welt retten werdet lebt lebt wohl die letzten Schatten stiegen empor in den Himmel Zwillux war fort einer unserer treuesten Begleiter war nun fort doch gleichzeitig er war frei er war endlich frei von allem was ihn in dieser Welt schmerzte und wo ich bereits bei dem Stichpunkt Schmerz war ein Ausruf zeigte mir dass es noch jemanden gab den Zwillux Ableben sehr schmerzte Scheinux nein Darkrai erschien in der Kuppel ich hatte bereits mit seiner baldigen Ankunft gerechnet und ich hatte bereits gewusst dass auch ihn dieser Verlust schmerzen würde Darkrai es doch Latias unterbrach mich bevor ich etwas sagen konnte warte Zwillux sagte dass er der Sohn des dunklen Gottes sei Darkrai er war dein Sohn das heißt ich unterbrach sie gleich selbst wieder nein Darkrai kämpft selber gegen den dunklen Gott es lag an dieser Kraft das und wieder durfte ich nicht ausreden dieses Mal war es Darkrai der mich unterbrach er ist er ist tot tot du hast ihn getötet Bulby du hast ihn getötet Darkrays plötzlicher Ausbruch überraschte nicht nur mich was Darkrai du bist doch selber schuld du hast ihn als Krieger geschaffen du müsstest doch selber wissen ein träger Blutkling es hätte niemals jemandem so nahe stehen dürfen wie dir wäre er dir nicht treu gewesen dann wäre er noch am leben es ist doch nicht seine oder meine schuld dass ihr alle euch der wahrheit verweigert es reicht das war der Tropfen der das fast zum überlaufen bringt schön Latias du hast recht und was wollt ihr jetzt tun dann bin ich eben das Wesen das ihr Narren den dunklen Gott nennt dann hast du mich angelogen du hast mir geschworen dass du gegen den dunklen Gott kämpfen würdest du kennst mich nicht Günther du verstehst nichts über mich du verstehst nichts über diese Welt außer dem was dir ein falscher Gott beigebracht hat in in diesem Weltenbaum nennt ihr mich den dunklen Gott doch von allen Weltenbäumen sympathisiere ich mit allen außer mit diesem hier und in all den anderen Reichen nennen sie mich den Götterboten und euren falschen Gott ihn nennen sie den dunklen Gott Omegon der Verräter er ist der dunkle Gott auch wenn ihr es wagt mich so zu nennen es war also wieder alles ein Produkt von Dark Reis Wahn gewesen er glaubte wieder nur an das was er selber vermittelte er war sein eigener Prophet und doch sprach eines für ihn die unfassbare Macht doch wenn er der dunkle Gott von der Spitze des Turms der Götter war wenn du wirklich all diese Macht hast Darkrai dann verrate mir doch weshalb hast du sie nie gegen uns genutzt weshalb hast du nur das reine Element verwendet du hättest den Krieg in der Menschenwelt völlig drehen können es hätte gar nicht zu ihm kommen müssen aber nein du hast es nicht ich konnte diese Macht nicht nutzen lange wollte ich es doch auch können tate ich es nicht Omegon würde spüren wenn sich all diese Macht die ihm so vertraut war an einem Fleck bündelte deswegen habe ich einen großen Teil der Kraft stets versteckt und anderweitig verwendet zum Beispiel als Zahnrad der Welten es ist meine Macht das was was du sagst ergibt keinen Sinn wenn Omegon die Macht spüren würde wieso bemerkt er beim Zahnrad nichts weil ihr alles Narren seid wieso sollte ich mir die Mühe machen euch eine Wahrheit preiszugeben an die ihr ohnehin nicht glaubt erst der Zusammenschluss erst die Kombination all dieser Mächte erst dies legt die wahre Stärke frei und wisst ihr was es ist genug wenn ihr es so sehr darauf anlegt wie aus dem nichts kam all die Kraft wieder angeströmt welche Scheinux besessen hatte das reine Element geschaffen von meiner Hand die dunkle Macht geschaffen von meiner Hand das Zahnrad der Welten geschaffen von meiner Hand die Determination geschaffen durch einen Unfall während meinen Experimenten all die Essenzen sind alleine auf mich zurück zu führen all ihre Macht ist meine und nun werdet wieder ein Teil von mir reines Element dunkle Macht Determination Zahnrad der Welten all dies sollte Darkrai erschaffen haben jeder dieser Gegenstände hatte einen riesigen Einfluss auf das Schicksal des gesamten Weltenbaumes gehabt und nun vereinte sich dies alles in Darkrai oder sagen wir fast alles in meinem Inneren klang eine Stimme wieder meine Kraft wird auf deiner Seite bleiben Darkrai hat keine Kontrolle über mich das ist der Grund weshalb mich schon als Essenz des Hasses so fürchtete die gesamte Ausstrahlung des Raumes veränderte sich mit jeder Sekunde aufs Neue wie eine Kettenreaktion schien all die Macht welche sich in dieser Kuppel befand sich in einem Punkt zu ein und eine Konzentration der tödlichsten Essenzen zu bilden und der Punkt an dem sich alles sammelte war exakt Darkrai Seele Tornado gleiche Winde zogen auf und verwehten all die Sterne welche sich in der Kuppel sammelten in allen Farben des Regenbogens leuchtete das Auge des Sturmes selbst die Zeit selber schien zu stoppen während sich diese Verwandlung vollzog Raum und Zeit werden kollidieren wenn der dunkle Gott erwacht das das war die Sache die Abra mir vor meiner Abreise damals sagte und jetzt ist es soweit Bulbi hatte recht der Tag war gekommen und nach all den Reisen all den Abenteuern war es doch Darkrai gewesen von Anfang an in der ersten Reise trat er uns bereits gegenüber und nun offenbarte er sich als der große Fadenzieher der gesamten Geschichte Langsam begann die finsteren Winde nachzulassen und das Wesen im Zentrum wurde sichtbar Darkrai hatte seine höchste Form erreicht der dunkle Gott war wahrlich wiedergekehrt all diese Kraft all die Macht im Inneren endlich ist sie wieder eins endlich spüre ich wieder all die Kraft welche es auserwählt wurde zu nutzen es wird Zeit euch die Wahrheit eurer Existenzen zu offenbaren und du erwartest dass wir am irren wie dir zuhören würden Darkrai verstehst du denn nicht Evie glaubt ihr immer noch alle ich wäre wahnsinnig glaubt ihr denn wirklich diese Macht käme von ungefähr glaubt ihr jemand der nicht im vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten wäre wäre in der Lage derartige Kräfte zu kontrollieren und vor allem zu kreieren wie die die ihr gesehen habt zieht ihr denn immer noch nicht in Betracht dass all die Zeit ihr im Unrecht gewesen sein könntet nein niemand ist im Unrecht der seine Heimat vor dem Untergang verteidigt du willst die Heimat von Millionen auslöschen Millionen Leben willst du vernichten und dann erzählst du uns wir wären im Unrecht eure lächerlichen Philosophien sind mir ich werde Pokémon wie euch niemals verstehen wenn ihr es genau wissen müsst mit dem Ende dieses Weltenbaumes würde ich sieben Millionen Leben beenden sieben Millionen Pokémon würden für immer verschwinden und doch zwölf Millionen Pokémon könnten leben die ansonsten ihr Leben verlieren würden und das ist ein Tausch den ich annehmen werde auch wenn geistig mindere Wesen wie ihr immer denkt man könne Wesen nicht miteinander aufwiegen also ist deine Behauptung dass du Millionen Leben retten würdest dadurch dass du diesen Weltenbaum vernichtest das ist der größte Schwachsinn den ich jemals gehört habe ich werde weiterhin für meine Heimat kämpfen ach wirklich denkst du das immer noch wenn ja dann müsstest du dich mir anschließen wenn ihr für eure Heimaten kämpfen würdet dann müsstet ihr alle vier auf meiner Seite stehen Latias Latios Sumpex und Floink mir ist es egal was du denkst Darkrai du bist schuld an meinem Leid durch die dunkle Macht du wirst mir nicht sagen dass dieser Ort nicht meine Heimat ist bloß weil ich eine Hälfte der dunklen Macht bin ihr verdammten Idioten der schrei halte noch Sekunden später durch den Raum aber es ist nicht eure Schuld Omegon dieser dreckige Lügner was denkt ihr denn über die Vergangenheiten die ihr vier in dieser Welt erlebt hattet über die seltsamen Träume im Verlauf aller eurer Abenteuer die Träume welche Träume meinte er doch meine Freunde schienen genau zu wissen worum es geht meinst du diese seltsamen Tag Träume der in dem Sumpex gegen ein Riolo und gegen ein Rayquaza gekämpft haben Latias und ich gegen einen Eiskristall Günther und Lottecke gegen dich und Fleung und Bisasam gegen die dunkle Materie woher weißt du von ihnen diese Tag Träume waren Erinnerungen es ist alles wahrlich geschehen ihr vier ihr stammt alle nicht aus dieser Welt die Erinnerung welche ich euch bei der Verzerrung schenkte waren die die ihr vor Jahren verloren ihr vier gehört alle zu anderen Weltenbäumen Zumpex du warst zusammen mit Olaf in deinem letzten Leben der Held des Weltenbaumes des Mondes Latias Latios ihr wart die Helden des Weltenbaumes des Sturms Fleung du und Bisasam waren die Helden des Weltenbaumes der Schatten ihr alle wart Helden anderer Weltenbäume jeder Weltenbaum hat das Recht und die Macht zwei Helden zu haben Doch Omegon widersetzte sich und holte euch alle hierher Er nahm den anderen Weltenbäumen ihre Macht und ihre Helden und machte sie zu seiner Deine Adoptiveltern Fleung es gibt sie in einem anderen Weltenbaum eure verlorene Schwester Latias und Latios es gab sie in einer anderen Welt die vier sollten alle nicht aus dieser Welt stammen da Kreiserzählungen wurden mit jedem Moment wir und wir nichts von dem was er sagte ergab irgendwie Sinn oder irgendwie schon es ergab Sinn aber es wirkte einfach so unwahr entgegen allem an was wir glaubten es war schlicht nicht möglich dass er die Wahrheit sagte und doch weiß ich dass ihr alle für diese Welt kämpfen werdet welche die euren verrät und von daher wird es Zeit dass ihr euch euren ältesten Gegnern stellt Verschiedenste Barrieren bildeten sich im Raum Sumpex und Seon wurden am selben Fleck gehalten Latias Latios und Spark an einem anderen Floreng stand zusammen mit Ibi in einem dritten eingegrenzten Bereich die letzten vier Bulby Funkenherz Lord Ecke und ich wir alle waren zusammen mit Darkrai selber eingesperrt Tretet nun euren ältesten Feinden gegenüber und spürt meine wahre Macht in den Gefängnissen all meiner Freunde erschienen Portale und aus ihnen erschienen Wesen Sumpex und Seemops standen nun einem eigenartigen schwarzen Rayquaza gegenüber Latias Latios und Spark standen gegen ein Eiskristall wie sie ihn beschrieben hatten und Fleunk und Ibi gegen die dunkle Materie die dunkle Materie und der Kälte Kern zwei einst tyrannische Wesen welche ich nun dank meiner Macht erschaffen und steuern kann als Kopien ihrer Originale seit der ersten Reise bereits damals war die dunkle Materie meine Kreation und Rayquaza nun die Ereignisse am Turm der Götter fordern dass es hier auch bei einer Kopie bleibt und nun kämpft sterbliche Wesen und was hast du mit uns vor wirst du die Alga holen damit auch wir unserem ersten Feind begegnen da Krey blickte mich seltsam an denkst du wahrlich dass er je ein Feind war bereits beim ersten Einsturz des Zeitturmes weil ich der Faden ziehe dein ältester und größter Feind bin ich also kämpft ihr viel gegen mich Kapitel 16 Feinde einer vergessenen Vergangenheit Sumpheks Sicht das ganze Gerede von Darker hatte mich bereits komplett aus dem Konzept gebracht innerhalb von nur 5 Minuten hatte er es geschafft so viele zusammenhangslose Lügen zu erzählen dass ich schon gar nicht mehr wusste wo vorne und hinten war aber trotzdem war mir klar dass ich wohl erneut gegen Rayquaza kämpfen müsste aber um ehrlich zu sein Sorgen machte ich mir nicht ich hatte Rayquaza schon einmal besiegt und damals war ich noch nicht entwickelt gewesen außerdem war mein damaliger Mitstreiter ein gegen flug schwaches Riolu dieses mal hatte ich Seon dessen Eis Angriffe verheerend wären und dieser schien auch komplett bereit für einen Kampf zu sein mir gefiel sein Hochmut nicht wirklich andererseits war ein wenig Optimismus an dieser Stelle vielleicht doch schön ja lass uns das ja ledigen und dann unseren Freunden helfen der falsche Rayquaza hatte offensichtlich nichts zu sagen bevor der Kampf losging der große Vorteil den ich wirklich hatte war dass ich tatsächlich erst auf der letzten Reise gegen Rayquaza gekämpft hatte und eins musste ich auch da krall lassen dass mein Traum damals in den Ruin dieser Welt war gewesen war stimmte allerdings lag mein Kampf gegen Rayquaza mit Olaf nicht Jahre zurück sondern er war in der Zukunft meine Heimat ist hier und damit erhielt ich als Lohn meine heutige Form eine Form in welcher mein Eis strahl den ich damals schon beherrschte noch effektiver war als damals schon und über Seon konnte ich in diesem Kampf viel sagen als er erst einmal begann zu kämpfen ehrlich gesagt war ich mir gar nicht sicher ob dieses Pokémon wirklich Seon war er war in unserer Gruppe ehrlich gesagt nicht viel mehr als ein gute Laune Magnet gewesen aber in diesem Kampf einerseits wirkte es irgendwie als würde er sich einen Spaß aus der Sache machen andererseits ließ Rayquaza damit keine Chancen seine Angriffs Nutzung ergab keinen Sinn aber dementsprechend unerwartet kam sie auch für Rayquaza und dementsprechend effektiv Seon kontrollierte den Kampf so ziemlich alleine anfangs versuchte ich noch ein wenig gegen seinen Rhythmus den er dem Kampf gab anzukommen allerdings gab ich mich schnell hin als ich merkte wie gut es wirklich funktionierte und schnell zeigte sich dass sein früherer Optimismus auch sehr berechtigt gewesen war es dauerte wirklich nicht lang bis Rayquaza begann zu wanken und schließlich viel ich und Seon waren die ersten die ihren Kampf erfolgreich abgeschlossen hatten Latias Sicht vor uns stand genau das Eiswesen welches ich in der Menschenwelt in meiner Vision gesehen hatte kurz nachdem Chilast gestorben war jedes Detail glich dem damaligen Tag Traum konnte es stimmen dass Darkrai dieses Ding wirklich kannte aber ich und Latias konnten nie im Leben aus einem anderen Weltenbaum stammen ich erinnerte mich noch an mein ganzes Leben in dieser Welt außerdem ich hatte nie eine Schwester gehabt und etwa doch ich würde auch niemals ein derartig wichtiges Pokémon vergessen ganz bestimmt nicht aber was nun im Fokus stand ein Kampf gegen was auch immer dieser Eiskristall war Kältekern hatte Darkrai es genannt tatsächlich bildete ich mir ein diesen Namen bereits vorher irgendwann gehört zu haben aber das tat nicht viel zur Sache viel wichtiger war dass wir es besiegten unsere Gruppe hatte von den Typen her allerdings weniger Glück als Tios als auch ich im Nachteil zumindest hatten wir noch Spark an unserer Seite er konnte neutral vorgehen und ich und Latios hatten beide Feuer attacken die den Kampf erleichtern könnten ohne große Worte begann auch wir zu kämpfen es war extrem schwer für uns diesen Gegner wirklich ein zu schätzen da es eigentlich keine Anhaltspunkte dazu gab was er wirklich konnte was allerdings Spark bereits früh auf mir war die markante rote Stelle in der Mitte des Wesens sehr sicher war dies sein Schwachpunkt dementsprechend richteten wir ab dem Punkt an dem wir dies bemerkten alle unsere Angriffe nur noch auf diese Stelle und es war offensichtlich dass der Feind darüber nicht erfreut war seltsame Winde begannen das Kampffeld auszufüllen sie wickten jenen welche bei Dark stellten im Prinzip überhaupt kein Hindernis dar das war eindeutig nicht was sich dieses Wesen mit dem Angriff vorgestellt hatte gerade die Flammenwirfe schien nach diesem Versuch des Gegners noch mehr Schaden anzurichten als zuvor wortwörtlich schmolz die Ausdauer des Kältekerns weiter und weiter der Kampf war ehrlich gesagt nicht einmal fair Latios Spark und ich hatten nicht wirklich Probleme trotz unserer Typen Nachteile da die meisten Angriffe des Feindes sehr träge wirkten und wir dementsprechend einfach ausweichen konnten gerade das war unsere größte Stärke im Vergleich zum Gegner wir drei waren wohl die schnellsten unserer gesamten Gruppe und der Feind war der trägste so war es nur eine Frage der Zeit bis auch wir den Kampf gegen den Kältekern gewann und der Eiskristall zersplitterte die dunkle Materie schon wieder als wäre ich dieser Essenz nicht schon oft genug begegnet nicht nur musste ich gerade erfahren dass Darkrai schuld an all meinem Leid war da er die dunkle Macht erschuf warte hieß das dass Darkrai sogar mich erschaffen hatte war ich ähnlich wie scheinungs nur eine Kreation dieses finster herzigen Wahnsinnigen und auch die dunkle Materie die wir schon seit dem ersten Abenteuer an kannten Darkrai war niemals ihre rechte Hand gewesen auch wenn er es immer behauptet hatte er war ihr Schaffer gewesen und nun würde ich wohl ein letztes Mal gegen dieses Wesen kämpfen aber um ehrlich zu sein ich war optimistisch die dunkle Materie war mir ein ebenbürtiger Gegner aber Eevee war eine ganz andere Liga als ich oder die Materie und Eevee stand auf meiner Seite offensichtlich war auch sie fest entschlossen diesen Kampf zu gewinnen zum ersten Mal überhaupt kämpfte ich Seite an Seite mit diesem Pokémon sie hatte mich vor dem Fluch der dunklen Macht erlöst ich verdankte ihr vieles und deswegen war ich umso entschlossener sie in diesem Kampf mit allem zu unterstützen was ich hatte außerdem mussten wir Darkrai besiegen nicht sondern auch für Scheinux er hatte sein Leben in diesem großen Finale gelassen war jedoch damit endlich befreit worden und trotzdem wir würden siegen damit sein Opfer nicht umsonst gewesen war wir würden die dunkle Materie und im Anschluss Darkrai vernichten damit Scheinux Tochter ein glückliches Leben führen könnte dies war sein größter Wunsch gewesen und ich war bereit alles dafür zu geben ihn zu erfüllen bist du bereit für diese Schlacht Kumpel Kumpel seit Jahren war ich nichts als bloß ein Feind gewesen bis zu dieser Reise ich war zurück und war bereit wieder alles zu geben so wie damals während der Apokalypse ja auf geht's die Entschlossenheit die ich und Evie beide hatten spiegelte sich in diesem Kampf wieder gerade in Kombination waren unsere ohnehin schon mächtigen Techniken noch einmal stärker die dunkle Materie die noch in meinem letzten wahren Abenteuer genug war um unsere gesamte Gruppe unter Kontrolle zu halten und die eine Apokalypse herbeiführen konnte hatte nun keine Chance mehr gegen zwei Pokémon Nun gut dass eines von ihnen Evie war machte doch sehr vieles aus sie war vermutlich eines der stärksten Pokémon die es überhaupt gab und doch wirkte es als wäre Darkrai selbst ihr überlegen aber Darkrai würde erst nach der Schlacht gegen die dunkle Materie zum wahren Feind werden allerdings war dieser Kampf nicht sonderlich spannend wenn man ehrlich bleiben möchte Evie und ich dominierten durchgehend während die Materie an Energie verlor und dabei schrumpfte und schrumpfte sie war sehr ausdauernd weshalb unser Kampf nicht so schnell endete wie die unserer anderen Freunde doch trotzdem war der Sieg nicht weniger bravourös nach rund 10 Minuten hatten Evie und ich den Kampf für uns entschieden ich hatte Darkrai bereits seit dem Krieg in der Menschenwelt gehasst ich hatte ihn vermutlich mehr gehasst als alle anderen er hatte mich glauben lassen dass in ihm ein gutes Herz steckte nur um uns für seine eigenen Zwecke zu nutzen und trotz allem was damals geschehen war in diesen letzten Minuten war mein Hass auf ihn noch einmal so sehr gewachsen seinetwegen hatte ich denjenigen verloren der am wichtigsten war Scheinux war tot und es war Darkrai Schuld und nicht nur das er besaß wahrlich auch noch die Frechheit mir die Schuld zu geben und dabei zu zeigen dass von Anfang an er derjenige war der diese Welt terrorisiert hatte dass er das reine Element erschaffen hatte hatten ich und Scheinux ja bereits herausgefunden damals als wir von den Anfängen seiner Armee und von seinen alten Prophezeiungen erfuhren und auch diese Prophezeiungen machten nun einen Sinn Darkrai wusste schon vor 100 Jahren so vieles durch seine dunkelsten Kräfte und da er selber viele dieser Events herbeiführen würde die Geburt des dunklen Magier in der Menschenwelt hatte er gegen die dunkle Materie ebenfalls alles war sein Plan gewesen und nun war es Zeit es war Zeit für die letzte Schlacht ich hatte Darkrai in der Menschenwelt bereits einmal getötet und ich war voll und ganz bereit es wieder zu tun das hier würde Darkrays letzte Schlacht werden und er würde endlich für das bezahlen was er getan hatte ihr hofft es mit mir aufnehmen zu können nicht ihr seht die Wahrheit nicht ihr habt nie eine Wahrheit gesehen Günther du hättest diese Welt nie betreten dürfen nur zwei Helden darf es in einem Weltenbaum geben du warst die Nummer 3 und Ivys gesamte Blutlinie war immer eine Sünde Omegons gewesen er hatte eine Macht geschaffen die nie hätte geboren werden sollen er sammelte all die Macht um diesen Weltenbaum zu stärken und er spielt bis heute die Lebensenergie der anderen Welten Bäume ihr steht mir als einzige im Weg bereits damals bei der Rettung des Zeitturmes standet ihr mir im Weg Günther Lord Ecke ihr beiden seid meine ältesten Feinde Jahrzehnte nach der Rettung des Zeitturmes steht ihr immer noch hier mir gegenüber also macht euch bereit die Zeit für euer Ende ist endlich angebrochen all unsere Freunde schienen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Kämpfen zwar noch beschäftigt aber sie alle wirkten als hätten sie die Kämpfe komplett unter Kontrolle wir hingegen hatten einen Gegner vor uns der wohl über unserem Level war gleichzeitig schien es so als wären die vier willensstärksten Krieger unserer Gruppe alle gegen Darkrai persönlich gestellt worden und wir alle wollten diesen Krieg beenden und dafür kämpften wir nun all die Lügen würden hier ein Ende finden doch es war nur eine Frage von Sekunden bis sich zeigte wie mächtig dieses Wesen nun wirklich geworden war der neue Kampfstil Darkrais erinnerte stark an den Schattendämon welchen wir in der Menschenwelt getroffen hatten bevor er von diesen seltsamen Wulpix verscheucht wurde der Unterschied zwischen beiden war während der Schattendämon wirkte als Kämpfer ohne Moral Sinn und Verstand merkte man eindeutig dass Darkrai vollkommen bei der Sache war dadurch waren seine Angriffe deutlich geplanter und auch treffsicherer zudem lockte er uns besser in Fallen aus denen wir nicht gut flüchten konnten bereits nach Minuten schienen wir jegliche Kontrolle über den Kampf verloren zu haben selbst Günther und Lord Ecke zwei der erfahrensten aller Kämpfer wirkten ratlos bemerkt er die Macht die denen gegeben wurde die für das Recht einstehen spürt er diese Kraft und realisiert er die Probleme all die Macht die ich besitze sie ist deutlich zu schwach um Omegon zu stürzen und dabei ist diese Form so stark wie ein Welten Geist doch Omegon ist stärker als er als Welten Geist je das Recht hatte zu sein und er denkt nicht daran seine Macht für alle Welten Bäume zu nutzen seine Gier ist es was uns alle in den Ruin treiben wird diese Monologe die Dark re zwischendrin einschob waren mir ehrlich gesagt vollkommen egal ich hatte schon viel zu viel von ihm hören müssen um ihm auch nur ein Wort von dem was er redete zu glauben das einzige was ich mich noch fragte glaubte er seine Erzählung wirklich selber doch es war irrelevant wir standen hier vor einem schlicht unbezwingbaren Feind ihr seid wohl alle nicht zu belehren der Lügner hat ganze Arbeit geleistet doch eine Chance habt ihr trotzdem nicht langsam stieg Darkrai nun in die Höhe offensichtlich mit dem Plan eine letzte Attacke abzufeuern Günther versuchte ihn auf die Distanz mit einer Hydro Pumpe aufzuhalten doch Darkrai war vollkommen darauf vorbereitet sie zu blocken doch nicht bereit war er für den Spukball aus dem Hintergrund der seinen Angriff blockte wer wagt es als wir in die Richtung des Spukballes blickten entdeckten wir ein bekanntes und an diesem Ort doch unerwartetes Gesicht black offensichtlich war auch sein freund hier du weshalb greifst du mich an du solltest mir dienen wie du es schon immer getan hast kurz schien black zu zögern bevor er seine gedanken aussprach weshalb sollte ich ich stand die ganze zeit auf deiner seite mit deinem versprechen dass du den dunklen gott vernichten und die dunkle welt schützen würdest und jetzt auf einmal es waren also alles lügen ich nehme keinen deiner befehle mehr an gerade in diesem moment brachen auch die barrieren meiner freunde und nun standen wir alle dark rai gegenüber kapitel 17 es muss heute enden günther sicht all all die barrieren brachen jeder der kämpfe meiner freunde war ein erfolg gewesen sie alle schienen ihre gegner mit bravour geschlagen zu haben selbst dieses soroak aus dem krieg war uns zur hilfe geeilt und ein ganger ich hatte zwar keine ahnung was die beiden hier machten aber ich entschied mich es fürs erste nicht zu hinterfragen es hatte wohl etwas mit meiner letzten verpassten reise zu tun aber die zwei standen auf unserer seite und dies war das wichtigste darkrai stand nun alleine gegen 13 auch mit seiner macht könnte dieser kampf sein ende bedeuten und wir alle wussten der gesamte weltenbaum stand in dieser schlacht hinter uns doch darkrai schien dies kein bisschen zu stören ganz im gegenteil seine überzeugung wuchs nur als würde all der glaube an unserem sieg bestätigen doch er wirkte auch etwas ängstlich ich muss zugeben ich habe nicht damit gerechnet dass ihr so stark geworden seid gerade du wenn ich mich euch allen hier gegenüber stelle dann würde die chance meiner niederlage bei beinahe 8% liegen ich bin zu weise auch wenn meine chancen gut stehen ihr habt mir auf euren reisen zu viel glück gehabt als dass ich dieses risiko nun eingehen könnte an dieser stelle muss dieser kampf wohl abgebrochen werden ich werde diese welt einfach noch einmal zurücksetzen können bestimmt finde in der nächsten zeitlinie eine bessere gelegenheit 8% mir schien es als wäre er doch etwas zu sehr von sich selbst überzeugt und außerdem er wollte noch einmal die zeit verändern er wollte die welt erneut verzerren und wir konnten nicht zulassen dass sich alles auf dieser reise wiederholen würde es durfte nicht noch weiter gehen es musste heute enden wartet alle tatsächlich stoppte Darkrai und meine Freunde sahen mich verwirrt an Darkrai du bist hinter mir her das wissen wir alle das ist kein geheimnis du willst diese welt wieder verzerren und alles neu beginnen aber das kann nicht passieren es muss heute enden egal wie wenn es die einzige Möglichkeit ist dich zu überzeugen Darkrai lass uns diesen Krieg beenden wie Krieger du und ich eins gegen eins der sieger bekommt alles bist du wahnsinnig Günther wie willst du das gewinnen das das ist die falsche Entscheidung du kannst auch nicht den gesamten Weltenbaum aufs Spiel setzen es ist die einzige Chance Latias ansonsten wiederholt sich immer wieder und wieder derselbe Kreislauf dieses mal haben wir Scheinux verloren nächstes mal jemand anderen bis irgendwann keiner von euch mehr bleibt meine Chancen mögen gering sein aber sie würden niemals höher werden ihr müsst mir vertrauen Darkrai selber wirkte von allen wohl am überraschtesten meinst du das im Ernst ein eins gegen eins das traust du dich aber gut du hast recht je schneller es endet desto besser wenn du ein eins gegen eins möchtest dann nehme ich an bevor die Schlacht jedoch begann wollte ich noch einmal mit meinen Freunden reden gib mir fünf Minuten in Ordnung da Kreis meinen wegen diese Minuten werden nichts mehr verändern wenn du bereit bist dann tritt in den Kreis ein großer Kreis aus Licht erschien am Boden ein letztes Duell in einer angemessenen Arena meine Freunde blieben alle still und sahen mich an ich weiß ihr haltet mich jetzt vermutlich alle für verrückt dafür dass ich diesen Kampf beginne den ich vielleicht nicht gewinnen kann ich kann kein Verständnis verlangen aber vielleicht sehen zumindest manche von euch meine Motive ja ja natürlich ich kann zwar nicht für die anderen sprechen aber ich zumindest unterstütze deine Entscheidung nur dass ich in dieser Schlacht nicht dabei sein kann in Scheinungs Namen das betrübt mich mach dir keine Gedanken darum Bulbys ich verspreche dir ich werde ihn rächen genauso wie all die anderen die unter Dark reis waren gefallen sind ich halte dich einerseits gerade schon für einen Vollidiot andererseits weiß ich dass du recht hast und ich stehe hinter dir und deiner Entscheidung und was gerade am wichtigsten ist ich glaube daran dass du diesen Kampf gewinnen kannst ich stimme meinem Kumpel komplett zu du schaffst das Günther wir glauben an dich ja Onkel Günny du machst diesen Tyrann fertig ich weiß es all meine Freunde schienen für diese Schlacht auf meiner Seite zu stehen jedes Pokémon dieses Weltenbaum ist Tartes ich wollte gerade los in den Ring treten welchen Darkrai erschaffen hatte als Lord Ecke mich noch einmal stoppte Warte Günther was gibt's noch weißt du ich weiß dass ich dich nicht aufhalten kann ich weiß dass du vielleicht die entscheidende Schlacht bestreiten wirst wir haben diese einzige große Reise gemeinsam begonnen und ich hatte gehofft dass wir sie auch gemeinsam beenden könnten aber du gewinnst diesen Kampf auch alleine ich weiß Darkrai denkt er sei dir Welten im Voraus er denkt er habe bei seinen Plänen alles bedacht aber egal was in dieser Schlacht passiert merke dir dass du Darkrai immer einen Schritt voraus bist egal was passiert ob du es weißt oder nicht gut gut dann wünscht mir Glück es ist soweit und nach dieser Schlacht nach dieser Schlacht beginnt endlich die friedliche Zukunft auf die ihr schon so lange wartet ich werde dafür kämpfen und siegen war es soweit der letzte Showdown ich gegen Darkrai es war nie ganz klar gewesen auf wessen Seite er in diesem Krieg stand und heute endlich wussten wir es endgültig er war der größte Feind vom Anfang bis zum Ende und dieses Ende war jetzt ich trat in den Ring aus Licht welchen Darkrai am Boden geschaffen hatte kaum hatte ich die Linie übertreten schossen Wände wie eine Kuppel von dort hervor der Sieger kann diesen Ring erst verlassen sobald das andere Pokémon geschlagen ist Günther es ist Zeit für deine letzte Schlacht dieser Kampf hat nun begonnen doch der Krieg ist beinahe vollendet begleitet mich auf diesen letzten Schritten oh meine Götter der Kampf begann und die Kuppel um uns herum begann zu schwinden langsam bildete sich um uns herum ein neuer Ort ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich in dieser Schlacht noch ein paar bekannte Orte mit dir besuche ich erkannte schnell was die Gegend um mich herum begann darzustellen es war die Mondsteingrotte kurz vor dem Zentrum exakt an diesem Ort hatten ich und Lotte Ecke damals gegen Latias gekämpft es war die erste große Schlacht in den Abenteuern nach Schatzstadt ich erinnerte mich noch gut eine eigenartige Macht hatte mich damals übernommen ich hatte nie gelernt was sie wirklich war exakt dieselbe Kraft hatte mich später auch von Nick Chosma gerettet oder hatte sie mich gerettet in dem damaligen Abenteuer war Nick Chosma schließlich ein Freund und er hatte nicht vorgehabt uns etwas anzutun also hatte diese Kraft eigentlich all die folgenden Ereignisse erst herbeigeführt du erinnerst dich oder dein erster großer Kampf in der Ära dieses Teams das muss für dich sehr nostalgisch sein hier wird unser großes Finale beginnen Worten sollten Taten folgen als Darkrai direkt begann mich zu attackieren wieder nutzte er dieselben schattendämon artigen Angriffe wie auch zuvor als ich noch meine Freunde an meiner Seite hatte aber gleichzeitig wirkte es etwas einfacher ihnen auszuweichen ich hatte nun all den Platz den ich brauchte und konnte mich voll und ganz fokussieren der Hagel an übernatürlichstem konnte mir nicht so viel an haben wie zuvor und ich erinnerte mich an Lord Eckes Worte zwar verstand ich nicht ganz was er gemeint hatte doch trotzdem machten sie mir Mut egal wie sehr Darkrai sich im Vorteil fühlte er würde mich nicht bezwingen ich würde mich nicht bezwingen lassen doch Darkrai hatte sich bereits etwas Neues ausgedacht passend zum Schauplatz des ersten Kampfes verwandelte sich sein Aussehen auf einmal zu Latias ich fühlte ein eigenartiges Verlangen sofort richtete ich meinen nächsten Angriff auf ihn verfehlte jedoch was ich allerdings traf war die eigentliche Latias die außerhalb der Wände schwebte genau wie damals und sie fiel sofort zu Boden hatte hatte dieser Schlag gerade eben sogar einen Zusammenhang mit dem was damals geschehen war war vielleicht nein das kann nicht sein weißt du überhaupt wie viel ich am verlaufe meines Lebens durch machte Günther ich erzähle es dir hör mir gut zu dieser Krieg begann vor langer langer Zeit mit dem Schatten Dämon ich war sein treuester Anhänger ich wusste sogar wann und wo er in dieser Welt erscheinen würde damals hatte ich jedoch noch nicht meine heute gemacht damals war ich noch kein Götterbote denn ahnst du etwas der Schattendämon war der erste Götterbote all die Techniken die du wieder erkennst sie sind dieselben welche auch der Schattendämon nutzte er war das erste Wesen welches mit der Kraft der vier Götter verarbeitete du redest von vier Göttern was meinst du damit was sind das für Götter und warum hegen sie so ein Hass gegen Omegon spüre ich da etwa wahrlich dein Interesse nun wenn du es so genau wissen willst während er sprach veränderte sich die Gegend um uns herum erneut Terros Lunala Tundil und Drehron Ahnen des Forstes Ahnen des Mondes Ahnen des Sturms und Ahnen der Schatten sie sind die vier Welten Geister der anderen vier Welten Bäume der Pokémon sie sind alle geeint als ein höchster Rat ein Rat zu welchem auch eins der Herrscher des Sternenlichtes gehörte Omegon aber Omegon verriet sie verriet uns Erneut erkannte ich wo Darkrai uns hingebracht hatte Ultranik Rosmar schwebte regungslos außerhalb der Barriere immer noch befanden wir uns an einem Ort aus der ersten Reise dieser Sage Es war der Kampf gegen Ultranik Schoss man nicht lange nach der Schlacht gegen Latias die Basis welche damals noch existierte damals waren ich und Lord Ecke noch so anders gewesen so unendlich viele Dinge waren seit damals vorgefallen so viele Erinnerungen hatten wir gesammelt so viele neue Freunde gefunden und wie der Krieg leider auch ist so viele neue Freunde hatten wir auch verloren Bisazam Chelast Scheinux irgendwo auch Nikshosma sie alle waren in diesem Krieg ums Leben gekommen und außer Nikshosma hatten sie alle mit ihrem Ende eine Spur von Trauer und Verzweiflung hinterlassen Nikshosma hatte das lieber zu Lebzeiten getan Bisazams Ableben war der Hauptgrund für den Hass welcher sich in Floyd gebildet hatte dieser Hass war es der die Determination eins zu einem Teil von mir machte zu einem Teil das damals noch die Kraft hatte mich zu kontrollieren und nichts im Kopf hatte als die pure Zerstörung auch der Wahn welcher Floink später übermannte die Rückkehr des dunklen Rächers als Feind sowie die Entstehung des dunklen Magiers All dies war auf den Mord an Bisazam zurückzuführen Chilasts Tod hatte unser Team während dem Krieg in der Menschenwelt erschüttert ich erinnerte mich noch wie ich noch am selben Morgen mit ihm gesprochen hatte hast du auch dieses schlechte Gefühl das war es was er mich damals gefragt hatte er selber hatte schon gespürt dass der Tag Großes mit sich bringen würde dass gerade Groudon es gewesen war erschütterte uns nur weiter Chilast hatte für uns das Amulett gewonnen dafür aber sein Leben gegeben und ich weiß genau dass Latias sich seit diesem Tag durchgehend selber die Schuld an diesem Ereignis gibt aber nicht so sehr wie Evie niemand wurde auch nur im Ansatz so sehr beeinflusst wie sie all ihre ständige Heiterkeit ihr Optimismus ihr Stränger Kälter Depressiver andererseits half gerade dies ihr dabei ihre wahre Macht zu finden wäre dies damals nicht geschehen wäre sie niemals zum Elementarer geworden und nun war sie tatsächlich auch wieder glücklicher jemand neuen zu finden hatte ihr sehr geholfen und ich bin auch glücklich für sie dass sie es geschafft hat die Vergangenheit loszulassen Scheinungstod war erst heute geschehen noch keiner hatte wirklich die Zeit gehabt zu trauern doch der Stich den uns allen dieser Abschied versetzt hatte war zu spüren dieser Sam hatte seinen besten Freund hinterlassen chillast seine Partnerin doch Scheinux hatte eine ganze Familie der nun ein wichtiger Teil fehlte Funkenherz war nur noch jung und müsste nun ohne einen Vater aufwachsen müssen und wie Bulby weitermachen würde ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen es wirkte so surreal dass die beiden nun getrennt waren aber gleichzeitig blieb ich optimistisch ich wusste wie stark Bulby war sie würde es schaffen vermutlich war sie nun sogar entschlossener denn je sie würde alles geben in Scheinux Namen sie war fest entschlossen dass ihre Tochter eine gute Zukunft haben würde und für diese Zukunft musste ich kämpfen Kapitel 18 die Kraft des ersten Menschen Für diese Zukunft kämpfte ich nun in einer letzten großen Schlacht die Basis Nick Shosmas welche heute nicht mehr als Trümmer war war nun der Schaupunkt der Schlacht ähnlich wie in der Mondsteingrotte nahm auch hier da keine Form an welche meine Vergangenheit an diesem Ort repräsentierte Ultra Nick Shosma ähnliches eralte sich wie bereits zuvor mit Latias mein Angriff verfehlte traf jedoch Nick Shosma du erinnerst dich an diese Macht die dich zweimal gerettet hat nicht diese Macht warst du selber die beiden Angriffe welche du gerade getroffen hast haben die Vergangenheit verändert und dein erstes Abenteuer beeinflusst so dass du beide Schlachten gewonnen hast du selber warst die mysteriöse Kraft also wirklich ich hatte es bei Latias bereits vermutet konnte es mir aber einfach nicht vorstellen und warum warum würdest du wollen dass ich beide von ihnen besiege wenn du mich vernichten willst hättest du Latias gewinnen lassen wenn du mir helfen wollen würdest hättest du ne Chosma gewinnen lassen und genau darum geht es damals wusste ich noch nicht genau was ich wohl erreichen müsste es ging um Zeit Zeit zu schinden war alles was die dunkle Materie erreichen sollte und dafür durfte niemand gewinnen all unsere ersten Reisen waren nichts als Zeitschindung gewesen das schlimmste an diesem Bewusstsein war wohl dass dies bedeutete dass wir diese Kriege nicht gewonnen hatten wir hatten genau das getan was Darkrai von uns wollte wir dachten dass wir die Dunkelheit vernichtet hätten und letztlich spielten wir ihr genau in die Arme erneut veränderte sich die Gegend um uns herum während Darkrai sprach und kämpfte schon lange bin ich ein vertrauter der Weltengeister lange lebte ich als Nomade und reiste von Welt zu Welt so musste ich meine Treue nicht zu einem einzigen Weltengeist halten und konnte immer unparteiisch bleiben auch bei den Bewohnern aller Welten machte ich mich mit meinen Geschichten und Mitbringseln beliebt Willkommen an all diesen Orten Der dritte Ort an den uns diese Schlacht führte war der Seelenwald der Ort an dem Bisasam damals ums Leben gekommen war Natürlich wusste auch Darkrai dies Hier stellte sich Nick Crossma zum ersten Mal gegen euch Es war ein wunderbarer Schritt für mich Bisasam fiel damals Das Unschöne war nur dass die Determination die bei meinen Experimenten zur Herstellung von reinem Element und dunkler Macht entstanden war hierdurch zurückgeholt wurde Und sie machte mir wirklich einige Probleme Das muss ich ihr lassen Anders als Nick Crossma Nachdem er im Krieg der Menschenwelt zurückkehrte war er zunächst nur an Rache interessiert Vor allem Scheinux hasste er mit ganzer Seele Doch ich entschied mich ihm einen Teil meiner Macht zu geben Ich machte mich bereit Falls ich fallen sollte hätte ich noch eine Chance Und du weißt selber dass dies auch eintrat Nicht nur erlangte Nick Crossma so die Möglichkeit selbst dunkle Materie zu erschaffen sondern er sah auch die Wahrheit Sein Hass war verflogen und auch er begann für das höchste Ziel zu kämpfen Gerechtigkeit Ich wusste teilweise wirklich nicht ob Darkrai mir all diese Dinge wahrlich erzählen wollte da es ihm wichtig war dass ich all dies wusste oder ob er mich gar ein wenig verhöhnte und mir zeigte dass er seinen Fokus in dieser Schlacht gar nicht benötigte doch ich musste zugeben zwar nahm ich alles was er sagte eher mit Vorsicht entgegen doch egal ob es nun stimmte oder nicht es war wirklich interessant und so manches würde hierdurch auch erklärt werden manche Dinge ergaben einfach mit diesen Hintergründen so viel Sinn doch ob es wirklich die Wahrheit war recht schnell als Ort der Ort an dem wir uns nun befanden war für mich eher semi bekannt in meinem Unterbewusstsein kannte ich ihn aktiv hatte ich ihn nie bereist die Ruinen der Welt unter der Herrschaft des Hasses an dieser Stelle musste gerade der Kampf zwischen meinen Freunden und der Determination stattfinden im Angesicht deiner eigenen Freunde standest du damals ein schlimmes Gefühl meinst du nicht glaube mir ich kenne das Gefühl wenn man sich gegen seinen besten Freund stellen muss und wie wäre es wenn du das jetzt noch einmal erlebst ist hatte er ausgesprochen begann ich mich seltsam zu fühlen ich blickte mich um und sah all meine Freunde aktiv im Kampf dark rai hatte mich in mein damaliges ich hinein versetzt doch ich hatte einen geistes blitz mein hiesiges ich kontrollierte die determination wenn ich eine Nachricht vermitteln könnte dann diese schlacht ist noch nicht vorbei doch der Krieg ist beinahe gewonnen bleibt auf eurem Pfad und stellt euch euren Feinden stoppt den dunklen Gott haltet den Herrn von Raum und Zeit auf besiegt leider stoppte mich da keine Sekunde zu früh hey nicht so voreilig du willst ihn doch nicht die ganze Überraschung nehmen oder etwa doch Spielverderber erneut wandelte sich die Umgebung Bevor du noch mehr Unheil anrichtest bringe ich dich lieber von dort weg und ich denke es wird langsam Zeit zum Höhepunkt meiner Erzählungen zu kommen der Schattendämon ich wir haben etwas gemeinsam unsere Kraft die Kraft mit der es möglich ist Omegon zu besiegen und das interessanteste es ist Omegons eigene Kraft Lass mich dir eine Legende erzählen Vor ein paar Jahrhunderten begann es Omegon der Gott des Sternenlichtes fühlte sich in die Ecke gedrängt er erkannte den Druck welcher durch all die anderen Weltenbäume auf ihn eingeübt wurde er riss die Lebensanergie an sich er hatte die Helden an sich gerissen er lebte in Bewusstsein dass alle anderen Weltengeister seine Feinde wären doch sein Mangel an Gewissen machte es schwer für ihn zu reuen stattdessen traf er eine Entscheidung er opferte einen Teil seiner Macht um das wohl stärkste Wesen zu erschaffen welches er bringen könnte er brauchte einen Unbeteiligten einen Menschen diesen Menschen wollte er in seine Welt bringen und ihm die stärkste Macht geben die je ein normal sterbliches Pokémon empfangen hätte gegen das Wesen was Omegon erschaffen wollte wäre selbst Ivi nichts als eine Fliege gewesen als wir am nächsten Punkt ankamen stoppte Darkrai kurz dieses Mal kämpften wir an dem Ort an dem tatsächlich unser letzter Kampf stattgefunden hatte der Stadtplatz in der Nähe meiner alten Heimat hier standen wir uns zum letzten Mal gegenüber damals vernichtet du mich es war eine verheerende Niederlage meinerseits doch keine entscheidende und auf den Krieg in der Menschenwelt bin ich wahrlich nicht stolz von all den Teilen meines Plans war dieser mit Abstand der Fehler behaftetste es begann schon damit dass ich dich als Feurigel nicht erkannte die Determination war ohnehin die schlimmste Hürde meiner Pläne sie war ein großer Fehler und dann begann ich einen Krieg ich hätte den Krieg wahrscheinlich gewinnen können die Macht aller Menschen der Menschenwelt wäre ein passender Ausgleich gewesen zur Kraft des ersten Menschen welche Omegon erschuf doch ich unterschätze das Band welches Wesen knüpfen können egal wie unterschiedlich sie auch sein mögen wenn sie dasselbe Ziel anstreben ich unterschätzte deinen Bund mit der Determination doch glücklicherweise war ich für den Fall meiner Niederlage bereit es wirkte beinahe so als wäre Darkrai wahrlich betrübt all 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 kämpfe all dieser Krieg Günther ich weiß dass du mir kein Wort glauben wirst und ich weiß dass du mich für einen Monster hältst aber ich will nichts von alledem ich wollte eins dass jedes Pokémon sein Glück findet wenn ich eine Wahl gehabt hätte hätte ich nicht einen Krieg begonnen so dass Chillast leben könnte ich wollte seinen Tod nicht ich wollte Bisasams Tod nicht und vor allem Scheinung Tod und auch jetzt weiß ich dass ich nicht stoppen kann bevor das Ziel nicht erreicht ist ich wünschte dass Floink ein ruhiges Leben genießen könnte dass Scheinungs Tochter eine tolle Zukunft haben könnte aber all dies es geht einfach nicht dafür ist Omegon zu weit gegangen der Punkt ist erreicht an dem nur noch Omegons Tod die Rettung bringt und sein Tod bedeutet auch das Ende des Welten Baumes so wenig ich selber es auch möchte weißt was mein Problem ist Darkrai ich glaube dir das ich hatte nie das Gefühl dass du gewissenlos bist aber das heißt nicht dass ich daran glaube dass du das Richtige tust ich glaube daran selber das Richtige zu tun ich kämpfe für meine Freunde für meine Heimat erneut veränderte sich der Raum um uns herum und dies dies sollte der letzte Wechsel werden und deswegen bist du ein ehrenvoller Krieger Günther ich habe dies nie bezweifelt euer gesamtes Team ihr alle seid gute Pokémon doch ihr wandeltet zu lange auf den falschen Pfaden Günther dieser Ort liegt zwischen allen Welten Bäumen dieser Ort ist Lebensenergie dieser Ort ist Materie An diesem Ort wurde ich einst geboren und an diesem Ort wird unsere Schlacht enden jenseits von Raum und Zeit es wirkte so passend für ein Pokémon wie Darkrai hier sollte der Krieg also enden ich fühlte mich so bereit wie noch nie und wieder halten Lord Eckes Water ich doch auch wenn es dadurch düster wirkte ich durfte nicht aufgeben ich durfte nicht aufgeben bevor nicht einer von uns seinen letzten Atemzug gemacht hatte im Namen aller meiner Freunde im Namen des Lichtes der Wurzel Welt im Namen der Gefallenen im Namen der Gerechtigkeit die Zeit war gekommen und an diesem Ort plante auch Darkrai seine große Erzählung zu einem Schluss zu bringen nun wo waren wir Omegon erschuf eine Macht geschaffen für den ersten Menschen nachdem die Kraft vierer Götter den Schattendämon gebildet hatte versuchte etwas zu erschaffen was selbst einen Seuchen vernichten könnte ohne sich anzustrengen doch einmal nur ein einziges Mal machte Omegon einen Fehler er nahm sich selber als Maß für andere er schickte einen Menschen in diese Welt gab ihm all diese unsagbare Macht doch er überschätzte die Kapazitäten eines sterblichen Körpers der Mensch konnte nur die Hälfte der Kraft Omegons absorbieren die andere Hälfte wäre zu viel gewesen sie hätte den Körper zerfetzt und diese andere Hälfte der Macht verschwand zwischen Raum und Zeit sie verschwand an diesen Ort und ich ich wusste Bescheid der erste Mensch schwebte selber noch monatelang zwischen Raum und Zeit da sein Körper sich erst bilden musste in dieser Zeit in dieser Zeit fand ich die Macht welche Omegon verloren hatte nach allem was mit dem Schattendämon geschehen war bat ich sie den vier Welten Geistern da in der Hoffnung dass sie sie nutzen könnten um vielleicht Omegon zu stürzen und sie entschieden sich nachdem ich ihnen jahrhundertelang als treuer Freund beigestanden hatte gemeinsam entschieden wir dass ich träger dieser Macht werden würde die du hier siehst und mit der gesamten Kraft des ersten Menschen geeint mit der Macht meiner vier Götter die Sammlung dieser Kraft ist einem Omegon ebenbürtig diese Macht kann alles verändern und da kommst du ins Spiel Lange Zeit wusste ich nicht wie ich mit dem ersten Menschen umgehen sollte also schindete ich Zeit um zu forschen dann kam die Determination dazwischen als ich herausfand dass ich deine Kraft für mich nutzen müsste dann der Krieg in der Menschen Welt dann meine Rückkehr bei der ich deinen Körper beanspruchte doch ich hatte mich verschätzt du wurdest erneut zwischen Raum und Zeit gefangen bis du irgendwann in dieser Welt ankamst doch die Macht des ersten Menschen du nahmst sie mit dir wenn ich dich vernichte dann habe ich die vollständige Kraft des ersten Menschen nur die Kompatibilität unserer zwei Hälften erweckt die wahre Macht und so war ich dir seit Jahrzehnten im Voraus ich konnte alles planen ich sah Zukunft und Vergangenheit so dass es hier endet Günther diese letzte Attacke habe ich all die Zeit für dich aufgehoben die Macht des ersten Menschen gegen den ersten Menschen genau abgepasst um die Kraft zu kontern die auch ich selber besitze und sie wird den Schlusspunkt setzen lebe wohl mein Freund die Regenbogenfarben an Darkreis Unterleib begann zu leuchten die Lebensenergie um uns herum begann zu strahlen Darkreis Augen leuchteten in einem dunklen Lila die Farbe des ersten Menschen die nicht vorhandene Erde begann zu beben dies war der mächtigste Angriff und er war genau abgepasst durch Jahrzehnte der Forschung Darkrei hatte alles bedacht und aus dem Kern seiner Seele schoss eine Druckwelle hervor Darkreis Sicht meine mächtigste Attacke Jahrzehntelang hatte ich sie mit den Weltengeistern entwickelt und optimiert sie war nur für diesen Zweck gedacht und nun hatte ich gewonnen die Schockwelle traf den gesamten Raum und vernebelte die Sicht als sie die Materie aufwirbelte doch ich musste Günther nicht sehen ich wusste es war vorbei ich kannte die Kraft des ersten Menschen nur zu gut nur gegen sie wirkte dieser Angriff doch gegen sie war es nicht möglich dass das Ziel überlebte Endlich hatte ich die gesamte Macht des ersten Menschen Omegon würde fallen Endlich würde die Gerechtigkeit siegen End Günthers Sicht Darkrai's Gedanken wurden von einem einzigen Hieb gestoppt Meine Krallen trafen genau in sein Herz Lord Eck hatte recht gehabt Darkrai konnte alles sehen was geschehen würde er ließ uns alle glauben was wir glauben sollten doch von Anfang an stand in der Hierarchie noch jemand über ihm Günther was wie du kannst nicht überlebt haben die Kraft des ersten Menschen lass mich dir eine Legende erzählen Darkrai vor vielen vielen Jahren erschuf Omegon eine unfassbare Macht die Macht des ersten Menschen doch als der erste Mensch kam war sein Körper zu schwach er konnte nur die Hälfte der Energie aufnehmen das kommt dir bekannt vor nicht doch nun kommt die große Wendung trotzdem kam der erste Mensch noch am selben Tag in diese Welt Omegon sah seinen Fehler und er wusste er müsse nun für alles bereit sein und so entschied er sich ein großes Risiko einzugehen Er Er erschuf eine weitere Macht schwächer als die des ersten Menschen doch gerade stark genug um eine Hälfte dieser zu bezwingen und er rief einen zweiten Menschen dar dark dark rief all diese jahre hattest du alles geplant alles war perfekt du konntest unmöglich verlieren außer dass der gesamte Grundbaustein deines Gerüstes falsch war du hast einen unfassbar genialen Plan gehabt doch mit dem falschen Ziel denn ich bin nicht der erste Mensch der Schock in Dark Rays Augen war deutlich wie die Sonne am wolkenlosen Himmel nein es kann nicht sein Omegon kann nicht so es ist vorbei Dark Rays du hast gut gekämpft aber am Ende war es nicht genug geschwächt wie er nun bereits war reichte ein weiterer Klauenhieb damit der dunkle Gott höchst selbst regungslos zu Boden fiel und der Raum um mich herum wurde wieder normal die Barrieren verschwanden und ich stand wieder in der Sternlicht Kuppel und all meine Freunde waren hier um mich zu empfangen nur Black und Dark wie die beiden genannt wurden glaube ich waren es waren schon wieder fort Günther du hast es wirklich geschafft du hast gewonnen du bist ein Held dank nicht mir all dies wäre nicht möglich gewesen wenn Dark Reis Pläne nicht von Grund auf sabotiert worden wären ich sah wie Dark Reis sich minimal gequält rührte der erste Mensch ist derjenige den Dark rei jagte und der erste Mensch ist derjenige der den letzten Schlag geben sollte Lord Ecke mein Freund du warst es also von Anfang an keiner meiner Freunde versuchte auch nur seine Überraschung zu verbergen Lord Ecke der erste Mensch was redest du denn der Günther Nun er hat recht du hast also verstanden was ich meinte mein Freund ja ich war schon immer der erste Mensch auch wenn offen gesagt ich die Menschheit verachte ich habe mich nie wie einer von ihnen gefühlt deshalb war ich wohl auch in ihrer Welt keiner aber ich war der erste Mensch meine Aufgabe war es zu schweigen denn so konnte Darkrai am Ende fallen Günther du hast es geschafft lass uns diesen Krieg beenden wie wir ihn begonnen haben als Team ich nickte nur kurz als wir beide vor Darkrai standen Darkrai gefallen durch deinen eigenen Plan der zweite Mensch hat dich gestürzt und deine zweite Hälfte ich nun treffen wir uns also wirklich und all der Krieg wird endlich enden lebe wohl ein letzter Hieb mitten in Darkrai 's Herz beendete alles Jahrzehnte des Krieges waren zu Ende die große Reise der dunkle Gott war besiegt und endlich ich kannte auch ich die Wahrheit die Wahrheit über meinen besten Freund Lord Ecke und ich wir waren uns ähnlicher als ich es je hätte wissen können wir hatten es endlich geschafft die Zukunft war gerettet kapitel 19 die geburt des weiles der vier seelen gott wir haben es geschafft freunde wir haben wir haben es endlich geschafft darkrai ist tot ich weiß endlich kann der frieden ein kehran nur könnt ihr uns bitte noch einmal genau erklären was hier los ist wovon redet ihr auf einmal wegen lord ecke als ersten menschen es ist recht simpel darkrass machte die ihn so stark machte war die hälfte der kraft des ersten menschen die omegon einst erschuf darkrass ziel war es auch an die zweite hälfte zu gelangen um all die macht zu bekommen mit der er omegon besiegen könnte und mit all seiner kraft wäre ein krieg ungewinnbar gewesen wenn er die wahrheit irgendwie herausgefunden hätte bevor ich nach schatzstadt kam war auch ich ein mensch günther ist der zweite mensch in dieser welt ich der erste darkrass gescheitert weil er all die zeit das falsche pokemon jagte während lord ecke noch erklärte tat sich etwas unerwartetes ähnlich wie in meiner großen schlacht mit darkrass veränderte sich die gesamte umgebung uns herum nach wenigen momenten waren wir in einem vollkommen anderen ort der einzige unterschied war nun dass es nicht nur aussah wie ein ort in einer anderen zeit wir hatten tatsächlich die sternlicht kuppel verlassen wo wo sind wir auf einmal wir waren doch gerade noch in der kuppel der ort an dem wir nun standen ähnelte dem ort an welchen darkrass letzter kampf endete um uns herum schien zwischen den welten existierte doch wir standen auf einer massiven erhöhung und ein riesiges rundes brett bildete den boden unter uns latias flog in die luft um dieses areal auszukundschaften und was sie sah schien sie zu faszinieren dieser ort seht euch das an guck herunter wir sind auf der spitze des welten baumes latias hatte recht am abhang des brettes erkannten ohne aus sternlicht welche diesen boden hielt deutlich weiter unten standen vier kleine bäume waren dies die anderen welten bäume weshalb waren sie so winzig im vergleich zu unserem war es weil sie nicht genügend lebensenergie bekam so etwas habe ich noch nie gesehen wie kommen wir auf einmal an diesen ort diese frage konnte sich noch keiner von uns beantworten doch ich bemerkte dass an den blättern eines der anderen welten bäume ein leuchtender punkt entstand es war wie ein kleiner einsamer tau tropfen der langsam von seinem ast fiel doch als er das ende des astes erreichte strömte er auf diese plattform empor langsam bildeten sich mehr und mehr dieser tropfen und nicht nur bei einem der vier welten bäume sondern bei allen vieren von ihnen die leuchtenden tropfen wurden mehr und mehr bis es beinahe war wie ein regenschauer der sterne persönlich doch erst als ich sah wozu die sterne diesen welten baum erklommen erkannte ich was nun geschah all die leuchtenden tropfen sammelten sich in einem punkt in dark rai langsam öffnete der dunkle gott seine augen die kraft dieser eigenartigen tropfen was auch immer sie waren hatten ihm ein zweites leben geschenkt doch er wirkte schwach unsagbar schwach er konnte nicht einmal die energie aufbringen von alleine aufzustehen doch als mehr und mehr der eigenartigen macht auf ihn einströmte begann er langsam zu schweben immer noch geschah es nicht aus seiner eigenen kraft sondern wirkte er als würde irgendeine unsichtbare macht ihn in die luft ziehen als würden unsichtbare fäden seinen erschlafften körper halten leise ertönte seine geschlagene stimme meine götter vergebt mir omegon war zu mächtig ich habe euch enttäuscht eine weitere stimme ertönte sie wirkte unfassbar mächtig als würde ihre alleinige präsenz den ganzen raum erfüllen mache dir keine vorwürfe treuer freund wir alle wurden getäuscht ein weiteres mal noch eine weitere stimme fuhr fort die existenz eines zweiten menschen war unberechenbar als wären es nicht genügend fügte nun noch eine stimme etwas hinzu diese niederlage ist nicht deine schuld du hast mehr gegeben als man je hätte verlangen können eine vierte stimme schloss den kreis all die Freunde die du gefunden hattest all die Pokémon der Welten für die du kämpfst sie alle standen auf deiner Seite in deiner großen Schlacht und auch nun tun sie es immer noch Darkrai die Hoffnung ist noch nicht verloren erhöre all ihre Gebete lasse dir die Kraft spenden welche dich tragen wird und auch wir werden nicht noch einmal denselben Fehler machen Darkrai du kämpftest an unserer Seite seit Jahrhunderten doch wir standen nur daneben als du dich in den Krieg warfst gib nicht auf diese Schlacht werden wir als Team schlagen du bist einer von uns und wir stehen auf deiner Seite akzeptiere unsere Macht und beende was du begonnen hattest kaum hatten die eigenartigen Stimmen ausgesprochen glaubte ich Silhouetten in der Lebensenergie am Himmel zu sehen sie alle begann zu leuchten wie Sterne am Nachthimmel und Energie strömte aus ihnen heraus ähnlich wie aus den Gebeten der anderen Welten und all dies sammelte sich nun in Darkrai ein erneut vollzog sich vor unseren Augen eine Verwandlung es war keinesfalls das erste Mal in diesem großen Finale doch dieses Mal sollte es wahrlich das letzte sein all die Macht die nun auf Darkrai einfloss hüllte ihn ein wie ein Kokon ich glaubte leise Stimmen aus den Gebetstropfen erklingen zu hören Gebete für eine leuchtende Zukunft für ein besseres Leben all die Gebete welche auch aus unserer Welt erklang die auf unseren Sieg hopften dazu noch die Kombination und Macht der vier Stimmen hatte Darkrai tatsächlich die Wahrheit gesagt weil er ein Gesandter der Götter waren diese vier Stimmen die Weltengeister gewesen und all die Pokémon der anderen Weltenbäume hatten von Anfang an für Darkrais Sieg gebetet als die Verwandlung weiter voranschritt begann auch der Kokor welcher nun in allen Farben des Regenbogens leuchtete zu wachsen Es schien als gäbe es gar kein Ende mehr für die schier endlose Kraft welche Darkrai nun zukam und in einem Ball aus glühendem Feuer löste sich der Kokor auf und gab zu Tage was wohl das mächtigste Wesen war welches je kreiert werden könnte Die Größe dieses dämonischen Riesen ließ selbst Protograudon aussehen wie ein Insekt Die rotglühenden Augen des teuflischen Wesens wirkten als würde der Hass selber aus ihnen strahlen Das Wesen der vier Götter zeigte sein teufelsgleiches Antlitz Ein Körper schwarz wie die Nacht nur teils übersät von lila Flecken der Kraft des ersten Menschen Klauen Flügel und Schweif erinnerten an einen Drachen des düstersten Void Die blutroten Hörner am Kopfe des Dämonen waren bei diesem Unwesen bloß noch das Tüpfelchen auf dem I Tüpfelchen wie ich immer gewesen bin Mit der Macht aller vier meiner Götter und der halben Kraft des ersten Menschen konnte ich diese Form annehmen Nur die düstersten Legenden des Sternlichtes bezeugen das Wesen welches ich nun wurde Vier Götter wenn geschwächt einen sich in meinem Körper der Vier Seelengott weil es denjenigen den die Welten kennen werden als den Stürzer der Sterne doch zuvor das massive Wesen wandte sich nun an mich und meine Freunde ihr bevor ich diesen Krieg beenden kann brauche ich die Kraft des ersten Menschen auf meiner Seite ich gebe euch ein letztes Mal die Chance schließt euch mir an oder ich muss die Kraft welche ich benötige selber erkämpfen ich werde ehrlich bleiben ich war mir wirklich nicht sicher welche Entscheidung nun die richtige war denn all die Dinge welche Darker erzählt hatten sie alle ergaben so viel Sinn wirkten so korrekt in diesen Minuten doch Lord Ecke hatte keine derartigen Zweifel an diese Kraft kommst du nur über meine Leiche ein Wesen der Finsternis wie du verdient nichts als den Tod Lord Ecke geprägt von den Lügen deines falschen Gottes auch ihr würdet den Wert der Dunkelheit zu schätzen wissen die Dunkelheit und das Licht auf eine Stufe stellen wenn nicht ich es wäre denn euer falscher Gott so fürchtet das Sternenlicht versteckt sich vor der puren Finsternis und so sträubt auch ihr euch gegen diese Wahrheit ich hatte gehofft dass es nicht so weit kommen müsste doch es scheint als bliebe mir keine andere Wahl es hätte nicht hierzu kommen müssen alles was nun geschieht habt ihr euch selbst zu zu schreiben ein letztes Mal versuchte ich eine Konfrontation zu verhindern denn nur ein Narr würde es leugnen im angesicht dieses Dämons oder vielleicht doch Gottes verspürte ich unermessliche Angst ich spürte dieses Wesen egal wie stark unser Team im Verlauf all der Jahre geworden war war uns einfach über wenn du doch nun so mächtig bist wozu brauchst du diese Kraft dann noch du hast die Macht vierer Götter um einen einzelnen von ihnen zu stürzen ihr werdet die Wahrheit nie sehen spürt ihr denn nicht das Ungleich Gewicht des Universums genau dies ist das Unrecht die Kraft aller vierer meiner Götter kombiniert mit der halben Kraft des ersten Menschen es wäre eine spannende Schlacht doch am Ende würde Omegon als Sieger hervorgehen ein Gott welcher alleine mehr Macht hat als vier andere dies ist das Unrecht welches unser Universum in den Tod stürzen vermag es gab also wahrlich keinen Weg daran vorbei es ging für uns in den Kampf gegen Weiles ein Gott aus Vieren der mit Abstand stärkste aller Feinde und das Schlimmste ich wusste nicht einmal ob wir überhaupt im Recht waren doch auch wenn ich nun diese Zweifel in mir hegte spürte ich genau dass ich meine Freundin dieser Schlacht nicht im Stich lassen dürfte und ich hatte es auch nicht vor schnell zeigten sich die Stärken und die Schwächen des vier Seelen Gottes auf seine größten Schwächen waren seine Größe die ihn zu einem sehr Trägheit die seine Angriffe sehr langsam machte seine größte Stärke war dass seine Schwächen alle irrelevant waren eine undurchdringbare Haut aus Schatten und Hoffnungen schützte jeden Zentimeter seines Körpers vor Verletzungen seine Angriffe waren zwar langsam doch hatten einen riesigen Radius sowie unfassbare Kraft dieser Titan schien keine wahren Schwächen zu haben gleichzeitig ließ die Größe des Weiles auch uns recht wenig Platz um uns zu bewegen die Angriffe des Feindes waren schwer vorherzusehen da er immer und immer und immer neue Techniken auspackte aber es wäre wohl idiotisch damit zu rechnen dass ein Wesen aus vier Göttern irgendwie ein Limit von möglichen Angriffen hätte es gab nur eine vorhersehbare Sache was gleichzeitig Vor und Nachteil war weil es schien kein Interesse an irgendjemanden aus unserer Gruppe zu haben abgesehen von Lord Ecke Nun wo er wusste dass er all die Zeit der erste Mensch gewesen war war auch ihm bewusst dass Lord Eckes Tod seinen sicheren Sieg bedeuten würde und selbst wenn jeder einzelne unserer Kriege alles gab es schien zwecklos Ivys Kraft der Drachen Blutlinie wirkte machtlos es war genau wie ich bereits vor dem Beginn dieser Schlacht gespürt hatte auch unser gesamtes Team vereint war nicht ansatzweise auf dem Level eines Weiles wir hatten immer gesagt dass uns als Team niemand besiegen könnte wir hatten so viele unmachbar scheinende Herausforderungen gemeistert doch diesen Gott diesen Gott konnten wir nicht besiegen das schlimmste war je mehr Zeit verging desto stärker wurde Weiles immer noch strömten nach und nach mehr Gebetstropfen in seinen Körper welche seine Kraft nur Stück für Stück steigerten und als der vier Seelengott zum ersten Mal seine Hörner als Angriffsquelle nutzte Geschosse ähnlich wie jene der Determination schossen aus ihnen heraus das erste mitten auf Lord Ecke er reagierte jedoch schnell genug um auszuweichen doch Weiles rechnete damit und plante den nächsten Angriff voraus ein mächtiger Hieb schlug genau dort ein wo Lord Ecke landete in jedem anderen Kampf wäre ein Hieb keine zu mächtige Attacke doch in einer Schlacht gegen einen wahrlichen Titanen welcher das Gewicht von manchen Planeten übertraf Lila Energie begann unter Weiles Hand hervor zu strömen ich erkannte sie genau es war dieselbe die der vier Seelen Gott selber auch nutzte es war die Kraft des ersten Menschen Lord Ecke nein es kann nicht wie auch das reine Element die dunkle Macht und die Kraft des ersten Menschen im Zahnrad der Welten strömte all die Macht in den Himmel und bildete einen Strudel eine letzte Spirale als weil es seine Faust anhob war Lord Ecke einfach verschwunden es ist vollbracht meine Götter seht ihr es der Moment ist gekommen die Kraft des ersten Menschen sie wird wieder geeint sein alles alles wendet sich zum Guten der Arm mit welchem er gerade noch meinen besten Freund erschlagen hatte fuhr in die Höhe Kraft des ersten Menschen spüre die deine kehre zurück und werde wieder eins so dass die Gerechtigkeit siegen kann dies war es also gewesen dies war das Ende mit der gesamten Kraft des ersten Menschen gab es keine Hoffnung mehr doch es geschah nichts weil es selber schien nicht zu verstehen warum die Kraft welche am Himmel kreist ihm nicht zu gehorchen schien und Sekunden später schoss all die Macht in einem Strahl aus dem Himmel hinab und hierbei schien sie einem kleinen Wesen an seiner Spitze zu folgen wie ein Schweif und eben dieses Wesen landete direkt vor meinen Füßen mit einem Körper wie eine kleine Eidechse doch komplett schwarz und ohne Augen blickte es mich an insofern ohne Augen eben möglich und ohne Worte verstand ich die Kraft strömte durch mich hindurch die Kraft des ersten Menschen mischte sich nun mit der des zweiten und Weiles wirkte wie erstarrt na nein nicht jetzt nicht hier nicht so du darfst nicht woher kommt dann auf einmal diese Furcht Weiles hast du Angst vor der geeinten Kraft des Team Runde Ecken nun geeint in einem Pokémon oder jagte diese kleine Echse etwa Angst ein Niemals würde ich mich vor der Kraft des Menschen in dieser Form fürchten doch diese Echse ich spürte wie der Blick des kleinen Tieres auf mich intensiver wurde und auf einmal schlug es die Augen auf Augen welche vorher nicht vorhanden schienen doch anstatt das ich nun in Augen blickte strömten unsagbare Massen an Licht aus ihnen hinaus überall um den Weltenbaum herum sammelte sich die Energie wie eine endlose Schlange das düstere Blau mit den Sternen weißen Punkten zeigte auch schon vor der Offenbarung was hinter dieser schwarzen Echse steckte größer als unser gesamter Weltenbaum erstreckte sich nun ein Drache geformt aus reinstem Sternenlicht selbst weil es wirkte nun nicht mehr so riesig wie zuvor der Herr des Sternenlichtes übertrumpfte seine Größe noch einmal um weitere 50% Omega nenne ich mich nicht bei diesem Namen sterblicher nah du hast mich als Omega zu betiteln so wie all deine jämmerlichen Freunde also was du es der alt Jahre meine Macht für seine Zwecke missbrauchte ich hätte es wissen müssen in dieser Sekunde schien weil es jedoch tatsächlich kaum Interesse an Omega zu zeigen Günther Latias Latios Floink Bulbi Funkenherz Seeyong Sumpex Ivi Spark schließt euch bitte mir in dieser letzten Schlacht an nach allem was hier vorgefallen ist müsst ihr doch auch die Wahrheit sehen wenn wir uns nun verbünden können wir Omegon stürzen weil es vor Minuten nahm er meinem besten Freund das Leben als Starcrall terrorisierte er schon seit Jahren meine Heimat doch er hatte Recht diese Kämpfe vier Weltengeister vier Weltenbäume hofften alle auf seinen Sieg nur Omegon stand ihm entgegen was wenn er wirklich die Wahrheit sagte was war nun die richtige Entscheidung das ist es was ihr nun entscheiden könnt Zuschauer stimmt in den Kommentaren ab für die letzte große Schlacht soll das Team rund um Günther sich auf Omegons Seite stellen oder treten sie auf die Seite des Weiles stimmt jetzt ab und entscheidet den Ausgang des großen Finale Kapitel 20 wenn die Zeit unvergangen wird die Abstimmung ist zu Ende zehn von euch haben für Weiles gestimmt und vier für Omegon ihr stellt euch also wahrlich gegen mich es ist zwecklos in meiner Welt haben eure Entscheidungen keine Macht was war nun die richtige Entscheidung alles was Weiles was Darkrai gesagt hatte schien wahr zu sein wenn wirklich alle anderen Weltenbäume vom Ende des Unsrigen abhingen konnte ich es wirklich über mich bringen mich gegen Weiles zu stellen doch auch in die andere Richtung galt die Frage all die Zeit lang kämpfte ich für mein Ziel die Rettung der Zukunft meiner Freunde und wenn ich nun die Seite wechselte die leuchtende Zukunft die ich ihnen versprochen hatte wäre für immer verloren Mensch siehst du es wirklich nun in Erwägung auf seine Seite zu treten hast du denn schon vergessen was er gerade noch getan hat er hat deinen besten Freund kaltblütig ermordet er droht euch allen schon so oft ist der grund für so viele opfer selbst vor deinem herkunftswellenbaum machte er nicht halt so lange terrorisiert er nun schon dich und alle die dir etwas bedeuten und nun ist der Zeitpunkt gekommen ihm all dies endlich heimzuzahlen all die schmerzen all die qualen all die verluste all dies war nur auf ein wesen zurück zu führen auf dark rai dark rai welcher nun zum vier seelen gott geworden war war meine entscheidung die richtige ich weiß es nicht doch in diesem moment war nur ein gedanke in mir präsent rache für alles was dark rai uns genommen hatte ich spürte wie das blut in meinen Adern kochte die macht beider menschen einte sich nun in anwesenheit des höchsten gottes weil es nein dark rai über jahrzehnte hinweg brachtest du mir und meinen freunden nichts als schmerz leid trauer verzweiflung vom ersten tag an warst du nichts als ein irrsinniger tyrann weshalb sollte ich auch nur ein wort deiner lügen glauben nach allem was du uns angetan hast bizazam chillast scheinux lord ecke sie alle wären heute hier bei uns wenn du mehr wärst als nur ein irrer ich werde mich niemals auf deine seite stellen ich werde heute all die rächen die wir verloren haben freunde wer von euch ist auf meiner seite du hast uns ewig angelogen und warst schuld am tot meines besten freundes dark ich werde auch kämpfen ja um ja liest du uns in die irre lauten und am ende erwartest du von uns dass wir deinen verlogenen worten auch noch glauben schenken heute endet es für dich dark rye letztlich hast du mich zu dem gemacht der ich heute bin und das klingt vielleicht gut ist es aber nicht du hast mein Leben zerstört und ich werde es genießen dein Leben enden zu sehen ich aber ich weiß wie viele schmerzen du evie bereitet hast noch mehr als ich in meinen schlechtesten zeiten und dafür wirst du bezahlen es ist wie sparkes sagt chillast dieses eine wort reicht aus um auszusagen wie sehr ich dich verachte dark rye ein Spiel mit Leben und Tod mit Seele und Herz ein Spiel mit dem Verstand Täuschung über Täuschung haben uns an diesen Ort gebracht ich habe auf meinen Reisen viel gelernt ich habe gelernt dass man nicht immer stark oder weise sein muss aber auch dass kleine entscheidungen großes bewirken können und wenn diese entscheidung dein Ende bewirkt dann stehe ich voll auf ihrer seite seite du du bist der grund aus dem ich bin wie ich bin du bist der jenige der mich zu einem abfallprodukt der finsternis gemacht hat du hast mich gezwungen meine eigenen freunde zu verraten zu verletzen du hast mich zu einem monster gemacht welches ich nie sein wollte nur durch all meine tollen freunde konnte ich du du bist schuld anscheinungs tot du bist schuld dass ich die liebe meines lebens verloren habe und den vater meiner tochter und dann hast doch noch die arroganz gehabt mir die schuld zu geben du hast mir das genommen was mir mehr bedeutet als alles andere da krei ich habe dich schon einmal getötet und wenn es wieder geschieht ich werde nicht ruhen bis du dein Ende auf wessen seite sie sich stellen würden sie alle hatten verluste gemacht die nie wieder ersetzt werden könnten vielleicht war so manche ihre aussagen unwahr oder falsch betrachtet doch in diesen minuten war es egal in diesen minuten galt nur eins das ende unseres großen krieges siehst du da krei diese krieger wissen was treue wirklich bedeutet du hattest eine chance gehabt einst standen wir auf einer seite doch du lehntest meinen großen mut ab und du hast dich entschieden zu meinem größten feind zu werden du bist schuld daran dass es hier enden wird für dich ein kampfstall welcher raum und zeit über gehen zu schien erklang als die letzte schlacht wahrlich begann das blatt hatte sich nun gewendet das auftreten eines einzigen wesens hatte alles in diesem kampf verändert denn es war wie weil es selber es gesagt hatte omegon war wohl das einzige wesen welches seine macht noch übertreffen konnte er und omegon waren deshalb auch die beiden die diesen kampf hauptsächlich austrugen auch wenn es etwas schmerz ist zuzugeben meine freunde und ich waren in dieser großen schlacht nicht viel mehr als zuschauer omegons kampfstil verriet auch dass er mir die kraft des ersten menschen nicht überlassen hatte damit ich kämpfte und sie nutzte sondern bloß um sie von wireless fernzuhalten die techniken omegons selbst wirkten vollkommen verwirrend ich hatte bei seinem wahren erschein ihn unmöglich sein dürfte auszuweichen da sein schlangartiger körper sich alleine beinahe 20 mal um die plattform rang und sein kopf trotzdem beinahe 100 meter in die höhe schoss doch schnell stellte ich fest dass anscheinend große teile seines körpers nicht verwundbar waren er war es wahrlich wie der sternen himmel lediglich sein kopf schien durch wireless angriffe verwundbar zu sein gott kaum weiter half in dem meer aus sternlicht welches sich um die plattform gebildet hatte konnte omegon untertauchen um so seinen schwachpunkt unsichtbar zu machen auch die geschwindigkeit des höchsten gottes glich dem sternlicht welches er repräsentierte seine hiebe teilte er mit der geschwindigkeit des lichtes aus keiner der hiebe schien irgendwie vorhersehbar sie konnten von überall in der masse des sternlichtes kommen und waren zu schnell als dass jemand darauf reagieren könnte für den trägen weiles galt dies gleich mehrfach seine eigenen hiebe schienen ihr ziel jedoch auch recht oft zu finden anders als es vielleicht zu erwarten war da omegons schwachpunkt nur unsichtbar und nicht verschwunden war konnten die großen flächendeckenden attacken des weiles durchaus etwas ausrichten und weiter und weiter nutzte er neue tricks welche er offensichtlich für zielführend hielt omegon welcher den kampf trotzdem gut unter kontrolle hatte hatte allerdings trotz dessen noch ein weiteres ass im ärmel es war eine attacke vom prinzip ähnlich wie ivies hoffnungsstrahl und damit meine ich nicht all dieses hoffnungsgetue welches bei ivy gilt sondern damit meine ich dass es ein angriff in einem viel zu starken attackenpool ist welche noch einmal heraussticht weil sie die ultimative attacke ist welche noch einmal tödlicher ist als alle anderen so einen angriff besaß auch omegon und erschien entschlossen die schlacht damit zu beenden die vielleicht mächtigste attacke die je ein wesen nutzen könnte sonnensturm ultima solaris auch wenn dieser angriff einen recht normalen hatte machte er ihm alle ehre denn die technik begann damit dass omegon sich von der plattform löste und mit unsagbarer geschwindigkeit überall im leeren raum herumreiste in dem wir uns befanden und an verschiedensten orten an welchen er bei diesem flug einkam erschienen winzige sonnen sie streiten keine relevante hitze aus so weit entfernt wie sie waren doch ihre wahre kraft entfaltete sich auch erst nach als all die sonnen erschienen waren war es soweit oft verwendet man es als redens art doch dieser schlag traf wahrlich mit der kraft von 1000 sonnen welche alle auf einmal auf die barriere welche der dunkelste dämon sich erschaffen hatte einschlugen und diese barriere hatte keine chance gegen die unfassbare macht sie zersplitterte in 1000 scherben und all die kraft traf nun auf den wehrlosen gott und all die hitze tat genau was man bei derartigen temperaturen erwarten würde wortwörtlich schmolz der körper des dunkelsten gottes dahin bis nur ein kleines ihr licht blieb ein kleines lilanes ihr licht welches in den himmel schwebte und die farbe dessen änderte der vier seelen gottes gefallen doch nur so sehr wie es möglich ist denn er ist unsterblich er wird in diesem himmel ruhen für jahrhunderte bis seine kraft wiederkehrt und dann wird es erneut beginnen es wird erneut beginnen heißt das es war alles umsonst nein kleine bulby es gibt eine möglichkeit günther mit all der kraft die sich nun in dir eint mache die zeit unvergangen du kannst raum und zeit zurückdrehen so dass die kraft des ersten menschen nie geschaffen wurde du wirst niemals hier angekommen sein und wirst nie wieder hierher kommen können doch auch dark rai wird für immer verschwinden die zeit unvergangen machen es wäre ein großes opfer meinerseits doch ein noch größeres meiner freunde warte wenn ich das mache dann wird latios nie wiederkehren scheinux wäre nie geboren funkenherz auch nicht floink wäre nie entstanden doch doch omegon und verschwinden verschwinden der herrscher des welten baumes für welchen ich so lange gekämpft hatte und ich stand nun hier vor einem letzten abschied und auch meine freunde wussten was dies bedeuten würde wir würden uns nie wiedersehen können vielleicht würden wir uns nicht aneinander erinnern können diese welt würde zurückgesetzt werden all unsere abenteuer würde unsere legende vergessen werden all die reisen all die kämpfe all die gemeinsamen erinnerungen würde all dies einfach verschwinden und doch wussten wir alle es gab keinen anderen weg um die endlose rückkehr des vier seelen gottes zu verhindern mussten wir dieses opfer bringen für eine glückliche zukunft ich denke wir wissen alle was das bedeutet nicht das war's hier ist es zu ende freunde hier werden sich unsere wege trennen ein für allemal ja das ist es wohl was geschehen muss nach all unseren reisen all den abenteuern günther dies ist das ende des großen krieges wir alle waren ein teil von etwas unfassbarem und wir alle waren es gemeinsam also wollen schnell hinter uns bringen vielleicht verlieren wir ohnehin all die erinnerung die wir haben kurz kehrte stille ein nein es ist egal was omegon sagt wir werden nichts vergessen und deswegen sollten wir uns auch nicht so trennen wie das hier sie hat recht wenn ich eines auf all diesen reisen gelernt habe dann war es dass nichts unmöglich ist egal wie schwierig es scheinen mag ich habe hart gekämpft für eine welt in der eine friedliche zukunft existieren kann und im drang nach meiner eigenen zukunft habe ich alles verloren was ich hatte aber als team konntet ihr selbst meine dunkelsten Gedanken bezwingen und mich hier zu euch stoßen lassen wenn ich eine Sache gelernt habe dann ist es wohl nicht zu verstecken was man denkt und fühlt ich mag nicht das meiste in dieser Gruppe geleistet haben aber es war trotzdem ein Knochenjob und trotzdem war es eine Ehre mit euch kämpfen zu können das was auf diesen Reisen passiert ist wird uns niemand jemals nehmen können es stimmt auch ich habe etwas gelernt nämlich so bunt wie man das Leben auch sehen mag manchmal muss man einfach sehen weil gute Laune unangebracht ist und in diesen Minuten wäre Freude unangebracht aber Trauer auch in diesen Minuten wollen wir uns gemeinsam zurück erinnern an all das was wir geschaffen haben an all das was wir erreicht haben ich selber lernte für mich dass man nicht immer im Vordergrund stehen muss um Großes zu bewirken einst scheiterte unser retterteam daran dass ich dies nicht erkannte heute weiß ich es besser wenn wir diese abenteuer etwas gelehrt haben dann ist es zu leben zu leben und zu lieben jede minute des lebens ist wertvoll man weiß nie was geschieht und weil man alles verliert ich habe vor allem gelernt dass man ein Pokémon nie beurteilen sollte ohne es wahrlich zu kennen durch Vorurteile macht man sich ist sehr vieles doch an erster stelle habe ich gelernt dass Verlust ein Teil des Lebens ist und es ist wichtig auch nach dem Verlust weiterleben zu können all diejenigen die wir auf unseren Reisen verloren haben Nick Crossma Bisasam Tschelast Scheinux und Lord Ecke sie alle leben weiter in unseren Herzen und sie alle würden wollen dass wir unser Leben leben und alles daraus machen und Namen sollten wir stark bleiben von allem was ihr alle bereits sagt hat etwas dabei Verlust wird immer ein Teil des Lebens sein zu verurteilen bringt nur Schmerz doch vor allem habe ich gemerkt dass wirklich jedes Pokémon einen Platz in dieser Welt verdient jeder hat eine Bestimmung jeder hat Träume diesen Träumen muss man folgen aber niemals alleine denn alleine ist man schwach nur als Team ist man stark das ist was ein wahren Abenteurer ausmacht auch Papa hat das gewusst ich werde eines Tages eine genauso bedeutende Abenteurerin werden wie er es war ich weiß dass er immer über mich wachen wird sie alle hatten aus unseren Abenteuern gelernt sie alle waren an sich selber gewachsen und auch ich ich habe gelernt was Freundschaft bedeutet früher dachte ich dass Freunde Leute sind mit denen man scherzen kann und gut gelaunt sein kann doch über all diese Zeit habe ich gelernt dass wahre Freunde eben die sind die wirklich mit einem durch dick und dünn gehen die die auch dabei sind wenn es einem schlecht geht und auch habe ich gelernt dass das Leben oft nicht ist wie es scheint da klar war der Beweis hierfür und ich glaube nicht dass eines werden wir waren ein Team auch die fünf die du genannt hast sie sind bei uns in diesen letzten Minuten gemeinsam standen wir gegen die Dunkelheit und das Licht gegen Raum und Zeit gegen Leben und Tod wir reisten in andere Welten trafen viele neue Freunde so viele verschiedene Gesichter jeder mit seiner eigenen Geschichte dies ist es was das Leben ausmacht Freundschaft und Vielfalt Liebe und Toleranz Mysterien und Emotionen all dies ist das Leben es ist nun so weit meine Freunde ich werde mich hier von euch verabschieden ihr alle bitte versprecht mir eins lebt die Zukunft für welche wir gekämpft haben werdet alle glücklich findet endlich euren verdienten Frieden und wer weiß eines tages irgendwie vielleicht können sich unsere Wege doch irgendwann wieder kreuzen ich wollte gerade das Ende herbeiführen als Bulby mich noch ein letztes Mal stoppte Günther ich denke du solltest das hier haben aus ihrem Beutel zog sie ein Bild heraus es war offenbar selbst gemalt und zeigte viele meiner Freunde Don't Ever Forget Ich habe es nach meinem ersten Abenteuer gemalt ich möchte dass du es nimmst es wird wahrscheinlich nie in deiner Welt ankommen aber als Symbol es ein Symbol der Freundschaft zwischen allen von uns Günther danke für alles lebe wohl Don't Ever Forget Lebe nicht in der Vergangenheit doch verliere sie niemals aus den Augen schreite voran doch gehe mit einem Lächeln Vergangenheit Gegenwart und Zukunft sie sind alle gleich bedeutend im Schein des Nachthimmels werden all die Emotionen wach Trauer Freude Wut Hass Liebe Zweifel Hoffnung und auch Stolz all diese Emotionen sind es was uns lebendig machen und nun komme ich am großen Ziel an nach Jahrzehnten wie Unendlichkeit das Feuer in mir wird noch ewig brennen der Weg war hart und steinig und doch war er eigentlich das Ziel das Ziel im Leben ist der Tod doch auch im Leben ist der Weg das wahre Ziel nicht immer kann es ein Morgen geben Schicksals Schläge gehören dazu doch wenn man lernt niemals aufzugeben dann kann es immer weiter gehen auf die Freundschaft auf die Treue auf die Liebe auf uns ich danke euch für alles ich glaube nicht dass ihr je verstehen werdet wie viel mir diese Reisen wahrlich bedeutet haben dies ist das Ende meiner Sage doch wie Bulbius einst tat möchte ich nicht gehen ohne eine letzte Weisheit wenn man einmal kein Licht mehr im Leben sieht dann hält man die Augen geschlossen es gibt immer Gründe weiter zu machen ob man sie nun sieht oder nicht doch allein dieses Bewusstsein diese Moral kann einen durch das Leben tragen ich werde all dies niemals vergessen danke when I can see the lights shining up in the skies with you right by my side I see the future shining bright the light will always shine this right now is our time in which I truly feel the future will shine bright a star in the night we have seen the light so that we are all now in this great place so much in our past so much still to see together we can go all the way and even if luck is sometimes running out together we will stay strong we've seen all land to understand what is it we are fighting for do not give up I'll take the risk feel adventure spirit flow through you a special bond what's between us only as team we won't be beaten so I'll stay here with you I will stay here here adventure call once it was what I searched but today I prefer calmness and peace with slang greater stark our words hit the mark to beat what endangered what's to come for ever we will be united we are stronger than time so hear our call our world's downfall will not happen as long as we live if we're a team we won't be slain the light is flowing through our veins munition spreads the greatest task friendship and love are all that matters as styles shine down oh I see the future bloom wanted it like that that is why I stayed to fight for a world that never was mine as friends as a team everything we've seen nothing can tear us apart and when one day the time comes and I will have to leave you behind please no know that even death can never break our bond that even death can never break our bond all the journeys end and every part of my life has come to a sudden end the past slowly fading out no longer carry on a burden of destiny the need finally reached the end of eternal mystery during my final days I learned to appreciate the gifts of friendship and pride more than I ever have ever so slowly so slowly I feel myself fighting reaching this was final and I have stopped to to pretend that all I want is to fight against the heroes growing growing slowly deep within in me is affection for those near me you that eternal night and eternal light eternal light as it shines within who did really win really win after centuries thousand enemies enemies myself trapped within what is happening happening ever so deeply I think of my actions passing right into the light with my loss ends my fight dedicated all my life for what I believe is right never thought of giving up giving it all that I've got for the ones that I I I fought until the end ever so slowly I feel my mind fading leaving all behind fell to the starlight all my suffering in vain pain I felt nothing but pain in the end I really lost even though my plans cost made us be my deserve end was fought to starlight send all the water not prevail still I'm proud of my will centuries I have fought on the war ends as I'm gone yet in justice I believe my for God's purity never judge by what you see as example take me all the time I seem evil while I just search for justice resonating love resonating life as I bid farewell I finally feel fulfilled epilog stärker als die zeit und anschließend wachte ich wieder auf ich lag bequem in meinem Bett die Sonne stand draußen bereits am Himmel es waren noch Ferien und erst vor wenigen Tagen hatte ich Pokemon Super Mystery Dungeon durchgespielt das war wohl auch die Erklärung die Erklärung für diesen unfassbaren Traum es fühlte sich so an als könnte gar nicht so viel in einem einzigen Traum passieren und doch wusste ich dass es stimmte mein Bruder war anscheinend gerade nicht im Haus meine Eltern beide auf der Arbeit also war ich fürs erste allein zu Hause nach allem was ich geträumt hatte packte mich große Lust meinen alten Erkundungsteam Himmelspielstand wieder einmal zu besuchen und gleichzeitig dieser Traum war so emotional actionreich komplex ich sollte ihn vielleicht aufschreiben ich sollte ihn aufschreiben und Geschichten daraus machen vielleicht würden manche das ganz cool finden aber ich hatte alle Zeit der Welt deshalb bewegte ich mich erst einmal bequem zu unserer Wii U ich hatte auf dieser Konsole zum ersten Mal ein Spiel der Reihe gespielt und schon damals war es wirklich ein Erlebnis die Konsole und das Spiel starteten doch leider musste ich eine traurige Feststellung machen im Startmenü zeigte es mir nur die Option neues Spiel anscheinend war mein alter Spielstand über die Zeit irgendwie gelöscht worden naja dann würde ich das Spiel eben noch einmal durchspielen verdient hatte es das auf jeden Fall also machte ich schnell die Fragerunde zu Beginn durch würde ich dieses mal ein anderes Pokémon bekommen es wäre irgendwie schon schön noch einmal all die Erinnerungen neu erleben zu können mit dem selben Team wie einst zuvor andererseits wäre es natürlich auch etwas cooles mit einem neuen Team das ganze zu erleben allerdings warf mich das Spiel noch am Ende der Fragerunde etwas aus der Bahn die letzte Frage hatte ich noch nie gehabt sie musste sehr selten sein oder irgendein Bug ich meine irgendwie musste der Spielstand ja auch verschwunden sein doch irgendwie strahlten die Buchstaben auf dem Gamepad etwas ganz besonderes aus als sie die Frage bildeten erinnerst du dich gleichzeitig tat das Spiel etwas was es bei der Fragerunde sonst nie tat wenn auch sonst ganz gerne vermutlich hatte sich irgendwie ein Dialog vorgeschoben es gab nämlich nur eine Auswahlmöglichkeit die Erinnerungen überstehen die Zeit natürlich wählte ich sie an anschließend begann die Analyse welches Pokémon ich bekommen würde kurz nach dem Aurenscan wieder einmal bekam ich die braune Aura zugesprochen und die Stimme im Spiel begann du bist der heldenhafte Typ deine Freunde und die Reisen stehen bei dir über allem du bist immer bereit alles zu geben und alles zu opfern an Entschlossenheit mangelt es dir nie du bist doch an diesem Punkt ereignete sich eine weitere Wendung und langsam begann ich wirklich misstrauisch zu werden du bist wiedergekehrt eine Legende wie dich gibt es nur einmal du bist das Bild eines Kanimani ploppte auf Günther willkommen zurück in deiner zweiten Heimat vollkommen perplex sah ich zu wie die Partnerauswahl schlicht übersprungen wurde und das Spiel begann ein Kapitel Bildschirm zeigte sich auf aber es war nicht Kapitel 1 Epilog eine neue Zukunft Kaum war dieser Bildschirm verschwunden erwachte man Kanimani an einem allzu bekannten Ort im Postgame des Spiels erwachte man immer an dieser Stelle auf dem Bett in der Tohaido Klippe allerdings war das zweite Bett leer naja fast eine Blume schien auf ihm zu legen was ist hier los ich dachte diesen Gedanken nur flüchtig zu mir selbst was es nicht weniger verstörend machte als genau diese Worte auf dem Bildschirm aufkloppten direkt neben dem verwirrten Porträt von Kanimani welches es im Spiel gab langsam wird mir das ganze hier gruselig wieder spiegelte sich mein Gedanke sofort auf dem Bildschirm was zur Hölle was geschieht hier wieder dasselbe Spiel nervös entschied ich mich die Klippe zu verlassen ich stieg die Treppen hinauf und stand am Rande des Kliffs irgendwie war die Atmosphäre anders als sonst die typische gut gelaunte Musik von Schatzstadt spielte einfach nicht doch stattdessen waren die natürlichsten Geräusche zu hören das Rauschen des Meeres leise Stimmen in der Ferne der Wind an den Klippen es wirkte beinahe wie echt doch als ich den nächsten Bildschirm betrat Schatzstadt selber traf ich auf ein unfassbares Bild an diesem Ort hatten sich viele Pokémon versammelt soweit nicht ungewöhnlich doch manche von ihnen sollten eigentlich nicht in diesem Spiel einprogrammiert sein zum Beispiel Floink oder Elementara ein Textfeld erschienen neben dem Bild eines Latias Günther du hast also wirklich einen Weg gefunden auch du hast nicht vergessen auch du hast nicht vergessen all diese Pokémon mein Traum ich weiß nicht weshalb aber meine Hand schnellte zu meiner Hosentasche und ich spürte ein Stück Papier schnell zog ich es heraus und sah was auf ihm zu sehen war Don't ever forget stand ganz oben drauf Freunde ihr seid es wirklich wieder projizierten sich meine Gedanken auf den Bildschirm ja wir sind es wir haben es dir alle versprochen nicht wir haben uns alle erinnert so wie du anscheinend auch wir haben uns alle hier getroffen und Latias hatte eine Idee vielleicht könntest du wenn deine Bindung in dieser Welt stark genug wäre über deine Welt eine mentale Verbindung eingehen und es hat geklappt du bist hier zwar nur in einer Hülle und nicht körperlich aber du bist hier sie alle hatten sich versammelt Bulbi Funkenherz Evie Spark Seon Sumpex Latios Latias Floing all diejenigen von denen ich mich verabschiedet hatte standen nun mit mir hier wir haben es also wirklich geschafft wir haben den Weltenbaum gerettet und können jetzt endlich in die Zukunft blicken wir haben es geschafft es stimmte die Welt war gerettet unsere Erinnerungen lebten und nun wann immer mir danach war konnte ich reisen in meine zweite Heimat doch auch unter Vorbehalten wie ich durch Latias Recherche abfuhr sollte ich im Spiel nur einmal sterben wäre die Verbindung in die andere Welt für immer getrennt und so begann die Zukunft jeder meiner Freunde ging einen Weg welchen er im Leben einschlagen wollte Sumpex ging auf Reisen als einsamer Abenteurer er wollte sich einen Namen für sich selber machen und hatte nun all die Zeit um diesen Wunsch zu erfüllen Latias und Latios reisten zurück nach Silberdorf Latias übernahm ihre Rolle als Dorfvorstand wieder während Latios nun derjenige war der wohl das schlichteste Leben führte er hatte kein Interesse mehr daran bei der OGR zu arbeiten und lebte einfach in Silberdorf Seon kehrte auch zurück zu dem was er am liebsten tat er reiste weiter durch die Meere auf der Suche nach Spaß und Abenteuern Floink ist vielleicht von all den Pokémon derjenige dessen Ende mich am glücklichsten machte nachdem er eine Weile durch die Welt reiste als Nomade kehrte er nach einigen Monaten zurück nach Silberdorf um nun wieder dort zu leben wo er aufgewachsen war seine friedliche Zukunft für welche er so gelitten hatte war eingetroffen doch nicht nur all dies war für ihn geschehen er kehrte auch nicht alleine von seiner Reise zurück ein Pokémon welches uns allen unbekannt war folgte ihm Floink erzählte dass sich die beiden auf ihren Reisen begegnet waren und zusammen gereist waren sie wurden gute Freunde und später jedoch erst kurz nach ihrer Ankunft kamen beide zusammen Floink hatte tatsächlich eine Freundin gefunden dieser Samen wäre glücklich das weiß ich genau Evie und Spark kehrten beide wieder zurück zum Stamm dort hatte Evie ihre Rolle als Anführerin wieder angenommen und die Dinge standen sehr ähnlich zur Vergangenheit nur ein paar Sachen unterschieden sich natürlich Sparks Präsenz die ein Unterschied zu vorher war einerseits doch Evie selbst andererseits nun wo der Krieg gewonnen war sie ihre Bestimmung erfüllt hatte und viele ihrer Sorgen fort waren war sie wieder so viel glücklicher beinahe erinnerte sie mich wieder an die Evie welche ich damals kennengelernt hatte das einzige was sie noch unterschied war dass sie nun deutlich reifer war sie war wirklich erwachsen geworden die einzige die nicht so glücklich mit diesem Ausgang wirkte war Bulbi sie entschied sich ebenfalls in ihre alte Heimatwelt zu reisen die Erinnerungen in Silberdorf plagten sie Funkenherz folgte ihr natürlich nachdem ein paar Wochen in der Gilde ihre Lage logischerweise nicht besserten bot Evie ja an dass die beiden zum Stamm mitkommen könnten dort hatte Bulbi nicht so viele Erinnerungen das wäre einfacher für sie außerdem schien Funkenherz der Gedanke sehr zu gefallen also nahm sie an und wurde Teil des Stammes eine seltene Ausnahme aber doch eine die alle Mitglieder gut verstanden aber apropos Ausnahme ein drittes Pokémon welches nicht zur Evoli Reihe gehörte blieb auch im Stamm Groudon er war inzwischen wahrlich ein festes Mitglied und fiel dort ein guter Freund er ging in seinen Aufgaben dort wirklich auf und wurde ein wertvolles Mitglied des Stammes Groudon war ein guter Freund geworden und das waren alle von ihnen alle die es bis an diesen Punkt geschafft hatten Jahrzehnte hatten wir gekämpft und nun leuchtete die Zukunft die Vision der zerstörten Zukunft war abgewendet und ich ich hatte nun meine kleine geheime Welt welche ich oft besuchte gerade während ich dies schreibe stehe ich am Rande des Strandes in Schatzstadt an diesem Ort wurden kurz nach meiner Rückkehr Gräber errichtet 5 an der Zahl für all diejenigen welche uns begleitet doch das Ende nie erreicht hatten Nixrosma Bisazam Chelast Scheinux und auch Lord Ecker sie alle hatten mit uns für eine Zukunft gekämpft welche sie selber nie erleben durften und doch waren all ihre Opfer nicht umsonst gewesen ich blickte in den Sternenhimmel irgendwo dort oben waren sie alle nun und sie blickten auf uns herab sie alle sahen dass ihre Anstrengungen sich gelohnt hatten ihre Opfer nicht umsonst gewesen waren sie alle waren als Helden gestorben und würden auf immer Helden bleiben und doch all diese Opfer war der Krieg sie wirklich wert gewesen nein all die Opfer all die Anstrengungen es war es nicht wert hätte ich von vornherein gewusst dass es so enden würde ich hätte nicht gehandelt wie ich gehandelt habe Jahrhunderte der Arbeit alles alles ist am Ende alles war umsonst meine Bestimmung ich hatte versagt wie? ihr versteht nicht was ich meine Menschen ich habe es euch schon so oft gesagt in dieser Geschichte euer Held Günther was denkt ihr? bin ich dieser Günther? nein ich habe es euch schon so oft gesagt mein Name ist nicht Günther doch heißt das dass ich euch all diese Geschichten einfach nur erzählt habe aus meinem freien Denken heraus aus meinen eigenen Erfindungen und dass ich selber nichts mit der Handlung zu tun habe auch das ist falsch als die Zeit unvergangen wurde geschah es ein Wesen mit der Kraft der Menschen doch dem Wesen eines Pokémon verloren von jeglichem Körper geschleudert geschleudert durch Raum und Zeit verlor es beinahe all seine Kraft die Macht des ersten Menschen wurde nie erschaffen doch es lebte ich bin nicht Günther Jason nennt ihr mich als Mensch als Pokémon Darkrai alles was ich euch hier erzählt habe war das große Unrecht welches ich einst erlitt ich kämpfte für die Gerechtigkeit für all meine Welten und dies dies ist wie es endete nun fragt ihr euch vielleicht warum ich euch nie die Geschichten aus meiner Sicht erzählte sondern immer aus der von irgendjemand anderem nun was denkt ihr denn hättet ihr jemandem wie mir vertraut nein ich musste die Täuschung nutzen um euch mitzuteilen was geschehen war nachts wenn ich schlafe wandle ich immer noch in meinen Welten in denen der Pokémon doch es alles scheint zu vergehen Omegon hat gesiegt meine Kraft ist fort wie sagt ihr es mir soll der Gott des Sternlichtes nun fallen hier endet meine Geschichte vielleicht versteht ihr meine Motive vielleicht nicht meine Ideologien meine Gedanken es ist euch alles offen wenn ihr es immer noch nicht versteht wenn dies der Fall ist fragt ob ich euch antworte liegt an mir ich kann diesen Krieg nun nicht mehr gewinnen und trotzdem hoffe ich bete ich dass eines Tages es sich vielleicht doch alles zum Guten wenden kann vielleicht irgendwie und bis dahin ihr alle die das hier heute hört merkt merkt euch eines beurteilt niemals jemanden ohne alles über ihn zu wissen Darkrai ist er für euch immer noch bloß ein Irrer ein Feind was sagt ihr los seid ehrlich zu mir sagt es mir ins Gesicht ist Darkrai für euch ein Irrer all diese Reisen all diese Reisen lagen jede Minute die ihr mitgefiebert habt die Helden mit denen ihr mitfiebertet wart ihr im Unrecht oder war ich es niemand wird es je wissen niemand sollte je verlangt sein zu bestimmen welche Moral die richtige und welche die falsche ist und doch wurde ich dazu gezwungen ich musste entscheiden Leben zwischen Leben Welt um Welt nur um am Ende zu scheitern wenn zwei Moralen aufeinander stoßen kann niemand bestimmen wer die wahre ist doch vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren und der Himmel wird stürzen doch wenn kann dies nicht durch meine Hand geschehen doch ich vertraue an die die für das Gute kämpfen ich danke euch fürs zuhören schnitzern so